erklärt. Willkommen aus Erfurt, aus der Messehalle vom Bundesparteitag der Linken, der soeben hier auch begonnen hat. Eigentlich wollte die Linke hier ihr Jubiläum feiern, 15 Jahre Gründung. Aber so wirklich zu feiern hat die Partei derzeit nicht, denn es gibt viele Probleme. Die Liste ist lang, drei krachende Wahlniederlagen, der Rücktritt einer Vorsitzenden und dann ist da auch noch das Thema Russlandpolitik. Bei den Linken ist vieles durcheinander geraten. An diesem Wochenende, an diesem Freitag, Samstag, Sonntag soll einiges sortiert werden. Es gibt verschiedene Positionierungen zum Thema Russland. Die Frage ist, ist die Linke in ihrer Gänze eine Art fünfte Kolonne Moskaus und verurteilt die Aggressionen Russlands? Da gibt es unterschiedliche Ansichten, sehr kontroverse Meinungen, die wir hier abbilden werden, live vom Parteitag in Erfurt. Und jetzt gerade wird noch ein bisschen die Tagesordnung sortiert. Und ich hatte vorab schon die Gelegenheit zu sprechen mit dem Bundesgeschäftsführer der Linken, mit Jörg Schindler. Jörg Schindler, noch Bundesgeschäftsführer der Linken, jetzt hier auf diesem Parteitag. Sie geben ihr Amt ab, das ist schon bekannt. Ist das eigentlich der richtige Zeitpunkt aufzuhören, jetzt wo alles so ein wenig im Chaos scheint? Naja, es ist auf jeden Fall der Zeitpunkt, wo neue Gesichter für die Bundesgeschäftsführung ran müssen. Ich habe das zwei Amtsperioden gemacht und ich werde das dann jetzt abgeben. Ich werde nicht wieder kandidieren. Es gibt zwei Kandidaten für die Bundesgeschäftsführung und ich finde, das ist für die neue Zeit der Partei durchaus eine sinnvolle Sache. Ich bin ohnehin der Meinung, dass Ämter auch in der Partei, in der Fraktion sowieso auf Zeit vergeben sind. Und das hilft ja auch Verkrustungen in der Politik zu vermeiden. Insofern gehe ich da mit gutem Beispiel voran. Sie gehen mit gutem Beispiel voran, aber es kann Sie ja nicht zufriedenstellen, in welchem Zustand Ihre Partei im Moment ist. Stichwort Sexismusdebatte, Stichwort die ganze Russland-Frage, wo es sehr unterschiedliche Auffassungen gibt. Was ist Ihr Wunsch an diesen Parteitag? Ist da eine einheitliche Linie überhaupt möglich und eine Aufarbeitung? Das wünsche ich mir und ich glaube, das werden wir auch schaffen, denn wir werden dieses Profil, Sie haben es zu Recht angesprochen, wir waren unentschlossen, unentschieden bei vielen Dingen. Es gab sehr differente Meinungen. Die werden wir hier auf dem Parteitag mit politischen, demokratischen Entscheidungen zusammenführen. Wir werden klare Entscheidungen treffen. Es wird eine Profilschärfung geben, gerade Sie haben es angesprochen zum Thema Außenpolitik, aber auch zum Thema sozial-ökologische Transformation. Das sind die zwei derzeit gesellschaftlich relevanten Themen und dort muss die Linke mit einer Stimme sprechen, da darf es keine Ich-AGs mehr geben. Nun sprechen Sie die Ich-AGs gerade an. Die waren ja sehr laut wahrnehmbar in den letzten Wochen. Was macht Sie denn so zuversichtlich, dass man auf einem Parteitag beschließen kann, dass dann Frau Wagenknecht oder andere in Talkshows nicht mehr eine andere Haltung vertreten? Darum geht es ja gar nicht. Es geht ja gar nicht, dass auch Parteimitglieder andere Haltungen vertreten können. Sie müssen nur klar kennzeichnen, dass sie damit nicht die Position der Partei vertreten. Wir werden hier auf dem Parteitag eine demokratische Richtungsentscheidung herbeiführen beim Thema sozial-ökologischen Umbau, wo es darum geht, dass wir die drohende ökologische Katastrophe natürlich abwenden müssen und zwar mit Herzblut und mit wirklich Vehemenz. Aber der Unterschied zu den Ampelparteien als auch zur CDU ist, dass wir das in einem sozialen beplankten Zustand machen wollen. Die Bürgerinnen und Bürger dürfen nicht Angst vor diesen Veränderungen haben, sondern müssen sie als Möglichkeit des Aufstiegs begreifen. Sie dürfen auch keine Angst vor den damit verbundenen sozialen Fragen haben. Deswegen fordern wir, ist das hier beantragt, dass wir einen sozialen Klimabonus schaffen für alle, und zwar dauerhaft. Keine Einmalzahlung, sondern dauerhaft. 125 Euro für das erste und weitere 50 Euro für das zweite und dritte und vierte Haushaltsmitglied. Das ist Einkommensteuer geprüft, würde zur Umverteilung führen und das sind unsere Vorstellungen. Oder nehmen Sie den Beispiel ÖPNV, es genügt doch nicht einfach nur 9-Euro-Tickets auszugeben. Das ist gut und richtig, aber die Menschen dürfen sich doch nicht in dreifacher Menge in die völlig überfüllten Busse hineinzwängen, sondern es muss dann auch einen Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs geben. Und dafür brauchen wir das öffentliche. Das müssen die Kommunen machen. Die brauchen dafür mehr Geld. Vorrang des öffentlichen ist was anderes als das, was die Ampelkoalition macht. Und die CDU-CSU schläft ja da ohnehin. Sie haben jetzt einiges angesprochen, was auch hier alles debattiert werden soll. Sie haben auch im Vorfeld sich ja geäußert zum Zustand und zu den Strukturen Ihrer Partei, haben gesagt, es fehlt inzwischen die Verankerung vor Ort. Was möchten Sie eigentlich persönlich Ihrer Partei mitgeben? Was muss da getan werden? Dass sie stärker verknüpft, was unsere Mitglieder, unsere Genossinnen und Genossen vor Ort kommunalpolitisch tun. Sie sind in der Regel, ich habe das in den vier Jahren, in denen ich Bundesgeschäftsführer war, kennengelernt. Sie sind extrem authentische, extrem engagierte Menschen, die vor Ort in Vereinen sind, die vor Ort in den Stadträten sind, in den Gemeinräten, in Bürgerinitiativen, in Betriebsräten sind. Und das stärker zu verknüpfen als Partei mit Bundespolitik, mit unseren bundespolitischen Themen und das nicht sozusagen auf zwei Ebenen so nebeneinander herlaufen zu lassen. Also gibt es ja eine Art Entkoppelung im Moment? Ich glaube, wir sind da noch zu wenig verzahnt, sondern wir wollen die Verzahnung da verstärken. Das ist eines der Punkte, die im Übrigen auch ein Teil des Leitantrags hier sein wird. Vielen Dank, Jörg Schindler, scheidender Bundesgeschäftsführer der Linken hier zu Beginn des Bundesparteitages in Erfurt. Dankeschön. Ja, tatsächlich, es gibt eine ganze Menge hier zu diskutieren in Erfurt bei den Linken. Es steht einiges an, was hier besprochen werden soll. Und es ist auch noch nicht so ganz klar, wann hier was besprochen wird. Da sind sich die Parteimitglieder im Moment noch am Beratschlagen. Die wichtigen Reden stehen hier kurz bevor, aber haben noch nicht begonnen. Und meine Kollegin Katharina Kühn, die hat den besten Überblick über das, was jetzt hier gleich passiert und was auf diesem Parteitag in den nächsten Tagen ansteht. Ja, vielen Dank, Marc Steinhäuser. Hier ging es erst einmal um die Konstituierung des Bundesparteitags. Also das Tagungspräsidium wird gewählt, die Tagesordnung und der Zeitplan beschlossen. Das ist normalerweise eher eine Formalie, aber die Linkspartei zeigt, dass auch das schon relativ hitzig zugehen kann. Unter anderem gab es nämlich einen Antrag, in dem hier Delegierte gefordert haben, dass die Vorsitzenden der Bundesfraktion neu nominiert werden sollen. Das wurde allerdings abgelehnt, weil die Frist schon verstrichen sei. Darüber gab es dann längere Diskussionen. Ansonsten ist heute der Tag für die programmatische Erneuerung der Linkspartei da. Es gibt drei Leitanträge des Bundesvorstands, Klima-Außenpolitik, also dort auch Russland und die Partei selbst stehen dort, wie er auch schon von Marc Steinhäuser erwähnt, im Fokus. Es gibt allerdings dazu auch fünf Ersetzungsanträge, zwei alternative Leitanträge. Das ist interessant, dass es also hier Vorschläge gibt, die Leitanträge des Bundesvorstands nicht nur zu ändern, sondern zum Teil auch ganz zu ersetzen. Und morgen dann am Samstag stehen die Personalentscheidungen an. Nach dem Rücktritt von Susanne Hennig-Welsow am 20. April 2022 ist es nun notwendig, die Parteispitze zu wählen. Der ganze Parteivorstand wird neu gewählt. Es gibt auch Bestrebungen, ihn zu verkleinern. Janine Wissler und neun Kandidaten und Kandidatinnen melden sich da für die Parteispitze. Es wird also hier spannend und wir haben auch schon jetzt in der ersten guten Stunde gesehen, es wird wohl auch hitzig werden. Und damit zurück zu Marc Steinhäuser. Ja, Stichwort hitzig werden. Tatsächlich läuft hier gerade schon eine Diskussion und es gibt auch schon unterschiedliche Auffassungen darüber, was man hier alles berät, wen man hier alles kritisieren darf in diesen nächsten Tagen. Und wir wollen mal ein bisschen auf die Stimmung in der Linkspartei schauen. Mit einer Kollegin möchte ich das gerne tun, Helene Bubrowski von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, zuständig auch für die Berichterstattung über die Linkspartei. Was haben wir hier gerade schon erlebt? Also es geht quasi los und es gibt schon Ärger. Genau, ja, wir sehen die schlechte Stimmung, die es ja in der Partei gibt. Ja, Sie haben es gesagt, aufgrund der desaströsen Wahlergebnisse, diese existenzielle Krise, in der sich die Partei befindet, die sieht man eben auch hier. Gerade hat eine Delegierte den Antrag gestellt, dass man doch die Fraktionsvorsitzenden hier auch jetzt abwählen bzw. neu wählen soll, was natürlich überhaupt nicht die Aufgabe eines Parteitags ist. Die stehen hier nicht zur Wahl, muss man dazu sagen. Genau, da gibt es ja eigene Regularien, das findet im Bundestag statt. Das Interessante ist ja nicht nur, dass sie den Antrag gestellt hat, sondern dass es dafür auch tosenden Applaus hier in der Halle gab. Dann wurde das abgebügelt von Jörg Schindler mit dem Argument, der Antrag sei verfristet, also zu spät eingebracht worden. Und da gab es dann eigentlich nur ein paar Leute, die applaudiert haben. Also das zeigt im Grunde genommen, wie tief die Verwerfungen sind, dass die Linke, die ja in den Abgrund schaut, auch in diesem Moment derzeit jedenfalls nicht den Anschein macht, als würde sie sich jetzt zusammenreißen und zusammenraufen, sondern sie betreibt weiter das Spiel, ihre diversen Spitzen, die sie haben, anzugehen, öffentlich bloßzustellen. Stichwort Abgrund. Janine Wissler, die Parteichefin, die steht zur Wahl an diesem Wochenende dann. Sie hat gesagt, wir sind in einer existenzbedrohenden Situation. Wenn man jetzt hier so die ersten Minuten auch verfolgt hat, wie würden Sie das bewerten? Was steht hier auf dem Spiel für die Linke? Naja, für die Linke steht jetzt wirklich alles auf dem Spiel. Also es wird noch gesagt, ein bisschen Zeit haben sie ja noch bis zur nächsten Bundestagswahl. Aber bis dahin muss sie sich natürlich auch erneuert haben. Wenn sie dann klar aus dem Bundestag fliegt und keine drei Direktmandate hat, dann ist es, würde ich sagen, um die Linke erst mal geschehen. Das heißt, jetzt probiert sie sich in einem Prozess der Neuaufstellung. Also der Parteivorsitz wird neu gewählt. Da gibt es vier Kandidaten. Auch da sind sie alle umstritten. Weil ja bei der Linken insgesamt eben ob trotz dieser existenzbedrohenden Situation der Streit einfach weiter tobt. Eine linke Abgeordnete sagte mal zu mir, bei der SPD hat es zumindest dazu geführt, dass man gemeinsam in den Abgrund guckt und sich dann zusammenreißt. Bei der Linken hat man den Eindruck, die Leute stürzen sich mit Freude runter. Also das ist nur eine Einzelstimme. Es gibt natürlich auch diese Appelle zur Vernunft, die man immer wieder hört. Wir werden uns jetzt anschauen in den nächsten zwei, drei Tagen, ob das gelingt oder nicht. Ja, ob es gelingt, davon hängt ja einiges ab. Es gibt ja, wenn wir mal auf die Problemstellen gucken, eine ganze Menge. Jetzt ist es so, dass im Moment ohnehin der Krieg in der Ukraine, der Angriffskrieg in Russland dort betreibt, ja ganz viele politische Entscheidungen auch beeinflusst. In dieser Woche wurde der Alarmplan für das Gas ausgerufen. Und jetzt haben wir auch eine Situation, in der die Linke beim Thema Russland und Energieversorgung heillos zerstritten ist. Kann das überhaupt hier zu einer Kittung geführt werden? Also jedenfalls wird über den Leitantrag abgestimmt, in dem es um Russland geht. Das ist ja für die Linke ein ganz, sage ich mal, wichtiges, neuralgisches und immer schon auch strittiges Thema, das sich durch den Kriegsausbruch jetzt nochmal deutlich verschärft hat. Also es gibt im Osten und im Westen aus unterschiedlichen Gründen eine tiefsitzende Art Grundsympathie gegenüber Russland, also jedenfalls Verständnis gegenüber Russland. Und nach Kriegsbeginn hat sich aber der Fraktionsvorstand, der damalige Parteivorstand, ja dazu durchgerungen, sage ich jetzt mal so, diesen Angriffskrieg zu verurteilen. Da haben sie verschiedene Presseerklärungen rausgegeben. Aber viele andere nicht. Und schon da ging der Streit los, weil zum Beispiel Sarah Wagenknecht und andere dann offene Briefe schrieben. Und ja, ihrem Anti-Amerikanismus freien Lauf ließen, der NATO die Schuld gegeben haben, insbesondere den Entscheidungen der NATO-Osterweiterung. Und da ging dann gegenseitige Beschimpfung innerhalb der Partei. Und das würde ich mutmaßen beim Parteitag jetzt fortsetzen. Also der Leitantrag des Bundesvorstands, ja kritisiert, geißelt die, so heißt es da wörtlich, imperialistische Politik Russlands, verurteilt diesen Angriffskrieg. Und da gibt es jetzt diverse Anträge von anderen Linken, auch von Sarah Wagenknecht. Und diese Passage zu streichen und nochmal drauf reinzuschreiben, dass die eigentliche Schuld, oder jedenfalls die Mitschuld bei der NATO liegt, die Mitschuld beim Westen liegt und die diversen Völkerrechtsverbrechen auch des Westens dann wieder genannt werden sollen. Also da wird man sehen, also es ist derzeit schwer zu sagen, wie viel Prozent wirklich diesen Kurs mitgehen würde mit Sarah Wagenknecht. Ich würde mal sagen, das ist keine Mehrheit. Und auch andere Themen sind strittig, wie zum Beispiel Waffenlieferungen. Da ist Bodo Ramelow, der ja ein Reformer ist, der auch hier vorne im Saal sitzt. Vorhin sah ich, wie er ankam. Der Ministerpräsident in Thüringen, der ist ja vorsichtig auch für Waffenlieferungen. Auch dafür gibt es keine Mehrheit in der Partei. Es wird also schwierig zu gucken, wie man das überhaupt auf einen Nenner führt. Bleiben wir nochmal bei den Problemstellen. Wir wollen gucken aber auf eine andere, Stichwort MeToo und die Sexismus-Debatte. Hier steht eine Vorsitzende zur Wiederwahl, die auch oder deren Umfeld auch in diesen Skandal verstrickt ist. Wie glaubwürdig ist das, dass Janine Wissler hier für den Neuanfang der Partei antreten will? Ja, in der Tat, das Kuriose ist ja, dass ihre damalige Co-Vorsitzende Susanne Henequell, die hier auch aus Thüringen kommt, die mit dem MeToo-Skandal in Hessen überhaupt nichts zu tun hatte, ist mit dieser Begründung zurückgetreten, dass es diese Sexismus-Vorwürfe in der Partei gibt. Während die Frau, die da ganz enge Verbindungen hat, ihr ehemaliger Lebensgefährte, ist ja verwickelt in diesen Skandal. Er war damals Mitarbeiter der Landtagsfraktion in Hessen. Und sie hat also offensichtlich nicht das Bedürfnis zurückzutreten, sondern im Gegensatz hat ja nach einer kurzen Phase des Überlegens entschieden, weiterzumachen. Will jetzt trotzdem die Partei erneuern. Und ehrlich gesagt, es ist natürlich nicht glaubwürdig. Also wir werden jetzt gleich sehen, wie sie es begründet. Sie sagt, auch mit ihr ist ein Neuanfang möglich. Sie hat das ja immer scharf verurteilt. Will jetzt auch in der Partei dagegen vorgehen. Es gibt jetzt auch Sexismus-Vorwürfe in der Fraktion. Auch da ist es wirklich auch ein Mittel, sich gegenseitig öffentlich zu beschädigen. Würden Sie sagen, sie schadet eher der Sache, wenn sie weiterhin für die Linke spricht als Bundesparteivorsitzende nach diesen ganzen Diskussionen? Oder halten Sie das auch für plausibel, wie sie das schildert? Janine Wissler verweist ja auch zum Beispiel darauf, dass sie von den zentralen Vorwürfen erst deutlich später erfahren habe. Genau. Also wenn sie jetzt wirklich verwickelt wäre, den Skandal hätte sie, glaube ich, gar keine Chance. Jetzt ist, glaube ich, die Frage, also sie steht nicht für einen Neuanfang. Andererseits haben wir bei der SPD zum Beispiel gesehen, dass das Bemühen, mit immer neuen Köpfen zu kommen, auch nicht unbedingt der Weg aus der Krise war, die jetzt ja bei der SPD vorübergehend überwunden scheint. Jedenfalls die ganz existenzielle. Also bei der Linken, ehrlich gesagt, das kann gut gehen, das kann schief gehen, sowohl mit einem neuen Gesicht als auch mit dem bekannten Gesicht von Janine Wissler. Das hängt, glaube ich, auch von vielen anderen Fragen ab. Jedenfalls klar ist, die Lage ist sehr, sehr ernst. Und wenn Janine Wissler es weitermacht, wird es für sie eine sehr harte Aufgabe. Und wenn es jemand anders übernimmt, gilt genau dasselbe. Helene Bubrowski von der FAZ. Vielen Dank bis hierhin. Wir sprechen auf jeden Fall nochmal im Verlauf dieses Parteitags. Und tatsächlich steht die Rede der Parteichefin. Noch Parteichefin, noch ist sie das. Sie will es auch bleiben. Unmittelbar bevor, aber mehr über den genauen Ablauf, weiß Katharina Kügen. Ja, vielen Dank. Und wir sind auch beim Thema Parteichefs bzw. Chefinnen und deren Wahl bzw. wie dieses Wahlverfahren aussehen soll. Vorher hatten die Parteimitglieder Möglichkeit, online ins Gespräch zu kommen mit den Kandidaten. Und jetzt gab es aber hier den Wunsch von A2-Delegierten schon, dass auch hier im Saal man Fragen stellen kann. Das ist bisher nicht vorgesehen. Und deswegen wird jetzt hier einmal diskutiert, ob nun darüber abgestimmt werden kann. Wir hören mal rein. Aber wir müssen doch hier darüber abstimmen, ob es eine Befragung geben soll. Und auch der Umfang wird durch die Satzung bestimmt, ob und in welchem Umfang eine Befragung der Kandidatinnen und Kandidaten auf dem Parteitag stattfindet, muss hier bestimmt werden. Und dann musst du jetzt, wenn du der Auffassung bist, du möchtest eine, also nicht nur ob, sondern auch wie viel, einen konkreten Vorschlag machen. Sonst ist es doch willkürlich. Bundesgeschäftsführer Jörg Schindler hat hier noch einmal erläutert, damit eben darüber abgestimmt werden kann, ob man die Kandidierenden befragen kann. Da hat er nun gesagt, also ja, dass es da einen Vorschlag geben muss, wie diese Abstimmung aussieht. Dann machen wir hiermit aus dem Tagungspräsidium den Vorschlag von einer Minute Frage und einer Minute Antwort. Unter dem Hinweis, dass wir momentan, ich meine, 88 Kandidierende haben. Dass das also einen Zeitverzug von etwa anderthalb Stunden nach sich ziehen würde, nein, von drei Stunden nach sich ziehen würde, wenn jeweils eine Frage und eine Antwort von einer Minute gestellt werden würde. Dann pro Kandidat oder wie? So, also wir sind in, ja, es gibt einen Antrag, der ist gestellt worden und wir haben ihn jetzt selbst konkretisiert. Ich finde, dass wir das einmal jetzt gemacht haben. In Zukunft sollte das aber durch diejenigen Antragstellerinnen und Antragsteller selbst geschehen. Und es gibt zwei weitere Anträge, einmal an Mikro 4, Mikro 7, Entschuldigung, und einmal an Mikro 6, Mikro 7 zuerst. Gerelkenski, Delegiert Nummer 255. Ich spreche eindeutig gegen die Erweiterung mit einer mündlichen Befragung und Beantwortung hier, weil die Möglichkeiten sind an den Kandidaten bereits auf dem Online-Wiege gegeben, in ausreichender Form. Und deshalb würde ich gegen diesen Antrag sprechen. Und jetzt noch die Wortmeldung an Mikro 6. Charlie Birner, Delegiert Nummer 46. Ich habe einen Alternativvorschlag. Und zwar würde ich vier Fragen, jeweils zwei Minuten Antwortzeit für die Schatzmeisterei, die Wahl der Bundesgeschäftsführung, die Wahl der stellvertretenden Parteivorsitzenden und die Wahl der Parteivorsitzenden veranschlagen und für die Wahl der BeisitzerInnen aus Zeitgründen keine Befragung. Dann bitte ich jetzt noch mal ganz kurz die Wortmeldung von Mikro 6 nach vorne, um noch mal ganz klar zu ziehen. Ich konnte mir in der Kürze der Zeit die Zeiten nicht merken, die vorgeschlagen worden sind. Es handelt sich trotzdem um einen Alternativantrag. Ich würde jetzt den ersten Antrag mit einer Frage- und Antwortrunde von jeweils einer Minute Frage, eine Minute Antwort, also sprich zweimal, das wären jetzt 88 oder 84 Minuten, jeweils also drei Stunden würde das in Anspruch nehmen. Den würde ich jetzt zur Abstimmung stellen. Wer, wir stimmen mit der roten Abstimmkarte ab, wer dafür ist, eine Frage- und Antwortwesen für die Wahlen zuzulassen, der stimmt, wer für den Antrag ist, der stimmt bitte jetzt mit der roten Karte. Wer gegen den Antrag ist, stimmt bitte jetzt mit der Karte. Enthaltungen? Vielen Dank. Der Antrag ist damit abgelehnt. Also es gibt hier keine Frage- und Antworten. Ich erkläre das noch mal, momentan besteht der Parteivorstand aus 44 Mitgliedern. Und wenn man sich das nun überlegt, wer dort alles auch kandidieren möchte, dass dann eben wirklich sofort das zu enormen Verlängerungen dieses Parteitags führen würde, auch wenn erst einmal eine Minute nach nicht so viel klingt. Wir haben jetzt den Antrag auf. So hat es ja hier das Tagungspräsidium ausgerechnet, würde sich dadurch der Parteitag verlängern. Für den Schatzmeister, die stellvertretenden Vorsitzenden und Bundesgeschäftsführung und die Vorsitzende auch. Vier Fragen, zwei Minuten Antwortzeit. Für die weiteren keine Fragen und Antworten. Also für den erweiterten Vorstand keine Fragen. Nochmal? Nein. Vier Minuten, zwei Fragen. Schatzmeister, stellvertretende und Vorsitzende und Bundesgeschäftsführung. Wer für den Antrag ist, bitte hebt jetzt die rote Karte. Wer dagegen ist, bitte jetzt. Enthaltungen? Dankeschön. Wir meinen, dass es mehr sind, die dagegen sind, aber hätten jetzt trotzdem sicherheitshalber noch mal abgestimmt. Wir wollen ja jetzt nichts falsch machen. Also noch mal, wer für den Begrenzten, die vier Fragen hat, zwei Minuten. Wer für das ist, hebt bitte jetzt. Schön weit hoch, damit ich die alle sehen kann. Die rote Karte. Dagegen? Also wir sind uns einig, dass es hier mehr dagegen sind, sodass das abgelehnt ist. Damit ist der Antrag abgelehnt. So, also das wurde abgelehnt, diese Wahlen, die finden erst morgen statt. Ab 13.15 Uhr, so ist es bei Antrag, soll das stattfinden. Aber natürlich muss das heute schon einmal festgelegt werden. Jetzt geht es ja um das Wahlverfahren. Wer für das Wahlverfahren, wie von der Wahlkommission vorgeschlagen ist, jetzt mit der roten. Wer dagegen ist, bitte jetzt. Stimmenthaltungen? Damit ist das Wahlverfahren geklärt. Wir bitten an dieser Stelle darum, dass Anträge und Wortmeldungen ausschließlich am Arbeitstisch neben der Bühne abgegeben werden. Hier nochmal. Genossinnen und Genossen, die noch ihre Kandidatur für den Parteivorstand anzeigen möchten, können dies schriftlich am Arbeitstisch neben dem Präsidium tun oder per E-Mail an kandidaturen-at-die-linke.de. Wir bitten, das geht gerade, aber vorhin war es mal, wir bitten Parteitagsteilnehmerinnen und Teilnehmer sowie Journalistinnen und Journalisten, die Gänge und den Raum vor der Bühne freizulassen und nicht zu verstellen. Ja, auch das. Jetzt muss natürlich hier noch ein bisschen was für die Konstituierung gemacht werden. Und so lange habe ich Zeit noch nachzutragen, dass hier vorhin gesagt wurde, dass 313 Delegierte hier sind beim Parteitag von insgesamt 575. Der Parteitag ist damit allerdings beschlussfähig. Hier in Erfurt, in der Messe Erfurt, also 313 Delegierte und die meisten davon klatschen gerade anlässlich von Geburtstagskindern. Ja, hallo, Charlie Birne nochmal, GO-Antrag. Dadurch, dass noch Kandidaturen möglich sind, diese Personen allerdings keine Fragen mehr beantworten können, da das Tool schon geschlossen ist, beantrage ich hiermit, dass das Tool für Fragen so lange geöffnet bleibt, bis der Wahlgang eröffnet wird. Applaus Diesen Antrag stellen wir jetzt, stimmen wir jetzt ab. Wer dafür ist, dass das Tool bis zum Ende der Einreichungsfrist für Kandidaturen geöffnet bleibt, hebt bitte jetzt die Karte. Gegenstimmen? Enthaltungen? Dann würde das Tool, ich hoffe, dass das technisch so möglich ist, jetzt geöffnet bleiben. Das gebe ich mal geschmeidig an die Technik. Zum Abschluss der Konstituierung, wir haben es sozusagen geschafft, freuen wir uns nun auf das Grußwort der Bürgermeisterin der gastgebenden Stadt, Frau Anke Hoffmann-Domke. Ja, liebe Genossinnen und Genossen, herzlich willkommen in Erfurt. Ich bin sehr froh, euch heute als Bürgermeisterin der Landeshauptstadt begrüßen zu dürfen und nicht als ehemalige Landesgeschäftsführerin des Landesverbandes Thüringen. Ende 2018 wurde Anke Hoffmann-Domke zur Bürgermeisterin gewählt. Der Vorteil einer Bürgermeisterin ist nämlich, man guckt manchmal aus einem ganz anderen Blickwinkel auf die Partei, mit deren Mandat ich unterwegs bin. Ich habe viele Wortbeiträge, viele Veröffentlichungen in den letzten Tagen und Wochen verfolgt und ich sage trotzdem, ich bin froh, in die inhaltliche und organisatorische Vorbereitung nicht so eng wie in den letzten Jahren eingebunden gewesen zu sein. Liebe Genossinnen und Genossen, ihr seid in einer Stadt mit einer langen Geschichte. 1.280 Jahre alt liegen zwischen der Ersterwähnung und dem heutigen Tag. Eine sicher bewegte Geschichte, unverwechselbares, kennzeichnet die Landeshauptstadt Erfurt. Dazu gehört auf jeden Fall die zentrale Lage. Ulrike hatte es vorhin schon mal erwähnt. Wir liegen oder schon immer am Schnittpunkt der alten Handelsstraßen und vielleicht war das auch eine gute Grundlage für die Entscheidung in der jüngsten Zeit, den neu geschaffenen ICE-Knotenpunkt tatsächlich auch hier in Erfurt auf den Weg zu bringen und nicht in einem anderen Landesteil. Der erfolgreiche Handel im Mittelalter bereits, der Land- und Gartenbau, hat vielleicht auch eine Grundlage dafür gelegt, dass im vergangenen Jahr, ich denke, das Land und die Stadt gemeinsam können darauf stolz sein, trotz Corona eine erfolgreiche Bundesgartenschau durchgeführt worden ist. Und die politischen Mehrheitsverhältnisse im Land spiegeln sich durchaus auch bei uns in der Stadt wider. Trotzdem sind wir sehr stolz darauf, dass neben mir als Bürgermeisterin und Beigeordnete für die Bereiche Soziales Bildung, Jugend und Gesundheit auch Matthias Bärwolf als hauptamtlicher Beigeordneter hier in der Landeshauptstadt tätig sein kann. Er ist für die Bereiche Bau, Verkehr und Sport zuständig. Er hat die Eigenbetriebe des Zooparks, Entbesserungsbetriebes und des Erfurter Sportbetriebes unter sich. Und auch eine Ehrenamtliche der beiden Beigeordneten gehört zu unserer Partei, Carola Stange, gleichzeitig Mitglied des Thüringer Landtages. In der Landeshauptstadt ist sie für die Zusammenarbeit mit dem Ehrenamt zuständig. Liebe Genossinnen und Genossen, ihr habt heute ein anspruchsvolles Programm. Die Debatte zur Tagesordnung, zur Geschäftsordnung haben schon einen kleinen Hauch davon in eurer, aber eben auch in die Reihen der Gesellschaft gespült. Ich erinnere mich noch sehr gut und sehr gern an die dritte Tagung des vierten Parteitages. Da liegt schon etwas zurück. Dort wurden nämlich kommunalpolitische Leitlinien der Partei Die Linke beschlossen. In der Präambel, die, wie ich finde, auch in der heutigen Zeit nichts an ihrer Aktualität verloren hat, stehen folgende zwei Sätze. Kommunalpolitik ist konkret und vielfältig. Sie ist unmittelbar direkte Politik. Hier findet ein spürbarer Kontakt zwischen den Entscheidungsträgerinnen und den Einwohnerinnen statt. Je besser und effektiv dieser Kontakt ist, desto erfolgreicher ist Kommunalpolitik. Und das sage ich vielleicht auch mit 38 Jahren kommunalpolitischer Erfahrung, die ich mittlerweile auf dem Buckel mit mir rumtrage. Und ich glaube, dass unser kommunalpolitisches Fund ein wichtiges Fund ist und dass wir uns darauf besinnen müssen, was bewegt die Menschen, welche Entwicklungen gibt es in den Städten, in den Dörfern, auf dem flachen Land, egal wo. Wir müssen den Menschen zuhören. Wir müssen ihre Sorgen und Ängste wahrnehmen. Und wir als Linke müssen alle Fragen immer mit der sozialen Frage verbinden. Egal, ob es Corona, ob es Ukraine-Krieg, ob es Antifaschismus ist. Es ist immer eine soziale Frage. Wir alle bemerken einen wirklich steigenden und ein stetig wachsendes Konfliktpotenzial. Die da oben, wir hier unten. Das sind nicht nur Worte, liebe Genossinnen und Genossen. Es sind Ausdrücke ungleicher Möglichkeiten, das eigene Leben gut und ohne Sorgen zu führen. Sie zeigen aber auch, dass wir von einer wirklichen und echten Chancengleichheit und einheitlichen Lebensstandards noch weit entfernt sind. Wissenschaftliche Studien, aber auch eigenes Erleben führen uns einen wachsenden Mangel an Bildung, aber auch an Gesundheit, Beschäftigung oder Einkommen tagtäglich vor Augen. So auch bei uns in der Landeshauptstadt. Mehr als 215.000 Menschen leben hier. Die meisten fühlen sich wohl, sonst würde es sie ja woanders hin verschlagen. Wir haben in den letzten fünf Jahren einen wachsenden Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund. Von 6,4 auf 9,7 Prozent. Zuletzt auf jeden Fall ausgelöst durch den Angriffskrieg Putins gegen die Ukraine. 2.000 Menschen leben mittlerweile seit März diesen Jahres in der Landeshauptstadt, dank der großen Solidarität der Erfurterinnen und Erfurter zum größten Teil in privaten Wohnungen. Aber die Gemeinschaftseinrichtungen sind voll, die Notunterkünfte ebenfalls. Die Schulen und Sportvereine warten darauf, dass wir die Turnhallen ihrer ursprünglichen Bestimmung wieder freigeben. Und hier braucht es schnell konkrete Nacharbeiten an dem Bundes- und, lieber Bodo, auch an Landesgesetzen. Wir wollen uns dieser Aufgabe stellen. Wir wollen dafür sorgen, dass die Menschen, die unsägliches Leid, die ihre Lebensgrundlage verloren haben, die eine neue Perspektive suchen, auch in Erfurt eine neue Chance erhalten. Das geht nur gemeinsam mit der Zivilgesellschaft. Und ich denke, wir als Linke sind, Ulrike hat das vorhin schon mal gesagt, thüringenweit, aber eben auch in der Landeshauptstadt, in vielen Bündnissen, in vielen Vereinigungen mit am Start und versuchen dort eben auch, das Beste zu erwirken. Ihr wisst alle, ja, manchmal muss man auch Zeit sich nehmen für einen Applaus, aber fünf Minuten sind echt nicht viel, um euch das Schöne an unserer Stadt auch etwas näher zu bringen. Ja, positiv, liebe Gönnersinnen und Genossen, hat sich bundesweit die Situation am Arbeitsmarkt entwickelt. Aber wir wissen, dass bestimmte Gruppen weniger stark von diesen positiven Gesamtergebnissen profitieren. In Erfurt, im Freistaat, in der gesamten Bundesrepublik steigen die Ausgaben für die soziale Sicherung. Wir haben permanent steigende Fallzahlen. Und unsere gemeinsame Aufgabe der demokratischen Parteien insgesamt muss es sein, Angebote und Maßnahmen auf den Weg zu bringen, damit Menschen gar nicht erst in Krisensituationen geraten oder dass sie bei der Bewältigung solcher Situationen auch tatsächlich unterstützt werden. Deshalb, liebe Delegierte, legen euch ja heute auch ganz viele Anträge vor. Ich hoffe und ich wünsche euch, dass ihr hier in der Messehalle, die übrigens in diesen Tagen ihr 25-jähriges Bestehen feiert, gute Bedingungen vorgefunden habt, um kluge und auch weitreichende Entscheidungen für die Partei Die Linke, aber auch für die Menschen in diesem Land zu treffen. Ich wünsche euch dabei viel Erfolg. Ich wünsche euch einen ergebnisreichen und auch erlebnisreichen Bundesparteitag. Allen, die hier kandidieren für bestimmte Änder, viel Erfolg. Glück uns allen, eine solidarische Zukunft mit einer starken Linken. Und ich wünschte mir das Motto des Parteitages, würde noch um zwei Sätze, zwei Wörter ergänzt. Wenn ich mir was wünschen könnte, würde es heißen, es kommt darauf an, zu verändern, aber auch mitzugestalten. Glück auf! Soweit also die Grußworte der Erfurter Bürgermeisterin. Und damit sind wir beim Tagesordnungspunkt, auf den wir schon seit knapp 40 Minuten warten. Das passiert aber häufiger bei Parteitagen, denn die Parteivorsitzende Janine Wissler hat jetzt das Wort noch Parteivorsitzende seit Februar 2021 im Amt. Und sie möchte es ja auch bleiben, auch wenn es ja durchaus auch Kritik gab, unter anderem an ihren Umgang mit den Sexismusvorwürfen in ihrer Partei, möchte sie nun doch morgen sich wieder zur Wahl stellen und hat uns Journalisten ja auch im Vorgespräch schon gesagt, dass sie dort doch recht zuversichtlich auf den morgenden Tag schaut. Und jetzt gibt es auch schon Applaus für Janine Wissler seit April, alleinige Parteivorsitzende der Linken. Und jetzt gibt es auch schon Applaus für Janine Wissler seit April, und jetzt 끊 phänisationen, Wow, vielen Dank dafür. Liebe Genossinnen und Genossen, zum ersten Mal seit Langem treffen wir uns wieder zu einem Präsenzparteitag, nach über zwei Jahren Pandemie. Und zum ersten Mal stehe ich heute auf einem richtigen Parteitag als Parteivorsitzende vor euch. Unsere Partei, die wir vor 15 Jahren gegründet haben, befindet sich in einer tiefen Krise. Wir haben herbe Niederlagen bei der Bundestagswahl und bei den letzten Landtagswahlen erlebt. Zu viele Mitglieder haben unsere Partei verlassen. Es kommt darauf an, sie zu verändern, so lautet das Motto dieses Parteitags. Das gilt für die Welt und das gilt auch für uns als Linke. Vor 15 Jahren haben wir uns aufgemacht, aus zwei Parteien eine werden zu lassen, um dieses Land zu verändern. Wir hatten Erfolge und wir hatten Niederlagen. Ja, wer kämpft, kann verlieren. Aber zur Wahrheit gehört, dass wir in den letzten Jahren häufiger verloren haben, als es zu Verschmerzen gewesen wäre. Und dabei haben wir immer wieder den Eindruck hinterlassen, als wären uns die Kämpfe untereinander wichtiger als die für unsere politischen Ziele. Das, liebe Genossinnen und Genossen, müssen wir selbstkritisch festhalten. Und vor allem, das müssen wir ändern. Ein Zurück zur politischen Konstellation der 2000er Jahre und zu unserer Gründungszeit kann und wird es nicht geben. Wir müssen unsere Rolle heute hier im Hier und Jetzt finden, als Opposition zur Ampelregierung, als einzige linke Opposition, als sozialistische Gerechtigkeitspartei, liebe Genossinnen und Genossen. Und die Ampel, sie lässt viel Platz für linke Politik. Die Themen liegen doch auf der Hand. Steigende Preisen, steigende Mieten, wachsende Ungleichheit, Armut und prekäre Arbeit, unzureichende Klimapolitik, Aufrüstung. Unsicherheit ist für viele Menschen zum Lebensgefühl geworden. Die Konzentration von Macht und Reichtum in den Händen weniger bedroht die Grundlagen der Demokratie. In dieser Situation müssen wir linke Alternativen aufzeigen und unser Profil schärfen. Und das heißt, die Betressen der Beschäftigten, der Erwerbslosen, der Rentnerinnen und Rentner in den Mittelpunkt unserer Politik zu stellen. Menschen, die jeden Tag zur Arbeit gehen und dann doch jeden Euro zweimal umdrehen müssen. Menschen, die erwerbslos sind und die in Armut leben. Menschen, die sich von Befristung zu Befristung hangeln, die sich sorgen, ob sie morgen noch einen Job haben oder ob sie jemals wieder eine bezahlbare Wohnung finden. Derzeit sprechen viele Menschen unter der Überschrift, ich bin armutsbetroffen, mutig und offen darüber, wie sich Armut in diesem reichen Land anfühlt. Wie es sich anfühlt, wenn man sich Dinge des täglichen Bedarfs nicht mehr leisten kann. Und sie berichten von Scham und von Ausgrenzung. Von dem Gefühl, seinen Kindern nichts bieten zu können. Und von der Wut über diese Zustände. Hören wir diesen Menschen zu. Und vor allem unterstützen wir sie dabei, dass sie endlich überall gehört werden. Wenn Menschen ihren Kindern erklären müssen, dass ein Kinobesuch, ein Ausflug oder auch nur eine Kugel Eis einfach nicht drin ist. Wenn Alleinerziehende Einladungen zu Kindergeburtstagen unter einem Vorwand absagen, weil sie das Geschenk sich nicht leisten können. Wenn Rentnerinnen ihre Wohnung nicht heizen, weil sie Angst vor der Gasrechnung haben, dann sind das doch Zustände, mit denen wir uns niemals abfinden werden, liebe Genossinnen und Genossen. Viele Menschen wissen nicht mehr, wie sie die steigenden Preise bezahlen sollen für Lebensmittel oder für die Mieten. Sie wissen nicht, wie sie die Gasrechnung bezahlen sollen. Für sie muss es schnelle und gerechte Entlastung geben. Auch für die Rentnerinnen und Rentner und für die Studierenden. Weil unter Studierenden lebt jeder Dritte in Armut und jeder Fünfte Rentner ist von Armut betroffen. Die Ampel hat die Leute einfach vergessen. Wir wollen, dass diese Menschen sofort entlastet werden, damit sie nicht in die Armut rutschen. Sozialleistungen müssen sofort um 200 Euro monatlich erhöht werden, mindestens. Zur Erinnerung, der Hartz-IV-Regelsatz wurde in diesem Jahr um drei Euro erhöht. Für Erwachsene. Für Kinder waren es nur zwei Euro. Und dass einige Jobcenter jetzt auch noch wegen des 9-Euro-Tickets, das Menschen entlasten soll, Geld für die Schülerbeförderung zurückfordern, weil es eine ungerechtfertigte Bereicherung sei. Liebe Genossinnen und Genossen, das ist eine absolute Sauerei im Zusammenhang mit Hartz IV und Verreicherung zu sprechen, ist doch ein Hohn. Die versprochene Kindergrundsicherung und damit der Kampf gegen Kinderarmut, den hat die Ampel einfach auf das Jahr 2024 verschoben. Kinder haben aber nur eine Kindheit. Sie können nicht warten. Die Menschen, die jetzt in Armut leben, denen muss jetzt geholfen werden. Und die Ampel wird all diese Probleme nicht lösen. Mit ihr wird es keinen bundesweiten Mietendeckel geben zum Schutz von Mieterinnen und Mietern. Und auch keine echten Verbesserungen für Pflegekräfte oder die Bürgerversicherung. Das Thema Umverteilung und Vermögensteuer wurde schon abgeräumt, bevor man in die Sondierungsgespräche gegangen ist. Und die Schuldenbremse und die schwarze Null sollen bleiben. Nur für die Aufrüstung wird eine Ausnahme gemacht durch ein sogenanntes Sondervermögen, das geschaffen wurde. All das lässt doch nicht nur viel Raum für linke Kritik. Nein, es macht sie dringend notwendig, dass diese Ampel Druck von links bekommt. Und die steigenden Preise, diese steigenden Preise, die sind doch eine ganz enorme gesellschaftliche Sprengkraft. Und hier müssen wir doch als Linke aktiv werden. Wir müssen Infostände machen, Kundgebung machen. Wir müssen uns auf die harten Verteilungskämpfe im Herbst vorbereiten und linke Antworten darauf geben, liebe Genossinnen und Genossen. Und es ist ja jetzt auch nicht so, dass gerade alle ärmer werden. Die Zahl der Vermögensmillionäre ist gestiegen und die Mineralöl- und Energiekonzerne verdienen gut an steigenden Preisen und dem Tankrabatt. Die sind nämlich gar nicht gemeint, wenn Finanzminister Lindner von fünf Jahren der Knappheit spricht. Wer an der sozialen Ungleichheit etwas verändern will, der muss für Umverteilung sorgen. Für die Wiedererhebung der Vermögensteuer, für eine einmalige Vermögensabgabe auf hohe Vermögen. Und wir wollen die Übergewinne der Krisenprofiteure stärker besteuern. Und ich bin froh, dass die linksmitregierten Länder im Bundesrat genau diese Initiative eingebracht haben. Vielen Dank an die Genossinnen und Genossen. Wir brauchen eine staatliche Energiepreisaufsicht, damit man hohe Preise nicht einfach subventioniert, sondern damit Schluss damit ist, dass Energiekonzerne sich bereichern auf Kosten der Verbraucherinnen und Verbraucher wie ERWE, E.ON und Sie das alle gerade machen. Wiedereinführung der staatlichen Strompreisaufsicht. Liebe Genossinnen und Genossen, der Sozialstaat ist eine der wichtigsten und großen Errungenschaften der Arbeiterinnenbewegung. Und dabei geht es immer schon um mehr als Sozialpolitik. Unser Eintreten zur sozialen Gerechtigkeit hat sich noch nie in Sozial- und Arbeitsmarktpolitik erschöpft. Nein, auch der Zugang zur Bildung ist eine Klassenfrage. Der Zugang ist abhängig von der Herkunft. Das heutige Bildungssystem verstärkt die soziale Ungleichheit. Kinder aus armen Familien, Kinder mit Migrationsgeschichte und Kinder mit Behinderung haben in diesem Schulsystem nicht die gleichen Chancen. Und das wollen wir ändern. Wir wollen längeres gemeinsames Lernen. Eine Schule für alle Kinder. Und ganz wichtig, wir wollen eine neue Kultur des Lernens. Eine Kultur, die Kinder und Jugendliche stärkt, statt sie durch schlechte Noten und Sitzenbleiben zu beschämen. Lasst uns für eine andere Bildungspolitik kämpfen, die allen Kindern die gleichen Möglichkeiten bietet. Die Möglichkeiten, sich selbst entfalten zu können, vollkommen egal in welche Familie sie geboren werden, liebe Genossinnen und Genossen. Seit nunmehr vier Monaten werden wir Zeuge eines furchtbaren Krieges in der Ukraine. Wohnhäuser werden zerbombt. Menschen sind auf der Flucht. Millionen Menschen. Tausende wurden getötet. Familien auseinandergerissen. Die russische Führung trägt die Verantwortung für diese Eskalation. Der verbrecherische Angriffskrieg ist durch nichts zu rechtfertigen. Und natürlich gilt unsere Solidarität den Menschen in der Ukraine, die um ihr Leben fürchten, die fliehen mussten, die Angehörige zurücklassen mussten, die alles verloren haben. Ja, auch wir wissen, dass dieser Konflikt eine Vorgeschichte hat. Aber es gibt keine Rechtfertigung für diesen Krieg. Putin war es, der erklärt hat, die Staatlichkeit der Ukraine sei ein Fehler der russischen Revolution gewesen. Damit verfolgt er imperiale und nationalistische Ansprüche. Und zwar nicht erst seit dem Überfall auf die Ukraine. Für uns gilt, was wir an der Kritik an der NATO und den USA, was für uns selbstverständlich war, gilt natürlich auch für Russland. Wir messen nicht mit zweierlei Maß. Wenn die Ukraine angegriffen wird, gilt der Solidarität der Bevölkerung, die unter diesem Krieg leidet. Und unsere Solidarität gilt den mutigen Menschen in Russland, die gegen diesen Krieg, die für Frieden auf die Straße gehen, trotz Repression, trotz hoher Haftstraßen. Und gerade jetzt sind alle Brücken in die russische Zivilgesellschaft wichtig. Russland ist nicht gleichzusetzen mit dem Kreml. Wenn stete Partnerschaften ausgesetzt werden und russische Kulturschaffende ausgeladen werden, dann ist das ein falsches, ein fatales Signal. Da stellen wir uns dagegen. Viele Menschen in diesem Land haben Angst, dass dieser Krieg sich ausweitet. Sie haben Angst vor der Rutschbahn in einem Dritten Weltkrieg, vor dem Einsatz von Atomwaffen. Und es muss alles getan werden, um eine weitere Eskalation zu verhindern und zu einer Verhandlungslösung zu kommen. Die Lieferung von Waffen, insbesondere schwerer und offensiver Waffensysteme an die Ukraine, die lehnen wir ab, liebe Genossinnen und Genossen. Wir wenden uns an die vielen Menschen, die nachdenklich sind und die sich nicht dieser scheinbaren Alternativlosigkeit der militärischen Logik beugen wollen. Wir lassen nicht zu, dass nicht militärische und pazifistische Ansätze verächtlich gemacht werden und ins Lächerliche gezogen werden. Wir waren aus guten Gründen als Linke häufig gegen Sanktionen, weil sie breite Teile der Bevölkerung zu treffen drohen. Gezielte Sanktionen gegen Oligarchen, gegen den militärisch-industriellen Komplex in Russland können aber die Machtbasis Putins schwächen und sie können Druck aufbauen. Und deswegen halte ich es auch für richtig, dass diese Art der Sanktionen im Leitantrag gefordert werden, aber nicht Sanktionen, die zu einer Verarmung der Mehrheit der Bevölkerung führen. Ein sofortiges Gasembergo hingegen hätte dramatische Folgen für die Bevölkerung und auch für die Arbeitsplätze in diesem Land. Es würde zu dramatischen sozialen Verwerfungen führen. Richtig ist aber, natürlich muss die Abhängigkeit von Gas und fossiler Energie reduziert werden. Wir wissen um den Zusammenhang von fossilen Energien und neuen Kriegsgefahren. Es braucht jetzt Milliardenpakete für eine sozial gerechte Energiewende. Das wäre eine Zeitenwende in die richtige Richtung. Aber Bundeskanzler Scholz meint mit seiner Zeitenwende eine gigantische Aufrüstung. Die Ampel hat gemeinsam mit der Union 100 Milliarden für die Bundeswehr auf den Weg gebracht. Zur Erinnerung, die Mittel für den Verteidigungshaushalt wurden schon seit 2014 um 50 Prozent erhöht. Bei den Rüstungskonzernen knallen die Sektkorken, aber den Menschen in der Ukraine ist damit überhaupt nicht geholfen. Die weltweiten Rüstungsausgaben sind immer weiter gestiegen. Sie haben diesen russischen Angriff nicht verhindert durch Abschreckung. Und deshalb ist es so gut und wichtig, dass sowohl die Bundestagsfraktion als auch die linksmitregierten Länder im Bundesrat diesem 100 Milliarden Paket nicht zugestimmt haben, weil es eine laute Stimme braucht, die dagegen aufsteht. Und bei den 100 Milliarden, das wird ja gern so getan, als würde es dann nur um warme Unterwäsche für die Truppe gehen. Nein, es geht um atomwaffenfähige Kampfflugzeuge. Es geht um die Bewaffnung von Drohnen. Eine grüne Außenministerin spricht von nuklearer Abschreckung und warnt vor Kriegsmüdigkeit. Und der SPD-Vorsitzende will, dass Deutschland eine internationale Führungsmacht werden müsse, nach 80 Jahren Zurückhaltung und meint das explizit auch militärisch. Das lehnen wir strikt ab. Wir wollen keine deutsche Führungsmacht, gerade nicht vor dem Hintergrund der deutschen Geschichte, liebe Genossinnen und Genossen. Wenn die Bundesregierung international mehr Verantwortung übernehmen will, ja bitteschön, dann soll sie endlich aufhören, Waffen in aller Herren Länder zu exportieren und damit Kriege zu befeuern und an Kriegen zu verdienen. Wir wollen kein neues globales Wettrüsten und wir wollen keine Atomwaffen auf diesem Planeten. Und deshalb machen wir Druck als Linke, dass Deutschland endlich dem Atomwaffenverbotsvertrag beitritt. Und wir sind doch nicht vor Abrüstung, weil wir irgendwie ideologisch verbohrt sind. Nein, weil wir ganz pragmatisch sind und wissen, dass Atomkriege niemand gewinnt und dass wir so viele Atomsprengköpfe auf diesem Planeten haben, dass man die Menschheit zigfach ausrotten kann. Niemand gewinnt einen Atomkrieg und deshalb wollen wir Atomares abrüsten. Das muss auf die Tagesordnung. Unser Nein zu Bundeswehreinsätzen im Ausland, zu Waffenexporten, zu Aufrüstung, das ist doch richtig. Es wird von vielen Menschen geteilt. Und die russische Invasion führt natürlich nicht zur Akzeptanz der NATO. Unsere Kritik wird ja nicht dadurch obsolet. Ja, es war ein Fehler, dass die NATO nach Ende der Blockkonfrontation als Militärbündnis bestehen blieb und sich immer weiter nach Osten ausgeweitet hat. Und die Kriege der NATO wurden natürlich nicht für Menschenrechte und Demokratie geführt, auch wenn die Bundesregierung gerne von wertebasierter Außenpolitik und vermeintlichen westlichen Werten spricht. Nein, ihre Agieren orientiert sich an geostrategischen Interessen. Das zeigt sich doch im Umgang mit Saudi-Arabien, die seit 2014 direkt am Krieg im Jemen beteiligt sind und lange mit Waffenlieferungen aus Deutschland unterstützt wurde. Und das zeigt sich doch auch im Umgang mit der Türkei und Erdogan. Für uns gilt, erkämpft das Menschenrecht, gilt universal. Es gilt für alle von unterdrückten Betroffenen. Es gilt für Julian Assange, der jetzt vor der Auslieferung steht. Es gilt für die Gefangenen in Guantanamo. Es gilt für chinesische Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter, die um ihre Rechte kämpfen. Es gilt für die russische Opposition. Es gilt für die kurdische Bewegung gegen die Repression und den Krieg Erdogans. Und hier eines ganz klar, unsere Solidarität gilt der HDP, die vor einem Verbot steht. Und ich bin froh, dass wir auf diesem Parteitag ein Grußwort unserer Schwesterpartei HDP haben werden. Liebe Genossinnen und Genossen, es ist gut, dass Geflüchtete aus der Ukraine Solidarität und Unterstützung erfahren. Und zwar auch von Staaten der Europäischen Union, die das vorher nicht gemacht haben. Wir vergessen aber auch die anderen Kriege auf dieser Welt nicht. Und wir vergessen nicht die Geflüchteten im belarussisch-polnischen Grenzgebiet. Und die Geflüchteten, die im Mittelmeer drängen, die keine Hilfe und Solidarität erfahren, sondern illegale Pushbacks und Zäune. Für uns gibt es keine Zweiklassen von Kriegsflüchtlingen. Nein, die Menschen aus Afghanistan, aus dem Irak oder aus Syrien haben das gleiche Recht auf Hilfe. Alle Menschen, die vor Bomben und Krieg führen, vollkommen egal, welcher Religion sie angehören oder welche Hautfarbe sie haben. Ich habe meine erste Auslandsreise als Parteivorsitzende nach Lesbos gemacht. Und ich habe dort das Lager Karatepe besucht. Und dort leben tausende Menschen in Zelten, im Sommer in der Hitze, im Winter in der Kälte. Ich habe dort Kinder getroffen, die seit Jahren dort leben, die in ihrem Leben noch nie einen Spielplatz gesehen haben. Diese Lager wie Karatepe müssen evakuiert werden. Und die Menschen müssen dort weg. Die müssen aufgelöst werden. Das Ziel einer weltweiten Friedensordnung, das bleibt richtig. Und unsere Außenpolitik gründet sich nicht auf Militär, auf Aufrüstung, auf Standortwettbewerb und Wirtschaftskrieg. Uns geht es um eine gerechte Weltwirtschaftsordnung, die nicht auf der Ausbeutung des globalen Süden beruht. Es geht um die Freigabe von Patenten auf Medikamente und Impfstoffe. Es geht um die Überwindung des Hungers in der Welt, um ein Verbot von Nahrungsmittelspekulation. Denn Essen gehört auf den Teller und nicht an die Börse. Und dafür sollte sich Bundeskanzler Scholz einsetzen beim G7-Gipfel jetzt, der gerade in Elmau stattfindet. Und dazu gehört natürlich auch eine grundlegende Veränderung der Europäischen Union. Ein Schlüsselthema für die nächsten zwei Jahre bis zur Europawahl. Und ein letztes, als Partei der internationalen Solidarität freuen wir uns natürlich riesig über die historischen Wahlerfolge von Gustavo Petro in Kolumbien und Gabriel Boric in Chile. Und wir gratulieren herzlich, Brasilien wählt bald. Das sind großartige Signale aus Lateinamerika. Liebe Genossinnen und Genossen, der Klimawandel wird weltweit zu schwersten gesellschaftlichen Verwerfungen führen. Und die ersten Leidtragenden sind die Menschen im globalen Süden, die durch Dürren, Ernteausfälle und Überschwemmungen zur Flucht gezwungen werden. Aber auch in Europa sind die Folgen des Klimawandels längst spürbar. Die verheerenden Waldbrände, die Überflutungen im letzten Jahr. Ich war bei den Menschen vor Ort im Ahrtal. Ich habe mit Menschen gesprochen, die Angehörige und Nachbarn verloren haben. Deren ganze Existenzen vernichtet wurde. Alles, was Menschen sich über Jahrzehnte aufgebaut haben. Wenn wir den Klimawandel aufhalten wollen, dann geht es um eine grundlegende Veränderung unserer Gesellschaft. Es geht um ein Ende der Ausbeutung von Mensch und den natürlichen Lebensgrundlagen. Das schrieben schon Karl Marx und vor allem Friedrich Engels, lange bevor das Phänomen des Klimawandels als Folge des fossilen Kapitalismus bekannt war. Kurz gesagt, wir waren schon immer grüner als die Grünen. Doch mit dieser notwendigen Transformation sind große Ängste und Sorgen verbunden. Und zwar zu Recht. Und diese rühren aus den Erfahrungen mit Strukturwandel in den Kohle- und Industrieregionen und ganz besonders aus den sozialen Verwerfungen, die die Menschen in Ostdeutschland nach 1990 erlebt haben. Und besonders eindrücklich war das für mich, als ich letztes Jahr mit den sächsischen Genossinnen und Genossen in einem Besucherbergwerk im Erzgebirge war. Und da haben mir die ehemaligen Bergleute die Geschichte der Wismut erzählt. Dem größten Bergbauunternehmen der DDR. 50.000 Arbeitsplätze, dass sie innerhalb von kürzester Zeit wegfielen und ganzen Regionen die wirtschaftliche Grundlage entzogen wurde. Das ist übrigens eine Geschichte, die im Westen den wenigsten bekannt ist. Nach 1990 wurden ganze Regionen deindustrialisiert, Betriebe durch die Treuhand ausverkauft und privatisiert, Hunderttausende Arbeitsplätze abgebaut und ganze Regionen von der Infrastruktur abgehängt. Ich finde, wir sollten aus den Transformationserfahrungen im Osten lernen. Und wir sollten auch lernen von den Kämpfen, wie dem der Kali-Kumpel in Bischofrode, die monatelang ihr Bergwerk besetzt haben, die in den Hungerstreik traten, um sich gegen den Verlust der Arbeitsplätze zu wehren. Wir sollten an diese Erfahrungen und diese Kämpfe erinnern, wenn wir über sozial-ökologische Transformation sprechen. Wir brauchen massive staatliche Investitionen für Krankenhäuser, für kleine Schulen im ländlichen Raum. Wir wollen stillgelegte Bahnstrecken reaktivieren und wir wollen diese Alternativen für die Menschen konkret machen. Und das ist unser Auftrag als linke Partei, gerade in Zeiten großer Umbrüche. Beim Klimawandel geht es um die Zukunft der Menschheit. Und nein, der Markt wird auch dieses Problem nicht lösen. Die Ampel diskutiert jetzt über die Verlängerung von Laufzeiten von Atom- und Kohlekraftwerken unter grüner Regierungsbeteiligung wohlgemerkt. Bei der Energiewende kommt man nicht voran und alle reden vom Energiesparen, aber diese Ampel wird nicht mal ein Tempolimit beschließen. Meine Güte, das ist doch der allererste Schritt, den man macht, wenn er Energie sparen will. Wir brauchen ein demokratisches Eingreifen in die Wirtschaft. Wir brauchen das größte Investitionsprogramm aller Zeiten. Und dafür müssen wir Reichtum umverteilen, damit die Kosten dafür nicht auf die Beschäftigten abgewälzt werden. Lasst uns die Partei sein, die den notwendigen sozial-ökologischen Umbau mit sozialen Garantien und mit dem Ausbau von demokratischen Mitbestimmungsrechten verbindet. Und ich finde, gut vorgemacht hat das NÜB am letzten Wochenende mit Jean-Luc Mélenchon. Die haben doch vorgemacht, wie man radikale soziale Forderungen verbinden kann mit ökologischen Forderungen. Und so eine Alternative sein kann zum neoliberalen Macron und zur rassistischen Le Pen. Herzliche Glückwünsche nach Frankreich für diesen großartigen Wahlerfolg. Um die Industrie in Deutschland zu erhalten, brauchen wir kluge Konversionskonzepte. Wir brauchen Konversionskonzepte für die Automobilindustrie nach dem Verbrennungsmotor und für die Werften alternativ zu Kreuzfahrtschiffen und Militär. Und die Beschäftigten müssen mitentscheiden können durch den Ausbau der Mitbestimmung durch regionale Wirtschafts- und Transformationsräte. Und liebe Genossinnen und Genossen, gerade die Digitalisierung, vor der viele Angst haben, bietet doch eine Chance auf ein besseres Leben für alle, auf eine Reduzierung der Arbeitszeit. Vier Tage Woche für alle wird doch in einigen europäischen Ländern schon versucht. Das würde Zeit schaffen für Sorgearbeit und eine bessere Verteilung der Arbeit zwischen den Geschlechtern. Und das wäre möglich, wenn die Fortschritte zum Wohle aller genutzt werden, statt von wenigen angeeignet zu werden. Dabei geht es um Verfügungsgewalt. Und diese Fragen im 21. Jahrhundert in Zeiten großer Umbrüche zu stellen und zu beantworten, das ist Aufgabe einer sozialistischen Partei im Hier und Jetzt. Und es geht um das Eigentum an Grund und Boden. Wenn immer mehr städtischer Grund verkauft wird und Gegenstand von Spekulationen wird, dann treibt das die Mieten in die Höhe. Und dass die Infragestellung bestehender Eigentumsverhältnisse populär sein kann, zeigt die Kampagne Deutsche Wohnen, Vonovia und Co. Enteignen in Berlin. Mit einer breiten Zustimmung von 57 Prozent beim Volksentscheid. Liebe Genossinnen und Genossen, das ist einer der größten Erfolge der Gesellschaft Linken in den letzten Jahren. Das ist populäre linke Politik. Die Linke ist eine politische Sammlungsbewegung, die unterschiedliche Kämpfe zusammenbringt und sie nicht gegeneinander stellt. Die Frage ist nicht, ob wir unterschiedliche Milieus erreichen, sondern wie wir das tun. Natürlich unterstützen wir gewerkschaftliche Kämpfe. Und gerade aktuell den Kampf an den Unikliniken in Nordrhein-Westfalen, die seit sechs Wochen im unbefristeten Streik sind. Großartig ist das, dass die Pflegekräfte sich wehren gegen diese Arbeitsbedingungen. Und es haben sich neue politische Bewegungen formiert für konsequente Klimapolitik, für solidarische Flüchtlingspolitik, für die umfassende Gleichberechtigung und alle Formen von Diskriminierung. Diese Menschen in diesen Bewegungen, die müssen die Linke als verlässliche Partnerin erleben, liebe Genossinnen und Genossen. Denn man kam vom Gleiche Rechte für Frauen, für queere Menschen, für Menschen mit Migrationsgeschichte. Dabei geht es um Menschenrechte und um die Überwindung gesellschaftlicher Spaltung. Und die sozialistische Bewegung hat immer für das Frauenwahlrecht gekämpft und gegen die Kriminalisierung durch § 175. Und für das Recht auf Schwangerschaftsabbruch. Und es ist gut, dass er heute endlich abgeschafft wurde im Deutschen Bundestag. Der Paragraf 219a und der Dank geht an die vielen Aktiven, die dafür jahrelang gekämpft haben, Christina Hänel und viele andere. Aber für uns ist klar, auch der Paragraf 218 muss weg. Schwangerschaftsabbruch gehört nicht ins Strafgesetzbuch für körperliche Selbstbestimmung. Der Kampf gegen Rassismus und Faschismus, gegen Antisemitismus und rechte Gewalt ist eine permanente Aufgabe für uns als linke Partei. Dort, wo es keine starke Zivilgesellschaft und keine Bündnisse gegen Rechts gibt, dort wächst die Bedrohung für Menschen mit Migrationsgeschichte. Für queere Menschen und für alle Menschen, die irgendwie der politischen Linken zugeordnet werden. Der Terror des NSU, die Morde in Halle, in Hanau und an vielen anderen Orten zeigen, wie groß die Gefahr von rechts ist. Und der muss sich eine Linke tagtäglich in Schienen entgegenstellen. Liebe Genossinnen und Genossen, die herbe Niederlage der Linken bei der Bundestagswahl hat gezeigt, dass viele Menschen uns derzeit nicht zutrauen, etwas bewirken zu können. Und diese Menschen, die uns mal gewählt haben und das jetzt nicht mehr tun, finden ja nicht auf einmal unser Programm schlecht. Oder sind jetzt doch für die Rente ab 67. Das Problem ist, dass wir in der Öffentlichkeit als zerschritten wahrgenommen werden und als uneins. Dass wir widersprüchliche Botschaften aussenden. Und wir müssen zu gemeinsamen Botschaften kommen und sie auch gemeinsam vertreten. Linke Politik muss polarisieren. Sie muss provozieren und sie muss zuspitzen. Aber immer entlang von oben und unten und niemals von unten nach noch weiter unten. Wir wollen nicht die eigene Wählerschaft polarisieren, sondern zwischen uns und den politischen Gegnern. Und das bedeutet, dass wir unsere Ideen auf populäre Art und Weise unter die Menschen bringen. Durch gute Öffentlichkeitsarbeit, kreative Aktionen und den Mut zu provokanten Forderungen. Menschen in prekären Verhältnissen gehen am wenigsten zur Wahl. Und das ist Ausdruck von Ohnmacht und Resignation. Mit mehr Plakaten oder schickeren Flugblättern werden wir das nicht ändern. Wir müssen uns selbstkritisch fragen, warum Menschen, die uns mal gewählt haben, warum wir die nicht mehr erreichen. Und vor allem müssen wir uns fragen, wie wir das ändern können. Nämlich durch persönliche Gespräche an der Haustür, am Infostand, bei der Sozialberatung. All das sind wichtige Mittel. Und natürlich muss die Linke mit einer guten Parlamentsarbeit zeigen, dass sie einen Unterschied macht. Ob in der Opposition oder in der Regierung. Wir müssen uns inhaltlich weiterentwickeln. Wir müssen eine aktive Mitgliederpartei sein und die Partei organisatorisch reformieren. Und wir müssen auch an unserer Kultur arbeiten. Wir brauchen einen solidarischen und respektvollen Umgang miteinander. Liebe Genossinnen und Genossen, es ist eine Schwäche unserer Partei, wenn wir nicht verhindert haben, dass Frauen in unseren Reihen Sexismus oder sogar Übergriffe erleben. Bei allen Frauen, denen wir bisher nichts oder wenig anbieten konnten, wenn ihnen Unrecht widerfahren ist, möchte ich mich aufrichtig entschuldigen. Sexismus ist ein gesamtgesellschaftliches Problem, ja. Aber der Anspruch an uns als feministische Partei ist zu Recht höher als an andere. Und ich will nicht sagen, dass ich in den letzten Monaten alles richtig gemacht habe. Aber ich will euch versichern, dass alles, was ich getan habe, in bester Absicht war. Und es ist gut, dass der Parteivorstand eine externe Expertenkommission eingesetzt hat. Frauen sollen nicht schweigen müssen, wenn sie Diskriminierung oder gar Gewalt erfahren. Es ist gut, wenn sie sich wehren. Sie müssen Hilfe erfahren. Und das ist unsere Aufgabe als Partei, ihnen dafür nötige Strukturen zur Verfügung zu stellen. Lasst uns einen Umgang mit diesen Fehlern finden, damit wir es besser machen können. Man kann, liebe Genossinnen und Genossen, man kann aus Krisen gestärkt hervorgehen, wenn man die richtigen Schlüsse zieht. Klare Botschaften, Solidarität miteinander, mehr Wertschätzung füreinander auf allen Ebenen. Wir haben ein starkes Fundament mit zehntausenden Mitgliedern, mit aktiven Kreisverbänden, mit tausenden kommunalen Mandats- und Amtsträgern. Letztes Wochenende, wieder verteidigt, großartiger Erfolg in Bernau. 64 Prozent für André Stahl im ersten Wahlgang. Herzlichen Glückwunsch. Wir haben neun Landtagsfraktionen und vier Länder, in denen wir mitregieren. Und hier in Thüringen sind wir nach wie vor stärkste Kraft. Lieber Bodo, ich freue mich, dass du hier bist bei unserem Parteitag. Das Potenzial ist doch da. 18 Prozent der Menschen können sich vorstellen, uns zu wählen. Und 54 Prozent unserer Wähler wünschen sich, dass wir mehr vom Sozialismus sprechen. Also lasst uns mehr Sozialismus wagen, liebe Genossinnen und Genossen, für öffentliches Eigentum, für Demokratie. Die letzten Monate waren alles andere als leicht und einfach für die Partei, aber auch für mich persönlich. Und ich will an dieser Stelle sagen, dass ich den Rücktritt von Susanne sehr bedauere. Und ich möchte ihr heute von hier danken für die gemeinsame Zeit. Und ich möchte ihr danken, liebe Susanne, danke für deine Arbeit als Vorsitzende unserer Partei. Ich war in den letzten 15 Monaten in allen 16 Landesverbänden und in etwa 120 Kreisverbänden. Ich habe so viele Mitglieder getroffen, die sich ein Bein ausreißen für diese Partei. Die allermeisten davon ehrenamtlich. Abends im Kommunalparlament oder im Kreisvorstand. In der Mieterinitiative im Bündnis gegen Rechts. Aktiv in der Hartz-IV-Beratung oder in der Bürgerinitiative. Ich will, dass diese Mitglieder wieder stolz sein können auf ihre Partei, wenn sie morgens in die Zeitung schauen. So wie es war, als Gerhard Trabert für uns angetreten ist bei der Wahl zum Bundespräsidenten. Und ich freue mich, dass Gerhard Trabert morgen hier sein wird. Weil er redet über Obdachlosigkeit, über Armut und Gesundheit. Und er hat über die Linke hinaus Ausstrahlung entwickelt. Das hat die mediale Resonanz. Das deutliche Mehr an Stimmen in der Bundesversammlung. Und auch die Zuwächse in den Umfragen in dieser Zeit gezeigt. Und deshalb vielen Dank, lieber Gerhard, dass du für uns angetreten bist. Großartig. Wir sind stolz, dass du unser Kandidat warst. Ich komme sofort zum Schluss. Ich hatte dich den... Ich habe mich ein bisschen verschätzt. Ich hatte mit etwas weniger Applaus gerechnet, gebe ich ehrlich zu. Liebe Genossinnen und Gelassen, lasst uns diesen Parteitag als Chance begreifen, strittige Fragen zu klären. Und abweichende Meinungen äußern zu können, ja, das ist eine Selbstverständlichkeit einer demokratischen Partei. Offene Debatten und der Respekt vor politischen Minderheitspositionen sind die Voraussetzung für innerparteiliche Demokratie. Aber demokratisch beschlossene Mehrheitspositionen müssen, nachdem sie getroffen werden, auch gemeinsam nach außen vertreten werden. Gerade durch die, die das Bild der Linken in der Öffentlichkeit prägen. Weil sonst... Weil sonst werden doch unsere demokratischen Meinungsbildungen und unsere Beschlüsse entwertet. Und man muss immer daran erinnern, dass es Abgeordnete und Fraktionen gibt der Linken. Das liegt daran, dass es diese Partei gibt mit ihren 60.000 Mitgliedern. Und wenn wir am Sonntag von diesem Parteitag nach Hause fahren, dann lasst uns bitte alles daran setzen, dass sich unsere Vielfalt, die so wichtig ist, dass sie sich wieder ergänzt und sich nicht widerspricht. Lasst uns nachsichtiger miteinander sein. Lasst uns aufhören, uns in sozialen Medien Dinge vorzuwerfen und Fehler öffentlich zur Schau zu tragen. Lasst uns nach innen leidenschaftlich diskutieren. Aber nach außen geht es gegen den politischen Gegner und für die Menschen, die auf uns hoffen. Es kommt darauf an, sie zu verändern. Das ist das Motto dieses Parteitags. Der ganze Satz ist aus den Feuerbach-Thesen von Karl Marx und er lautet, die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert. Es kommt aber darauf an, sie zu verändern. Hören wir auf mit der Selbstbeschäftigung. Wenn wir Veränderungen erkämpfen wollen, dann müssen wir uns auch als Partei verändern. Wir werden in den nächsten drei Tagen nicht alle Probleme lösen können. Aber wir können Weichen stellen. Lasst uns bitte um diese Partei kämpfen und zwar mit aller Kraft. Eine Linke in der Tradition Rosa Luxemburgs und Karl Liebnechts. Wir haben die Verantwortung und wir haben die verdammte Verpflichtung, diese Partei zusammenzuhalten. Und das dürfen wir nicht leichtfertig verspielen. Das hat viel Mühen gekostet, diese Partei vor 15 Jahren zu gründen. Und deshalb in der Verantwortung für die Menschen, die Hoffnung in uns setzen. Und in Verantwortung für kommende Generationen von Sozialistinnen und Sozialisten. Bitte lasst uns am Montag hier rausgehen, am Sonntag hier rausgehen und ab Montag. Aber wenn es mit dem Zeitplan so weitergeht. Lasst uns bitte hier rausgehen und mit aller Kraft dafür kämpfen, dass es eine linke Stimme in diesem Land gibt. Für Umverteilung, für soziale Gerechtigkeit, für Abrüstung. Bitte lasst uns mit all unserer Kraft dafür kämpfen. Ich danke euch. Eine emotionale Rede. Jetzt zum Schluss noch einmal deutlich sichtbar, wie sehr angefasst die Parteivorsitzende Janine Wissler war. Sie hat es gesagt, sie hat mit weniger Applaus gerechnet und damit dann wohl jetzt auch nicht. Standing Ovations und ein paar Tränen wischt sich da die Parteivorsitzende weg. Es war ein deutlicher Fokus am Anfang auf die sozialpolitischen Forderungen, dann später auf die Rechte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Zwischendrin hat sie dann versucht, diesen Spagat zu finden in der Frage um den Ukraine-Krieg. Sie hat gesagt, Russland trägt die Verantwortung, hat aber die Vorgeschichte angesprochen, dann aber wieder gesagt, das sei keine Rechtfertigung für diesen Krieg. Und dann hat sie dann doch natürlich auch das angesprochen, was auf die verschiedenen Strömungen eint. Die Linke als selbst im Selbstverständnis als einzige Friedenspartei und gegen rechts natürlich. Und nun gab es noch ein bisschen Applaus hier, Standing und Sprechchöre. Wie das allerdings hier im Saal von den Delegierten gesehen wurde, das weiß jetzt mein Kollege Adwan Makasche. Wir hören immer noch die Standing Ovations, viel Zuspruch für Janine Wissler, die gerade geredet hat, die gesagt hat, die Linke, die muss provozieren, die Linke, die muss klare Kante auch zeigen. Das ist jetzt meine Wortwahl, das hat Franz Müntefering mal gesagt, falsche Partei. Wir wollen nachfragen tatsächlich, wie diese Rede angenommen wurde. Und ich habe mir eine Gesprächspartnerin zur Seite geholt, die Janine Wissler sehr gut kennt. Das ist Elisabeth Kula, die Fraktionsvorsitzende der Linken in Hessen. Frau Kula, wie haben Sie denn die Rede wahrgenommen, Ihrer Parteifreundin von Janine Wissler? Ja, Sie haben es ja selber mitbekommen. Frenetischer Applaus am Anfang, nach der Rede. Also es war wirklich eine super Rede. Es kommt darauf an, sie zu verändern, die Partei, die Welt. Wir sind da, wir werden gebraucht. Und das hat Janine klar gemacht. Sie hat gesagt, die Linke muss provozieren. Nun habe ich einige Reden von ihr schon gehört, auch im Hessischen Landtag. Sie mit Sicherheit auch schon ganz viele. War das eine kämpferische, provozierende Janine Wissler oder war das vielleicht, so habe ich sie jedenfalls wahrgenommen, in vielen Stellen, in vielen Passagen auch eine nachdenkliche? Ich glaube, Nachdenken ist angebracht. Wir sind in einer tiefen Krise als Partei, aber gleichzeitig muss man jetzt auch kämpferisch nach außen gehen und sagen, bei so viel Armut in diesem Land, bei der Klimakrise, wir werden gebraucht als Partei und wir werden darum kämpfen. Und das hat sie klar gemacht. Sie steht ja auch, Janine Wissler, ein Stück weit mit dem Rücken zur Wand. Aber an der Stelle höre ich gerade aus der Regie, hören wir erst mal, was Bodo Ramelow zu sagen hat. Vielleicht kommen wir später noch mal ins Gespräch. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Bundesratsvorsitzender Bodo Ramelow. Liebe Genossinnen und Genossen, ich beginne damit, dass ich sage, liebe Janine, danke. Es war eine so großartige Rede. Janine, wir haben vor 15 Jahren daran gemeinsam gearbeitet. Man kann sagen, wir gelten als die Geburtshelfer dieser gemeinsamen Partei. Du aus der WASG, ich aus der PDS. Und wir haben gemeinsam damals hart gearbeitet, damit diese Partei in diesem Land eine Wirkung entfaltet in der Richtung, die Janine gerade aufgezeigt hat. Und liebe Genossinnen und Genossen, ja, die Welt ist verrückt geworden. Verrückt. Sie ist weitergegangen in einer Art und Weise, wie sie mir überhaupt nicht gefällt. Aber wir haben kein Recht, dass wir uns verrückt machen lassen oder wir uns gegenseitig verrückt machen und dabei nicht mehr wirken, wofür wir wirken müssen, nämlich gegen die Armut in dieser Gesellschaft, die zurzeit dynamisch wächst. Wir haben bei Corona erlebt, alle Notmaßnahmen, alle Hilfsmaßnahmen. Wir haben als Landesregierungen versucht, gegenzuhalten. Aber an einem Beispiel will ich mal deutlich machen, wo wir gescheitert sind. Es ging um die Frage bei Kurzarbeitergeld, dass wenigstens ein Mindestquorum eingeführt wird, eine Einkommensgrenze. Weil was nützt einem, der einen niedrigen Bruttolohn hat, ein Kurzarbeitergeld? Was nützt dem Ostdeutschen, der schon weniger Bruttolohn hat, ein Kurzarbeitergeld, wenn das noch weiter runter sinkt? Deswegen haben wir gekämpft dafür, dass an solcher Stelle eine Einkommensschwelle eingebaut wird, damit die niedrigen Einkommen gestärkt werden. Das ist die Arithmetik einer Gesellschaft. Nicht, dass man mit der Gießkanne drüber geht und sagt, alle bekommen was, sondern dass die, die es nötig haben, damit sie ihre Monatslohn noch einsetzen können, um ihre Miete zu bezahlen, dass die es auch tun können, dass deren Kinder noch auf Klassenfahrt fahren können. Janina hat das alles ausargumentiert. Und bei Corona haben wir gespürt, wir haben vieles erreicht, aber am Ende haben wir die soziale Arithmetik nicht erreicht. Das war die Schwäche, dass wir nicht noch mehr Landesregierungen haben, die mit der gleichen Intensität den Finger in die Wunde gelegt haben. Und diese Schwäche zeigt sich im Moment noch stärker. Wir sind jetzt gerade bei der Energiearmut. Und da habe ich riesen Angst, was zurzeit gerade passiert. Unsere Energieversorger haben gerade die hundertprozentige Erhöhung der Erdgaspreise angekündigt. Und unsere Wohnungsgesellschaften fangen gerade an, die Umlagen, die Vorauszahlungen für Heizkosten im Schnitt um 50 Prozent zu erhöhen. Und da, liebe Genossinnen und Genossen, kommt es darauf an, ob eine Kraft noch da ist, die dann deutlich macht, das Einkommen des Ministerpräsidenten ist hoch genug. Der braucht das Energiegeld nicht. Aber dass Rentnerinnen und Rentner es nicht bekommen, dass Studierende es nicht bekommen, das Solo-Selbstständige es nicht bekommen. Das ist doch ein Skandal. Und das ist in der Tat der Webfehler auch dessen, was wir jetzt in der Ampel sehen. Und deswegen kann ich ganz praktisch sagen, dass man mir noch eine Steuergutschrift nächstes Jahr obendrauf gibt, heißt das bei meinem hohen Nettoeinkommen ich noch ein viel höheres Steuergeschenk bekomme. Und deswegen, Genossinnen und Genossen, diese Linke hat nicht das Recht, sich mit sich selber zu beschäftigen und den ganzen Tag nur zu schauen, wie kann man dem anderen unter den Linken ein Bein stellen, sondern wir müssen den anderen in den Arsch treten. Janine hat davon gesprochen, die Arbeitskämpfe des Bergwerks, des Kali-Bergwerks Bischofe Rode. Über die Wismut, Janine, müssten wir viel reden, weil die haben Uran abgebaut. Ja, und die Frage ist, und deswegen war ich immer an der Seite der Wismut-Kumpel, die verarscht worden sind und die viel nicht ausgeglichen bekommen haben und keiner wollte hinterher mehr darüber reden. Aber die Frage, ob Uranabbau wirklich die Zukunft für uns alle wäre, sollten wir uns dann angucken unter Atomkraftwerken und auch all den Widersprüchen, die ich hoffte, dass wir sie hinter uns haben. Und Atombomben, da bin ich völlig bei dir, die braucht kein Mensch. Die gehören weg aus der Welt. Und an der Stelle, Janine, würde ich die Akzentuierung in einem Punkt anders wählen wie du. Du hast gesagt, eine Führungsmacht braucht die Welt nicht, eine deutsche Führungsmacht. Doch eine, die Willy Brandts Rede vom Friedensnobelpreis in den Mittelpunkt stellt, indem er deutlich gesagt hat, Kriege dürfen kein Mittel der Konfliktlösung auf der Welt sein. So eine Bundesrepublik Deutschland würde ich mir wünschen, dass sie Worte wie Abrüstungsverhandlungen mal wieder ausspricht. Worte wie Nicht-Angriffspakt und Friedensverträge, Worte wie Atomwaffensperrvertrag mal wieder ausspricht, aber auch mal wieder in den Kopf kriegt. Man hat das Gefühl, nur noch gefragt zu werden, sind sie für große Waffen oder noch größere Waffen. Und wenn du dann antwortest, ich komme aus der Friedensbewegung, bei der der Satz galt, wir kämpfen nicht für Waffen. Da gab es die DDR-Friedensbewegung, das gehört auch zur Wahrheit dazu. Die hatte Schwerter zu Flugscharen auf ihrem Signet. Das konnte die SED überhaupt nicht leiden. Und deren Logo und deren Slogan hieß Frieden schaffen ohne Waffen. Und da habe ich Genossinnen und Genossen daran erinnern, das mache ich immer gerne, wenn ich auf Kongressen oder Veranstaltungen rede, wo möglichst viele CDUler da sind, ist heute nicht der Fall. 1990, der Bremer Parteitag der CDU, stand unter dem Slogan, Frieden schaffen mit immer weniger Waffen. Muss man als Linker die CDU jetzt an ihre eigenen Ziele erinnern? Oder an den Spitzensteuersatz von Kohl? Das ist doch eine paradoxe Welt. Deswegen, liebe Genossinnen und Genossen, Janine sprach von dem Arbeitskampf Bischof Erode. Der hat mich zutiefst geprägt. Der hat mich auch politisiert. Da bin ich aus meiner parteipolitischen Abseitsrolle als Gewerkschaftschef raus und bin sehr politisch geworden. Und es gab Konflikte in dem DGB. Man wollte mich da auch aus der Grube herausholen, dass ich nicht auf der Seite der Bergleute kämpfe. Dass ich als Ministerpräsident der bin, der da steht an dem Tag, an dem der Betondeckel auf die Grube kommt, war ein bitterer Tag für mich. Aber ich habe alle Bergleute eingeladen, dass sie mit mir dort standen, dass wir gemeinsam Abschied genommen haben von dieser Welt, die ein Arbeitskampf war, der im Westen nicht mit Solidarität begleitet wurde und im Osten manchmal mit Unverständnis. Aber dass in dieser Gegend aktuell eine kanadische Firma gerade Bohrungen vornimmt, um das weiße Gold wieder zu erschließen, dass neben der letzten Grubenlampe im Büro des Ministerpräsidenten jetzt der erste Bohrkern mit weißem Gold liegt und das deutlich wird, dort kann es wieder zu einem Bergwerk kommen, macht deutlich, was in den letzten 25 Jahren passiert ist. Und dass ausgerechnet mir es vergönnt ist, an diesem Bohrgerät zu stehen und zu erleben, wie gebohrt wird, macht mir deutlich, wir müssen manchmal gemeinsam etwas länger an dickeren Brettern bohren und nicht einfach aufgeben. Liebe Genossinnen und Genossen, um es ganz konkret zu sagen, in was stehen wir gerade für eine Auseinandersetzung als Landesregierung. Wir haben zurzeit 7.000 Arbeitsplätze, die in hoher Gefahr sind in der deutschen Glasindustrie. Vor euch stehen überall Glasflaschen. Denkt mal darüber nach. Die Hälfte aller Glasflaschen, und ich betone Glasflaschen, kommt aus Thüringer Produktion. Wenn der Erdgasdruck nachlässt, verklumpen die Wannen. Wenn die Wannen verklumpen, sind sie nicht mehr reparabel. 7.000 Arbeitsplätze, akut in Gefahr. Wir haben 3.500 Bergleute zurzeit im Revier Werra, die um ihre zukünftige Perspektive kämpfen und die Landesregierung, der Ministerpräsident, an der Seite der Bergleute. Wir haben 13.000 Beschäftigte, die nur in Automobilzulieferbetrieben tätig sind, die für den Verbrenner arbeiten. Und jeden Tag kommt die Hiobsbotschaft, welche Firma zugemacht wird. Und jeden Tag kämpft die IG Metall mit den Betriebsräten gemeinsam, dass dort ein Transformationsprozess aufgesetzt werden muss. Es darf nicht alternativlos sein, dass man sagt, diese Produkte braucht niemand mehr und die Menschen braucht man nicht. Es mag sein, dass das Produkt nicht gebraucht wird, aber die Menschen werden gebraucht und wir müssen an der Seite der Menschen stehen. Ich versuche das Geheimnis immer noch rauszufinden, wo hier die Uhr ist. Damit niemand sagt, ich würde überziehen, aber... Du überziehst jetzt schon seit 14 Sekunden. Das ist schwierig, weil ich sehe hier gar nichts. Sie hat mir angekündigt, ich hätte hier irgendwo... Unten rechts an dem Pult. Nein, 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 nicht am Pult. Ich weiß, der Saal ist beeindruckend, aber schau mal vor dir nach unten. Da waren zehn Minuten drauf. Der Genosse Bartsch hat mir geholfen. Liebe Genossinnen und Genossen, wofür wir streiten. Wir streiten gemeinsam, die Welt zu verändern. Der Slogan. Und wir streiten nicht darum, ob wir das nur auf der Straße, nur in der Gewerkschaft, nur in der Bewegung oder nur in der Regierung machen. Das ist kein Gegeneinander. Die Regierung kann sich nur so bewegen, wie sie getragen wird von Mehrheiten in der Gesellschaft. Deswegen werbe ich auch für Mehrheiten in der Gesellschaft, für ein anderes politisches Agieren. Und Janine hat es gesagt, bei dem 100-Milliarden-Paket für die Aufrüstung, für die Bundeswehr, das Sondervermögen, haben vier Länder dagegen gestimmt. Vier Länder haben an der Abstimmung so nicht teilgenommen, sondern vier Länder haben die vier Linken ein Alternativpaket vorgelegt. Das heißt, 100 Milliarden für die Energiewende, für die Menschen, die das sich nicht selber erlauben können, die Hilfe brauchen, damit sie sich ein E-Auto überhaupt bezahlen können. Und wir vier Länder werden auch der 2-Prozent-Regelung im Grundgesetz nicht zustimmen. Ich sage das in aller Deutlichkeit, weil ich das meinem Kabinett auch gesagt habe. Ich werde nach dem verheerenden Fehler der schwarzen Null, nach dem verheerenden Fehler der Bildungstrennung zwischen Bund und Ländern, nicht auch noch der 2-Prozent-Aufrüstungsklausel für die Militarisierung zustimmen. Das werde ich nicht tun. Aber Genossinnen und Genossen, lasst mich auch sagen, wie schön wäre es, wenn es fünf oder sechs im Bundesrat gewesen wären. Dann wäre die Abstimmung im Grundgesetz schon eine andere geworden. Es lohnt sich vielleicht auch noch, um das fünfte oder auch um die sechste Stimme im Bundesrat zu kämpfen. Vier war schon eine für mich spannende Geschichte. Alle anderen haben zugestimmt. Aber die vier Länder haben solidarisch zusammengestanden und gesagt, hier kämpfen wir mit einem klaren Signal, Rüstung und Militarisierung ist der falsche Weg. Praktisch beim 9-Euro-Ticket die Rückforderung. Unsere Gesundheitsministerin Heike Werner hat dafür gesorgt, dass es zurückgenommen wurde. Wir haben es in Thüringen nicht vollzogen. Es ist als schriftliche Weisung an alle Gliederungen gegangen, dass wir diesen Quatsch, diesen unerträglichen Quatsch nicht mitmachen. Aber Genossinnen und Genossen, könnten wir gemeinsam kämpfen, für Bildung, für alle Kinder in dieser Gesellschaft. Bildung und Betreuung beitragsfrei. In ganz Deutschland, für alle Kinder. Und Kindergärten, die zehn Stunden Servicezeit haben, für alle Kinder. Eine Kindergrundsicherung, mit der man unabhängig vom Einkommen der Eltern, das Kind auch groß werden lässt, statt Ehegattensplitting für Ministerpräsidenten. Und letztlich, wie wäre es mit einer modernen Bürgerversicherung? Jeder zahlt ein von jeder Einkommensart. Und wie wäre es mit einer gerechten Besteuerung, bei der wir dafür sorgen, dass Elon Musk nicht noch Geld hinterhergeworfen kriegt und Amazon endlich so viel Steuern zahlt wie der Bäcker, der Handwerker oder der Einzelhändler. Das wären nochmal Themen, bei denen es dann praktisch wird. Und letztlich, Genossinnen und Genossen, ich will das nochmal klarstellen. Ich habe nicht für Waffen geworben. Ich will das deutlich sagen. Ich habe nur den Widerspruch aufgemacht, wenn ich es zu entscheiden hätte, dass ich nach dem Völkerrecht entscheiden muss. Und ich wollte diesen Widerspruch öffentlich darlegen, damit keiner denkt, dass wir am Ende auf diesen Ebenen frei entscheiden können. Das Recht des Stärkeren oder die Stärke des Rechts. Und das ist die Frage, wenn dann die Frage steht, ob Waffen bestellt werden und aus Thüringen kommen Waffen, dann ist die Frage, ob ich mir erlauben kann, das kann ich verweigern. Ja, du kannst gerne Ja schreien, weil die Alternative dazu ist, wenn du Ja schreist. Ich lade dich dazu ein, 2020 hat es diese Entscheidung in Thüringen gegeben. Da hat sich Herr Kemmerich von der AfD wählen lassen. Und da müsst ihr euch entscheiden, ob wir den Faschisten Tür und Tor öffnen oder ob wir widerständig dagegenhalten oder ob wir zur Kenntnis nehmen, wo Russland überall in Europa Geld investiert, bei Le Pen, beim Flamseblock und überall in den Spalterorganisationen, die Europa zerstören wollen. Das meine ich. Aber ich bleibe dabei. Ich bin für Frieden schaffen ohne Waffen. Ich bin dafür, dass wir an der Seite der Ukraine, aber auch an der Seite von Moldau, Lösungen schaffen müssen, damit Russland nicht Transnistrien sich holt. Niemand dafür eintritt, dass die Krim, Donetsk und Luhansk zu russischem Gebiet wird. Und ihr müsst zur Kenntnis nehmen, was es heißt, wenn in der Duma ein Antrag liegt, die Souveränität Litauens aufzuheben. Dann sind wir im Europäischen Krieg. Seid euch im Klaren darüber, dass dieser Putin kein Linker ist und keiner, der für linke Bewegungen ist. Dass das ein Autokrat ist und dass das ein imperialistischer Krieg ist. Und deswegen, Genossinnen und Genossen, wir Linken müssen zusammenhalten und manchmal dem anderen auch im Moment zuhören. Weil ich mache es mir nicht leicht, wenn ich solche Sätze sage. Nicht, weil ich irgendjemanden provozieren will. Und deswegen, Genossinnen und Genossen, wollte ich hier nicht feige sein und abducken. Und nicht zu sagen, vor der Tür stand ja transparent, dass Leute wie ich aus der Partei ausgeschlossen werden sollen. Seid euch im Klaren, in dem Bundesland, in dem unsere Partei mit 24 Prozent gemessen wird, die stärkste Kraft im Parlament ist. Und die Direktwahl des Ministerpräsidenten bei mir im Moment mit 34 Prozent der höchste Einzelwahlergebnis wäre. In einem solchen Land halten wir als Landesverband zusammen. Von der Bürgermeisterin zum Baudezernenten, zu allen Kreisgliederungen. Und wir wollen gemeinsam dafür eintreten. Kindergarten sollen nicht an der Einkommensgrenze der Eltern geltend gemacht werden. Die Kinder gehören in den Kindergarten. Und deswegen Bildung und Betreuung ist beitragsfrei, statt Hochrüstung und Amazon das Geld in den Hintern zu stecken. Vielen Dank. Die Rede von Thürings Ministerpräsident Bodo Ramelow. Ursprünglich sollte er nur vier Minuten hier sprechen. Dann gab es dann doch so viel Aufregung zu dieser Planung, dass gestern Abend dann nochmal verkündet wurde, er kriegt doch zehn Minuten, es ist nochmal länger geworden. Sie sehen, meine Damen und Herren, wir blicken mit einem Auge auch nach Brüssel. Da ist ja heute der zweite Tag des EU-Gipfels. Und da soll es unter anderem heute um die russischen Gaslieferungen geben, die ja sinken. Olaf Scholz, der Bundeskanzler, soll sich dazu äußern. Das hat er angekündigt. Unter anderem auch Thema Inflation. Bis es soweit ist, bleiben wir natürlich hier bei den Linken. Und wie von politikwissenschaftlicher Sicht das bisherige Geschehen beurteilt wird, mein Kollege Marc Steinhäuser. Ja, vielen Dank, Katharina Kühn. Tatsächlich waren jetzt hier einige Reden deutlich länger als gedacht. Eine doch eher launige Rede von Bodo Ramelow und eine sehr aufgewühlte Janine Wissler, die Parteichefin, die wir da vorgehört haben. Und das wollen wir hier nochmal analysieren mit dem Politikwissenschaftler Immanuel Richter von der RWTH Aachen. Schön, dass Sie da sind, Herr Richter. Wir haben hier eine Parteichefin erlebt, die mehr Applaus bekommen hat, als sie selbst erwartet hat. Hat sie die Kohlen jetzt schon aus dem Feuer geholt? Naja, das kam in der Tat völlig unerwartet. Ich hätte auch nicht damit gerechnet. Also das ist vielleicht auch tatsächlich schon ein Zeichen im Hinblick auf die Wahlvorsitzenden, die an der Stelle steht. Auch ich empfand diese Rede als enorm lebhaft, emotional. Sie kam ja physisch an ihre Grenzen und muss aber sagen, inhaltlich hat mich das so ein bisschen verwirrt an manchen Stellen. Denn einerseits war es am Anfang natürlich linke Programmatik, die sie nochmal zum Ausdruck gebracht hat. Aber es ging an dieser Stelle gar nicht um die Frage, ja, wir haben eine Klientel, die wir ansprechen, die uns aber nicht wählt. Ja, also die Frage, warum wählt sie uns nicht, die hätte ja an der Stelle beantwortet werden müssen. Und dann gab es einen großen Block zur Außenpolitik, insbesondere zur Rüstungspolitik, zum Kriegsgeschehen, zu den politischen Entwicklungen in anderen Ländern. Und dort ist ja die, in dieser Hinsicht, also außenpolitisch, ist ja die Linke gar nicht in der Verpflichtung, irgendwie Intensivstellung zu beziehen. Da müsste sie ja gewissermaßen eine maßgebliche Rolle im Bund spielen. Also das hatte einen großen Raum. Und erst am Ende kam eben dann tatsächlich auch so die Frage, warum hat unsere Partei so wenig Wählerstimmungen? Vielleicht schauen wir nochmal auf zwei Aspekte etwas näher. Stichwort Russland. Sie hat Russland klar in der Verantwortung gesehen. Es gab auch da Applaus hier. Sie hat auch von dem Imperialismus Russlands gesprochen. Ist das die Deutlichkeit, die die Linke braucht, um auch nach außen hin eine Klarheit zu bekommen? Naja, also das war, empfand ich als zwiespältig. Also einerseits natürlich eben die russischen Angriffe verurteilt. Das hat sie mit deutlichen Worten. Gleichzeitig hat sie aber gesagt, keine schweren Waffen an die Ukraine und irgendwie... Kriegspolitik soll weiter, Pazifismus soll weiter ein Teil der linken Identität bleiben. Das passt ja auch nur unter Umständen ganz nicht zusammen. Nein, ich würde sagen, es passt gar nicht zusammen, weil das in der Tat widersprüchlich ist. Denn wenn man die Ukraine nicht mit schweren Waffen unterstützt, dann hat ja Russland ein leichteres Spiel zu erobern. Und auch, was wir gesehen haben, die Zivilgesellschaft anzugreifen. Also insofern würde ich immer sagen, da müsste man eine klarere Position und Argumentation entwickeln. Das bleibt in dieser Form widersprüchlich. Da kam nur das, was wir bisher schon gehört haben von den Linken. Naja, es war aber insofern doch eine Klarstellung, als ja im Vorfeld des Parteitages darüber eine ganz intensive Auseinandersetzung entstanden ist. Nämlich auf die Frage hin, wie hat sich Russland verhalten, wie ist das russische Verhalten zu beurteilen und wie stehen wir zu der Frage, was sollen wir mit der Ukraine und der Zivilbevölkerung, wie sollen wir uns dazu positionieren. Also insofern war das eine Klarstellung, übrigens auch gegenüber den Ansichten von Sarah Wagenknecht. Aber es bleibt in der Gesamtheit auch der Beurteilung der Ostpolitik, der Russlandpolitik, der kriegerischen Auseinandersetzung, bleibt es widersprüchlich. Schauen wir nochmal auf das andere Thema, was dann zum Schluss kam. Da war ja doch eine sehr, sehr persönliche Botschaft, die Janine Wissler hier an die Delegierten gerichtet hat. Sie hat sich entschuldigt. Sie hat sich bei den Frauen entschuldigt, denen man bisher keine Hilfe anbieten konnte, wenn es da zu Übergriffen gekommen ist in der Vergangenheit. Ist das sozusagen der versuchte Schlusspunkt in dieser Sexismusdebatte? Ja, also ein Versuch ist es, ob das gelingt, das steht noch in Frage. Aber klar, ich meine, sie war natürlich herausgefordert und musste dazu Stellung nehmen. Das hätte sie vielleicht besser am Anfang untergebracht und auch diese Analysen, die sie dann am Ende gebracht hat zur Frage, warum die Linken denn so nach außen hin wenig Erfolg haben, warum sie so zerstritten wirken. Obwohl ich glaube, dass gar nicht das Zerstrittensein der wichtigste Grund für die schwachen Wahlerfolge ist. Da gibt es, glaube ich, tiefere systematische Gründe. Aber immerhin, es kam, es kam am Schluss und es ist natürlich der Versuch, irgendwie da auch ihre eigene, sehr persönliche Rolle deutlich zu machen und zu sagen, über diese Art von Entschuldigung entledige ich mich jetzt auch dieses Themas. Aber wie gesagt, ob das klappen wird, habe ich meine Zweifel. Das wird auf diesem Parteitag ja auch nochmal zum Thema werden. Das stimmt. Das ist ja auch auf jeden Fall in der Tagesordnung vorgesehen, dass diese Debatte auch nochmal aufgemacht wird, dass sich auch die Linksjugend hier zu Wort melden möchte im Laufe des Tages. Würden Sie denn sagen, jetzt auch mit Blick auf die Wahlen morgen, wir haben jetzt den Auftrag des Parteitags erlebt, eine aufgewühlte Parteichefin, die auch von sich selbst überrascht worden ist, vielleicht auch emotionalisiert worden ist, würden Sie sagen, dass sie gestärkt jetzt in dieser Auseinandersetzung auch um den Parteivorsitz geht? Also ich würde diese Stärkung in der Tat auch wahrnehmen, aber die war schon, bevor sie ans Pult trat, zu spüren. Da gab es auch schon Applaus. Genau, es gab langen Applaus und sie war ja selbst überrumpelt von dieser Art von Begrüßungsapplaus. Das heißt also, das war, glaube ich, schon auch nochmal eine Demonstration der Delegierten, zu sagen, Wissler ist für uns eine wichtige Spitzenkandidatin, die es verdient, weiterhin Parteivorsitzende zu sein. Also insofern glaube ich, das ist schon auch so ein bisschen Bekundung von Zuneigung und von der Entschlossenheit, für sie als Parteivorsitzende weiterhin zu stimmen. Wenn wir jetzt darauf schauen, dass Bodo Ramelow danach ans Rednerpult getreten ist und mit ganz anderen Themen um die Ecke kam, auch nochmal sehr als Ministerpräsident referiert hat, wurde aus Ihrer Sicht da auch nochmal der Unterschied deutlich, er regiert nun mal für die Linken, er ist der einzige Ministerpräsident, den die Linken stellen. Wie ein linker Regierungschef hier sich an die Delegierten gewandt hat, was war da für Sie sozusagen der Kern? Ja, also genau darin würde ich auch den Kern sehen. Das war interessant, die beiden sozusagen so unmittelbar aufeinander folgen zu sehen und zu sehen eben, dass ein Ministerpräsident an vielen Stellen auch ihre Rede, Wisslers Rede in gewisser Weise inhaltlich korrigiert hat, weil er gesagt hat, da sind Punkte drin, die lassen sich in realer Politikgestaltung, in politischer Verantwortung überhaupt nicht umsetzen oder sie sind gar kein Problem, sondern es gibt andere Probleme und dann muss man eben vermitteln, kompromissbereit tätig werden. Das heißt also, diese kämpferischen, extremen, programmatischen Positionen, die Wissler stark gemacht hat, hat er gewissermaßen wieder eingeholt. Und das zeigt aber auch, glaube ich, das grundsätzliche Dilemma der Linken. Das geht eben einerseits um eine sehr starke am Sozialismus, am demokratischen Sozialismus orientierte Programmatik und dann eben um die Frage, aber was kann man daraus in der politischen Landschaft, in politischer Verantwortung machen? Und da bleibt eigentlich sehr wenig übrig. Die berühmte Realpolitik. Vielen Dank bis hierhin, Emanuel Richter, für diese erste Analyse zu den Reden, die wir bisher gehört haben auf diesem Parteitag. Und jetzt wollen wir noch mal ein bisschen weiter zuhören und lauschen, wie hier die Aussprache in der Generaldebatte vollzogen wird. Und das hat für uns im Blick Katharina Kühn. Ja, und die Generaldebatte hat gerade angefangen. Hier sind natürlich verschiedene Themen, von denen erwartet wird, dass sie angesprochen werden. Ähnlich auch wie in den Reden schon die Politik gegenüber Russland, die Außenpolitik, die Klimapolitik, aber eben auch die Partei an sich. Und da ist es doch auch wieder interessant, dass hier diese Generaldebatte diesmal gezweiteilt wurde, nämlich der Schwerpunkt Kampf gegen patriarchale Machtstrukturen, Gewalt und Sexismus. Also das Thema, das letztendlich auch die Linke in ihre Krise mit jetzt gestürzt hat, das wurde erst nach hinten geschoben. Das kommt erst um 20 Uhr heute dran. Laut Tagungspräsidium war das auf Wunsch der Frauen in der Partei. Kritik gab es dafür allerdings vom Jugendverband Solid, der ja auch ganz dabei mit engagiert war, diese Vorfälle aufzudecken beziehungsweise an die Öffentlichkeit zu bringen. Wir können also gespannt sein, ob sich dann die Delegierten nun tatsächlich daran halten, diese doch sehr wichtige Debatte jetzt erstmal nicht anzusprechen, sondern das auf heute Abend zu vertagen oder ob das jetzt auch Thema wird. Und dann hören wir jetzt mal rein. Julian Megerle vom Jugendverband spricht jetzt. Denn nur mit den gesellschaftlichen Mehrheiten für einen Klimaschutz der 99 Prozent wird sich das ändern. Grüner Kapitalismus bedeutet, dass unzureichender Klimaschutz auf Kosten der Arbeit in Klasse betrieben wird. Dagegen müssen wir einen Ansatz stärken, das soziale und ökologische Fragen immer zusammendenkt. Das ist in der Theorie doch leichter gesagt als in der Praxis. Als linke SDS haben wir zum Beispiel versucht, ökosozialistische Strategien 2020 mit Fridays for Future und den Gewerkschaften in Leipzig zum Beispiel aufzugreifen, um für einen Ausbau des ÖPNV, aber genauso für bessere Arbeitsbedingungen für die Kolleginnen und Kollegen zu kämpfen. Das muss doch der Weg sein, den wir gehen. Und damit auch die konkreten Interessen der Beschäftigten und aber auch der Bevölkerung zusammenzubringen. Und diese Bemühungen zeigen tatsächlich Wirkung. Innerhalb der Klimabewegung gibt es immer mehr Bereitschaft, neue Wege auszuprobieren und in neuen Bündnissen, Allianzen zwischen Gewerkschaften, Beschäftigten und Klimaaktivisten aufzubauen. Und hier spielen wir als Linke noch nicht die große Rolle, aber wir spielen sie immer mehr und mehr. Und das müssen wir stark machen. Wir brauchen einen schlagkräftigen ökosozialistischen Pol innerhalb der Klimabewegung. Und deshalb sage ich, lasst uns klar dafür kämpfen, dass wir das als klassenfrei begreifen, für einen Klimaschutz der 99 Prozent und gegen das eine Prozent, das sich quasi hier aus der Verantwortung stiehlt. Und dafür müssen wir streiten. Vielen Dank. Julian, Megale war das. Und Sie haben die Klingel gehört. Das bedeutet, dass drei Minuten um sind. So viel wird hier jedem Redner und jeder Rednerin zugesprochen. Der Parteitag hat sich auch relativ formlos dazu entschieden, am Anfang, dass für Menschen mit Behinderung übrigens die doppelte Redezeit gilt. Liebe Genossinnen, ich freue mich heute hier als frisch gewählte Spitzenkandidatin für den Niedersächsischen Landtag zu euch sprechen zu dürfen. Wenn am 9. Oktober in Niedersachsen der Landtag gewählt wird, dann hat unser Bundesland die wichtige Chance, sozialen Widerstand in das Leineschloss zu wählen. Denn seien wir doch mal ehrlich, wir wissen doch, wie die SPD tickt. Sie plakatieren gerade im Wahlkampf immer gerne unsere Forderungen, um später nach dem Wahlkampf von irgendwelchen Sachzwängen zu schwadronieren, warum diese leider nicht umgesetzt werden können. Während die Kommunen aber am finanziellen Tropf hängen, schafft es die Ampelkoalition im Bundestag, ein Sondervermögen auf den Weg zu bringen. Ein Sondervermögen für die weitere Militarisierung der deutschen Außenpolitik. 100 Milliarden! 100 Milliarden, während Kitas und Pflegeeinrichtungen das Personal ausgeht. 100 Milliarden, während Kinderarmut immer mehr zunimmt. Und 100 Milliarden, während in Niedersachsen reihenweise die Krankenhäuser schließen müssen. Genossinnen, gegen eine solche Militarisierung unseres Zuhauses müssen wir gemeinsam mit der Friedensbewegung auf die Straße gehen und klar und deutlich sagen, nicht mit uns. Es wurde vorhin schon angesprochen, der Hartz-IV-Regelsatz für Alleinstehende ist im Jahr 2022 um drei Euro erhöht worden. Drei Euro! In einer Zeit, wo die Inflationsrate immer weiter in die Höhe steigt, wo wir bei den Energiepreisen eine regelrechte Kostenexplosion erleben und wo eine Flasche Sonnenblumenöl bei Aldi fünf Euro kostet, das ist für BezieherInnen von Transfergeldleistungen oder GeringverdienerInnen einfach schlichtweg unbezahlbar. Und daran sehen wir doch aber, wir als Linke werden gebraucht, die gesellschaftliche Linke lebt und wir sind ihr parlamentarischer Arm. Wenn wir es schaffen, diese Botschaft glaubhaft zu vertreten, dann haben wir auch eine Berechtigung, ab Oktober wieder im Niedersächsischen Landtag zu sitzen. Davon bin ich ganz fest überzeugt. Mit unserem Landtagswahlprogramm Gerechtigkeit ist planbar, haben wir die Chance, ein soziales, solidarisches Niedersachsen zu schaffen. Ein Niedersachsen, wo die Rechte von Patientinnen gestärkt werden. Ein Niedersachsen mit guter Arbeit für alle Beschäftigten. Ein Niedersachsen ohne Waffenschmieden wie Rheinmetall. Wir wollen gemeinsam mit euch, mit eurer Unterstützung einen tollen Landtagswahlkampf machen. Dazu brauchen wir eure Unterstützung, aber auch ein klares, deutliches Signal hier von diesem Bundesparteitag aus. Ein klares Signal Richtung Neuanfang, einen wirklichen Aufbruch in politischer Geschlossenheit. Und dann werden wir gemeinsam mit euch unsere Partei in den Niedersächsischen Landtag führen. Nicht in fünf Jahren, nicht in zehn Jahren, sondern diesen Oktober. Dankeschön. Die Spitzenkandidatin der Linken bei der Niedersächsischen Landtagswahl am 9. Oktober, Jessica Kaußen war das. Und am Set hat mein Kollege Marc Steinhäuser einen prominenten Interviewgast. Ja, so ist es, Katharina Kühn. Wir haben hier den Mann, der eben schon gesprochen hat, auf der Bühne. Und jetzt ist er hier bei uns, der Ministerpräsident von Thüringen, Bodo Ramelow. Herzlich willkommen bei Phoenix. Herr Ramelow, hoffen wir mal, dass Sie hier die Zeit nicht so überziehen wie gerade auf der Bühne. Das war ja doch eine eher launige Rede. Was kann die Linke, was wollen Sie den Linken mitgeben? Denn Sie sind ja im Prinzip Last Man Standing. Naja, es geht darum, dass wir aus diesem Parteitag heraus einen Auftrag an uns selber auch formulieren, dass Veränderungsprozesse in der Struktur der Partei zu organisieren sind. Das ist nicht eine Personaldebatte, die immer alles überlagert, sondern man muss einfach nüchtern hinschauen, was in den 15 Jahren gut gelaufen ist und was auch weniger gut gelaufen ist und was dann zu den kontraproduktiven Effekten führt. Zum Beispiel, dass man nie genau weiß, wenn ein Thema in der Gesellschaft ist. Welche Antwort aus der Linken gilt denn jetzt nun? Ist kompliziert geworden in letzter Zeit, jetzt aber auch bei Ihnen. Sie haben jetzt gerade auf der Bühne noch mal Ihre eigene Position zum Thema Waffenlieferungen und Selbstverteidigung der Ukraine noch mal wieder anders erläutert. Vielleicht fangen wir da noch mal bei an. Ich erläutere, verzeihen Sie, ich erläutere Sie immer gleich. Okay. Nämlich, dass die Ukraine ein angegriffener Staat ist und dass das Völkerrecht eindeutig ist, dass ein angegriffener Staat das Recht hat, sich auch verteidigen können zu müssen. Und wenn er dazu Waffen anschafft, dann habe ich erläutert, warum ich als Ministerpräsident auf einmal in einer Situation bin, bei der ich das Völkerrecht zu achten habe. Also sind Sie dafür, dass dieser angegriffene Staat dann sich Waffen aus dem Ausland besorgt? So haben Sie es in der Zeit zumindest gesagt. Das ist eindeutig, das wiederhole ich immer wieder. Und das kann auch dann eine Waffe aus Deutschland sein, das können auch Waffen aus Deutschland sein. Das sind geeignete Waffen, das, was man braucht, um sich verteidigen zu können. Denn sie werden nicht angegriffen mit launigen Reden, sondern sie werden konkret mit russischen Panzern angegriffen. Und ein Teil der russischen Armee ist mit deutschen Waffen ausgestattet worden. Ein Teil des Angriffs ist trainiert worden auf deutschen Rüstungssystemen. Damals war das noch kein Konfliktfall. Aber es ist deutsche Technologie, die auch bei den Angegriffen, bei den Angreifern organisiert und geliefert worden ist. Und deswegen habe ich meine Schwierigkeiten, wenn ich dann zu entscheiden habe, dass dann der Angegriffene auf einmal gesagt bekommt, du bist jetzt ein Krisengebiet, du darfst jetzt keine deutschen Waffen anschauen. Okay, dann haben wir es hier nochmal sozusagen präzisiert. Aber dennoch, damit stehen Sie in der Linken auf fast verlorenen Posten. Janine Wissler hat gerade nochmal Waffenlieferungen auch in ihrer Rede klar abgelehnt. Sie spricht gegen Waffenlieferungen generell auf der Welt. Das ist eine Grundhaltung, die ich auch habe. Also haben Sie das so verstanden, dass Frau Wissler gerne Waffen in die Ukraine liefern möchte? Verzeihen Sie bitte, dass Sie mir nicht etwas in den Mund legen, was ich gar nicht gesagt habe. Und wir sollten auch miteinander so ordentlich umgehen, dass das, was ich gesagt habe, das die Grundlage unseres Interviews ist. Ich habe gesagt, die Partei Die Linke steht generell für eine Welt, in der Abrüstung im Vordergrund steht. Und das habe ich am Ende meiner Rede auch nochmal deutlich gemacht, dass an meiner völkerrechtlichen Beurteilung es nichts darüber hinweg deutet, dass das, was ich grundsätzlich bejahe, nämlich die Rede von Willy Brandt, als er den Friedensnobelpreis bekommen hat, dass das für mich nach wie vor meine Grundlage meines emotionalen und politischen Handelns ist. Aber in der konkreten Situation, in der ein Aggressor ein Nachbarland zerstört, kann ich nicht über Philosophie und politische Grundlagen debattieren, sondern muss zuerst dafür sorgen, dass der Angriff gestoppt wird. Und er wird nicht gestoppt mit Resolution. Wenn das gegangen wäre, hätte ich jede Resolution mitgemacht, die irgendwie möglich ist. Denn jede Waffe tötet am Ende. Nun ist es ja so, dass dennoch auch das in den Reihen hier durchaus auch anders gesehen wird. Haben Sie denn zuversicht, dass man sich hier auf einen Leitantrag einigt, in dem die Linke geschlossen auch am Ende eine Position vertritt? Weil bisher waren die Positionen, das haben Sie ja selbst gesagt, durchaus verschieden. Die Frage generell auf politische Auseinandersetzung war so, dass im Bundestag das eine gesagt wurde, im Parteivorstand das andere und der Bundesausschuss dazwischen auch noch herum geirlichtert hat. Das Problem ist, dass wir so nicht als Gesamtpartei arbeiten können. Ich würde gerne mit einem Gremium auch darüber reden, warum Regierende an bestimmten Stellen zu Konsequenzen kommen, die nicht 100 Prozent unserem Parteiprogramm als ideologische Forderung entsprechen, sondern in der Realität notwendig sind, um die nächsten Schritte zu machen. Aber in der Sicherheit, dass wir wieder zurückkehren zu Friedensverhandlungen. Denn selbst wenn die Waffen zum Stillstand kommen, und ich hoffe, sie kommen bald zum Stillstand, muss es einen Friedensprozess geben. Und es muss einen Prozess geben, wie wir Donetsk, Luhansk, Krim genauso integrieren in das Staatssystem der Ukraine, wie auch Transnistrien in Moldau. Wenn am Ende diese Länder der EU beitreten, dann werden wir sogar in der Beistands- und Verteidigungsverbindlichkeit stehen. Dann stehen wir in der Verpflichtung, diesen Ländern auch beistehen zu müssen. Und wenn umgekehrt Litauen durch Russland die Souveränität aberkannt kriegt, dann haben wir schon einen Kriegszustand, bei dem wir direkt in der EU angegriffen werden. Nun ist ja die EU kein Verteidigungsbündnis, aber gestern wurden dann auch die Beitrittskandidatenstaaten offiziell auch erklärt der Ukraine. Sehen Sie das positiv, diese Entwicklung, dass man die Ukraine ganz fest jetzt an die EU bindet? Sie sagen, die EU ist kein Verteidigungsbündnis. Das stimmt, sie ist eigentlich eine Wirtschaftsgemeinschaft, aber sie ist auch eine Wertegemeinschaft. Aber es gibt in den neuen Verträgen die Beistandsverpflichtung. Und diese Beistandsverpflichtung kann man aus den europäischen Verträgen nicht rauslösen. Und insoweit ist jeder, der Vollmitglied wird, im Rahmen der Beistandsverpflichtung auch wie alle anderen in der Verpflichtung dafür einzutreten. Insoweit brauchen wir für die gesamte Region der Ukraine, Moldau, aber auch Serbien, Kosovo, Nordmazedonien, wir brauchen eine kraftvolle Antwort, bei der Mittel- und Osteuropa zu einem zentralen Leitbild für ganz Europa wird. Und deswegen fand ich es richtig, dass auch der Bundeskanzler dort jetzt auf einer Reisediplomatie war und mit allen Staatschefs darüber geredet hat. Und deswegen ist die Frage Beitrittskandidat Ukraine und Moldau ein Element. Aber in Rumänien, da war ich gerade zum Staatsbesuch, sagt man, warum dürfen wir nicht in das Schengen-Abkommen rein? Wir erledigen seit zehn Jahren alle Auflagen, die er von uns verlangt. Da dürfen wir gegenüber den mittel- und osteuropäischen Staaten nicht mit zweierlei Maßmessen. Ganz herzlichen Dank, Odo Ramelow, Ministerpräsident des Landes Thüringen und ein bisschen so hier der heimliche Gastgeber in Erfurt in der Messehalle. Und wir hören jetzt noch mal ein bisschen rein, wie der Parteitag hier weiter verläuft. Genau, wir hören hier in die Generalaussprache rein, bleiben aber auch mit einem Auge in Brüssel, wo die Pressekonferenz von Olaf Scholz angekündigt ist. Wir erwarten ihn demnächst, aber so lange bleiben wir natürlich hier. Und da gibt es auch einige Redner, die sich hier zu Wort melden. 90 Redner stehen auf der Liste, Redner und Rednerinnen je an drei Minuten. Und gerade spricht Said Basel-Gafuri aus Nordrhein-Westfalen. Und den Soldaten, die die Opfer dieses Krieges sind und Kampf gegen die Ausrüstung und Kriegshelberei der kapitalistischen Regime in Russland, der Ukraine und ihrer jeweiligen Verbündeten. Wir begrüßen, dass belarussische Gewerkschafter aufgrund eines Appells ukrainischer GewerkschafterInnen die Eisenbahnverbindungen zwischen Belarus und der Ukraine gekappt haben, um Truppentransporte zu verhindern. Wir begrüßen, dass sich Arbeiter in Italien am Flughafen Pisa die Verladung von Waffen für die Ukraine verweigert haben. Es gibt immer wieder Berichte von Meutereien von Soldaten. Gut so. Hoffen wir, dass daraus ein Aufstand wird. Der Erste Weltkrieg wurde durch Soldaten und Arbeiter mit der Russischen Revolution 1917 und der Deutschen Revolution 1918 beendet. Der Kolonialkrieg Portugals in Angola wurde durch einen Aufstand junger Offiziere beendet, der die bewaffnete, aber friedliche portugiesische Revolution 1974 auslöste und zum Sturz der Diktatur und einer sozialistischen Revolution führte. Wir sollten für eine weltweite Opposition und den Sturz der Kriegstreiber kämpfen. Dafür müssen wir eine internationalistische und sozialistische Arbeiterbewegung neu aufbauen. In keinem Fall können wir hinter unserer friedenspolitischen Position zurückgehen. Die Richtigkeit wird durch den Ukraine-Krieg nicht aufgehoben, sondern bestätigt. Wir müssen den sofortigen Rückzug der russischen Truppen aus der Ukraine fordern. Genauso müssen wir den Rückzug der NATO-Truppen aus Osteuropa fordern und die jegliche NATO-Erweiterung ablehnen. Die Auflösung der Kriegstreiberunion NATO und der Austritt aus der NATO ist dringend in je. Zeitung muss zum Ende kommen, bitte. Die Bundeswehr muss aus Litauen und allen anderen Auslandseinsätzen abgezogen werden. Streckte Ablehnung von Rüstungsexporten auch durch andere Staaten. Dankeschön. Vielen Dank, Said. Als nächstes kommt die Lucy Hammer aus Sachsen und anschließend Dariush Hasan-Pour aus Bremen. Halt andere. Ja, genau. Das ist bedinglich klar. Liebe Genossinnen, liebe Genossen, mein Name ist Lucy Hammer aus dem SDS Leipzig. Laut Schätzungen des UNO-Flüchtlingsrats sind bis Mitte Juni rund 8 Millionen Menschen aus der Ukraine geflüchtet. Das ist eine Katastrophe. Die Tausenden Toten und Verletzten in der Ukraine sind ganz klar auf einen imperialistischen Krieg von Seiten Russlands zurückzuführen, den wir als Linke entschieden verurteilen. Auch nach Deutschland sind bisher Hunderttausende Geflüchtete migriert. Ihnen gilt unsere Unterstützung vor Ort. Das Linksnet in Leipzig, ein offenes Stadtteilbüro der Linken, hat bereits sehr früh Hilfe für Geflüchtete, Ukrainerinnen und Unterkünfte organisiert. An solchen Beispielen sollten wir uns orientieren, wenn wir über praktische Solidarität von links sprechen. Und dabei muss natürlich auch klar sein, dass unsere Solidarität antirassistisch ist, denn wir stehen an der Seite aller Geflüchteten. Genauso stehen wir auch gegen alle Kriege. Die Zeitenwende-Rhetorik von Baerbock ist angesichts der Kriegen der jüngeren Vergangenheit und Gegenwart reinste Doppelmoral. Lasst uns daher als Linke in den nächsten Wochen auch gemeinsam mit unseren kurdischen und türkischen Genossinnen genauso für einen Stopp der türkischen Offensive in Nordsyrien protestieren, wie wir es gegen die der russischen Regierung tun. Ja, es handelt sich um einen imperialistischen Angriffskrieg von Russland. Und Ukrainerinnen und Ukrainer haben selbstverständlich das Recht auf Selbstverteidigung und das tun sie auch mit Waffen. Aber was wir als Linke berücksichtigen müssen, ist, dass die Frage danach, ob wir Waffen liefern oder nicht, irreführend gestellt ist. Und wir uns damit auf eine Logik von Staatlichkeit einlassen, die wegführt von unseren Prinzipien und Vorschlägen linker Politik. Nicht wir liefern also irgendwelche Waffen, sondern es sind die herrschenden imperialistischen Regierungen, die anderen herrschenden imperialistischen Regierungen oder kapitalistischen Regierungen Waffen liefern. Und diese Lieferungen sind gewiss nicht moralisch begründet. Stattdessen stehen hinter ihnen handfeste Interessen, weshalb wir den Krieg auch im Kontext interimperialistischer Verhältnisse berücksichtigen müssen. Es geht hierbei nicht um die Relativierung des russischen Angriffskriegs. Aber für uns als Linke ist es wichtig, Imperialismus nicht nur dann zu benennen, wenn ein Land ein anderes überfällt. Es ist genauso imperialistisch, wenn viele Großmächte ein Land mit Tonnen von Waffen vollpumpen. Diese Militarisierungsspirale wird sich langfristig gewaltig auf das Leben der Arbeiter in Klasse in der Ukraine, in Russland, aber auch in Deutschland auswirken. Und dagegen müssen wir unseren Widerstand formieren. Dankeschön. Vielen Dank, Lucy. Und als nächstes das Wort hat Darius Hassanpur. Und anschließend Katja Sonntag von der AKL. Ja, liebe Genossinnen, erstmal einen herzlichen Dank an Janine für diese großartige Rede. Diese Rede war für mich ein Signal des Aufbruchs und sie hatte Feuer. Und das ist genau das Feuer, was wir jetzt brauchen bis zum nächsten Bundestagswahlkampf. Ich bin dieser Partei vor etwa zehn Jahren als 16-jähriger Schüler beigetreten und damals sind wir als drittstärkste Partei in den Bundestag eingezogen. Für mich und mein Umfeld war klar, die Linke, das ist die Partei der heranwachsenden Generation und die Zukunft, die wird deutlich links sein. Der Linksrutsch wird kommen. Heute, zehn Jahre später, stehe ich hier und die Realität sieht leider etwas anders aus. Was ich aber hier sehe, das sind Menschen, die im Querschnitt gar nicht so weit auseinander liegen, sondern sehr nah beieinander. Aber trotzdem streiten wir uns wegen einigen Teilpunkten so hart, dass man denken könnte, dass unsere gesamte politische Arbeit davon überlagert wird. Und das müssen wir ändern, meine Genossinnen und Genossen. Ich möchte es deutlich sagen. Wir sind keine Ja-Sager-Partei, wie die CDU oder die SPD. gestritten wird und das ist auch gut so. Denn Politik, denn Demokratie lebt von der Debatte und diese Debatte brauchen wir. Und wir verlassen die Debatte jetzt kurz, denn wir wollen es Olaf Scholz dem Bundeskanzler geben. Egal welcher Meinung ihr seid und euer Gegenüber ist in einigen Streitpunkten. Lasst uns unsere gemeinsamen Ziele nach vorne stellen. Lasst uns die nach vorne stellen und kommunizieren. Denn für gute Löhne sind wir alle. Für eine bessere Bildungspolitik, für eine sozial-ökologische Transformation der Gesellschaft oder eine Rente, die einen nicht unter die Armutsgrenze rutschen lässt. Wir sind alle gegen Faschismus, gegen Rassismus, gegen Sexismus und der Diskriminierung von Menschen, egal aus welchem Grund. Also lasst uns gemeinsam für diese Ziele kämpfen und das Leben der Menschen nachhaltig verbessern. Denn dafür werden wir gewählt. Und wenn wir in Zukunft in der Presse oder auf Twitter über unsere Genossinnen sprechen und vielleicht mal nichts Nettes zu sagen haben, dann halten wir doch lieber mal unsere Fresse. Vielen Dank. Vielen Dank, Darius. Als nächstes hat das Wort Katja Sonntag. Es hält sich bereit. Sebastian Rave. Nach Sebastian unterbrechen wir die Redeliste zur Generaldebatte für einen besonderen Gast dieses Parteitages. Hört man mich? Ja. Dann lege ich los. Ich möchte ein bisschen das Augenmerk auf etwas legen, wo ich das Gefühl habe, das kommt insgesamt noch ein bisschen kurz in der ganzen Debatte oder es kommt ziemlich kurz. Wir haben ja schon gemerkt, rhetorisches Feuer haben wir und das werden wir, glaube ich, auch nicht verlieren. Aber wir brauchen natürlich auch die passenden Inhalte, sonst bringt uns dieses Feuer gar nichts. Ich möchte auf die Krise der Partei zu sprechen kommen. Wir haben ja medial das Thema, wird es ganz oft in den Vordergrund gestellt. Und auch hier diskutieren wir das ganz ausführlich. Aber ich möchte einmal darauf hinweisen, dass nicht nur die Zerstrittenheit oder das nicht ausschließlich oder überhaupt die Zerstrittenheit das Problem ist. Die ist sozusagen die Form, die dem Inhalt folgt. Wenn wir also so debattieren, ist das eine rein kosmetische Debatte. Parteikultur ist wichtig, aber wir haben es hier mit einer politischen Krise auch zu tun. Vielleicht mal, um ein bisschen aufzugreifen, wie die Zusammensetzung oder die Aufstellung der Partei ja auch an diesem Parteitag so ist. Wir haben zwei Hufeisen, die sich gegenüberstehen, zwei Machtblöcke. Da sind Einzelfragen, da sind schon Unterschiede festzustellen, was Identitätspolitik oder auch die Migrationsfrage angeht, die Positionen dazu. Aber in sonstigen Punkten eben kaum auch Unterschiede festzustellen sind. Was ein Punkt ist, ist, dass auf beiden Seiten der Traum vom Regieren ist, der für viele Leute, für viele, die die Linke gewählt haben, mit Hoffnung auch zum Trauma geworden ist. Also vom Traum zum Trauma der Arbeiterinnenklasse, wenn da Abschiebungen stattfinden, wenn privatisiert wird, wenn Enteignungsinitiativen auf Eis gelegt werden, ohne dass die Linke praktisch sich massiv dagegen aufbäumt. Ein kleines, trauriges Schulterzucken, wir können nicht anders, reicht da nicht. Wenn wir also hier sagen, wir haben diese zwei Machtblöcke und es ist eben da auch eben keine Entscheidung zwischen zwei politischen Linien erkennbar im Großen und Ganzen, außer in zum Beispiel kleinen Fragen, dann ist es ein Weiter-so. Und dann wird genauso dieser Parteitag ein kosmetischer sein, das wird ein Weiter-so sein. Wir müssen die Systemfrage stellen. Das ist nämlich das Wichtigste überhaupt. Sozialismus wollen wir alle, aber die Frage ist, wie kommen wir dahin und den Weg, wie wir dahin kommen, beantworten wir unterschiedlich. Wir haben, und das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen zugespitzt, aber wir haben Leute, die sagen, wir sollten schon mal ein bisschen brav sein und am System rumdoktoren, bis es schon passt, bis das Sozialismus ist. Das wird nicht funktionieren. Und ich möchte noch hinzufügen, es kommt nicht darauf an, am Radikalsten zu sein, sondern die richtigen Forderungen zu stellen. Und das ist eben die nach einer kämpferischen Politik dieser Partei. Und du musst jetzt Schluss machen, Katja, tut mir leid. Genau. Verantwortung heißt nicht mitregieren, Verantwortung heißt die Partei sein, die die Arbeiterinnenklasse braucht. Vielen Dank, Katja. So, dann kommt jetzt Sebastian Rawe aus Bremen. Und ja, unser Gast, der dann kommen wird, glaube ich, sehr spannend, der heißt C.C.T. Mellin, wer es ist, sagt nachher gleich die Doris. Bitte, Sebastian. Danke. Liebe Genossinnen und Genossen, der Krieg in der Ukraine stellt die friedenspolitischen Positionen der Partei auf eine ziemlich harte Probe. Und ich glaube, dass weder die NATO, Entschuldigung, die NATO sowieso nicht, aber weder die UNO noch der Papst diesen Krieg stoppen werden. Ich glaube, dass Appelle an die bürgerliche Demokratie zahnlos sind, wenn das Bürgertum diesen Krieg bis zum Ende führen will. Und dieser Krieg findet statt vor dem Hintergrund von sich verschärfenden zwischen imperialistischen Spannungen. Und dieser Krieg hat zwei Ebenen. Es ist nämlich erstens der imperialistische Überfall Russlands auf die Ukraine, aber zweitens auch mittlerweile sehr deutlich ein Stellvertreterkrieg der NATO gegen Russland. Und wenn man keine ordentliche Analyse von diesen geopolitischen Hintergründen hat, dann scheitert man auch dabei, eine korrekte Position zu finden. Und ich fürchte, dass es leider auch ein Problem ist, was wir in unserer Partei gerade haben. Und das zeigt leider auch der Leitantrag. Ich glaube, wir müssen sehr deutlich sagen, dass wir für den Austritt aus der NATO kämpfen. Die NATO-Staaten schicken der Ukraine nicht Waffen und viel Geld, weil die Ukraine so eine vorbildliche Demokratie ist, sondern um Russland zu schwächen als imperialistischer Konkurrent. Und wir stehen weder auf der Seite Russlands, das Antikriegsaktivistinnen einsperrt, noch auf der Seite der Oligarchenherrschaft in der Ukraine, dessen Regierung gegen linke Parteien vorgeht und Arbeiter in Rechte schleift. Wir brauchen stattdessen eine unabhängige Klassenposition. Auch und gerade im Krieg verlaufen die Grenzen eben nicht zwischen den Völkern, sondern zwischen oben und unten. Unsere Verbündeten sind die Antikriegsaktivistinnen in Russland. Wir stellen uns auf die Seite der Menschen in der Ukraine, die Widerstand leisten und sich teilweise mit ihren bloßen Körpern vor die Panzerstellen oder Demonstrationen im besetzten Gebieten abhalten. Wir dürfen aber nicht den Fehler machen, diese Unterstützung zu verwechseln mit einer Unterstützung Selenskys oder gar mit der Unterstützung der NATO und Waffenlieferungen zustimmen oder anderen Maßnahmen, die im Ende einem Wirtschaftskrieg gleichkommen, liebe Genossinnen und Genossen. Weil darunter vor allem unsere Verbündeten leiden würden, nämlich die einfachen Menschen in der Ukraine, aber gerade auch in Russland, die mit solchen Maßnahmen nur in Putins Arme getrieben werden, wenn sie in Armut gestürzt werden. Und eins dürfen wir nicht machen, niemals. Wir dürfen niemals den Fehler machen, den die SPD 1914 gemacht hat, als sie, so wie heute, den russischen Imperialismus abgelehnt hat, aber die Ablehnung ihres eigenen Imperialismus so ein bisschen vergessen hat. Der Hauptfeind steht im eigenen Land, hat Liebknecht damals gesagt. Und das gilt auch heute. Die deutsche Aufrüstung, die deutschen Banken und Konzerne, der deutsche Imperialismus, das sind unsere Hauptfeinde, liebe Genossinnen und Genossen. Und wenn ihr dem zustimmt, dann stimmt bitte für den Ersetzungsantrag ohne Wenn und Aber. Vielen Dank. Vielen Dank, Seba. Nun ist es so, dass unser Gast noch ein paar technische Vorbereitungen treffen muss. Ist Nicole Fritsche-Schmidt hier vorne schon bereit für den nächsten Redebeitrag? Da kommt sie wunderbar. Nicole kommt aus dem Landesverband Nordrhein-Westfalen. Liebe Genossinnen und Genossen, ich habe Redebedarf. Ja, sehr großen und ich habe viel zu lange geschwiegen. Die meisten Genossinnen und Genossen haben schweigend zugeschaut, wie einige wenige sich in den letzten Jahren buchstäblich gegenseitig die Köpfe eingeschlagen haben. An der Stelle möchte ich all den ehrenamtlichen Genossinnen und Genossen in den Kreisverbänden danken, die sich trotzdem noch an den Infostand gestellt und Wahlkampf gemacht haben. Ich möchte mich bei den Genossinnen und Genossen bedanken, die sich vor Ort in den Kommunalparlamenten den Arsch aufreißen, trotz alledem. Mein Dank geht an die Genossen und Genossen, die in Beschäftigungsverhältnissen der Partei stehen und trotzdem einen guten Job machen und sich Sorgen machen, ob sie morgen noch einen Arbeitsplatz haben. Mein großer Respekt geht an all die neuen Genossen und Genossen, die trotzdem in unsere Partei eingetreten sind. Das gibt mir Hoffnung. Ich möchte nicht mehr schweigend zuschauen, wie jahrelange Freundschaften kaputt gehen. Kritik muss immer geübt werden dürfen. Und man muss es sich verdammt noch mal bis zum Schluss anhören. Aber die Menschen, die Kritik haben, müssten mal wieder mehr auf Wortwahl und Ton achten. Und vielleicht schaffen wir es mal, dass wir uns nicht gegenseitig jeden noch so kleinen Fehler in der Öffentlichkeit aufs Brot schmieren. Wir sollten uns gegenseitig wieder mehr loben und wieder wertschätzend gegeneinander verhalten. Lasst uns schauen, wo was gut läuft und wie man sich jenes, dieses oder jenes in andere Kreisverbände oder auf andere Eben übertragen kann. Ich bin zum Beispiel immer noch total begeistert von den Landratswahlen in Sachsen. Die Idee mit den gemeinsamen Kandidatinnen finde ich großartig und die Wahlergebnisse finde ich sprechend für sich. Ich hoffe, dieser eingeschlagene Weg wird vielerorts fortgesetzt. Es gibt viel Vertrauen zurückgewinnen. Oder Philipp Rubach, der als parteiloser Kandidat es geschafft hat, dass endlich wieder das Thema der Treuhand diskutiert wird. Auch bei uns. Mich hatte er ja schon mit Dynamo Dresden gehabt. Als Weggezogene werde ich immer ein Interesse daran haben, dass wir selbstverständlich auch diesen Teil unserer Partei-Identität waren. Deshalb sollten wir auch immer wieder die ostspezifischen Themen auf den Tisch bringen. Und ich will endlich wieder mit allen an einem Tisch sitzen. Ich möchte mich nicht mehr entscheiden müssen, von wem ich aufgrund meiner Tischwahl in irgendeine Schublade gesteckt habe. Die Partei ist kein Selbstzweck. Und wir brauchen eine starke Linke. Und dann fehlt auch die Leitung, um diese Partei zu machen. Und wir brauchen eine starke Linke. Und wir brauchen eine starke Linke wieder für diese Partei. Und zwar mit allen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kohl. Wir machen jetzt einfach weiter in der Redeliste, was ihr merkt, weil wir noch technisch sozusagen ein Mikro brauchen. Das wird gerade besorgt. Dann ist jetzt der Thomas Gößer und die Susanne. Und ich möchte sagen, es ist, alle Verhältnisse zu werfen, in denen der Mensch ein erniedriges, ein geknechtetes, ein verletztes, ein verächtliches Wesen. Andere stehen an der Seite. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich bin in Ostfriesland aufgewachsen. Bei uns zu Hause gab es keine Bücher. Vor mir war niemand auf einer Realschule. Abitur machen konnte schon niemand. Und wenn mein Onkel mir, der hat über 30 Jahre am Band bei VW gearbeitet. Die haben hier früher gesagt, dass die Stadt oder die Ausländer sind schuld. Da habe ich nicht gesagt, Adi, da hast du aber recht, sondern er hat gesagt, ja, das sind Probleme. Aber daran sind nicht die Ausländer schuld. Daran sind die Schuld, die die Produktionsmittel besitzen. Das fand er einmal ein bisschen komisch, weil Produktionsmittel, wer sagt das schon. Aber es war trotzdem richtig, weil es eine gemeinsame Perspektive aufgemacht hat. Eben wie Janine gesagt hat, nicht die Spaltung unten bei uns, sondern zwischen unten und oben. Und das schafft Klassenbewusstsein, um das nochmal deutlich zu sagen. Wir sind doch nicht antirassistisch, weil wir antirassistisch sind, sondern weil wir gewinnen wollen. Und weil wir antirassistisch sind, weil wir antirassistisch sind. Und ein anderer Widerspruch ist immer wieder dieser Widerspruch. Ich habe sogar noch gehört, wir wollten die Partei in die Bewegung auflösen. Was für ein Unfall. Wir wollen da sein, wo wir da sind. Meine Cousine arbeitet in einer alten Familie, die ist 30 Jahre alt. Die hat sich gerade zur Betriebsrätin wählen lassen und ich bin super stolz. Ich bin super stolz, weil das die Leute sind, die dieses Land besser machen. Und meine Cousine, die wählt uns. Und wisst ihr, warum die uns wählt? Wir haben eine Pflegekampagne gemacht und da müssen wir weitermachen. Wir müssen, wie Bodo gesagt hat, unserem politischen Gegner in den Arsch treten. Vielen Dank, Thomas. Und jetzt ist es soweit. Wir sind sehr froh, die HDP ist im Haus. Wie immer aufs Herzlichste willkommen. Wir sind so froh, wir sind so stolz. Und das Wort hat Cezay Temmeli, ehemaliger Parteivorsitzender und Abgeordneter im türkischen Parlament. Machen wir es erst mal andersrum. Wir werden hören. Schön, dass ihr da seid. Hallo, vielen Dank. Was ich präsentiere. Mein Name ist Susanne Herrhaus. Ich komme aus Wuppertal und ich präsentiere die roten Haltelinien. Ich möchte jetzt nicht damit anfangen, wen ich bevorzuge, wen ihr gleich wählen sollt oder wen ich nicht mehr wählen möchte, wie das hier auch schon vorgekommen ist. Ich glaube, das schadet unserer Partei. Unser Programm ist super, ist spitze, kommt bei allen Leuten an. Aber die, wie Nicole auch sagte, die an der Basis arbeiten, die Wahlkampf machen, die in Kommunalpolitik, Kommunalparlamenten sind. Wir hören uns das an. Ihr seid nicht wählbar. Ihr zankt euch den ganzen Tag. Und das stimmt. Es geht doch jetzt schon wieder los, dass der beschimpft wird oder der. Und wenn wir uns nicht am Rieben reißen, dann werden wir uns das nächste Mal auch nicht gewählt. Die ganzen schönen Worte, die hier alle halten, da bitte ich die doch mal wirklich in die Tat umzusetzen. Nicht hier zu sagen, Einigkeit, 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 sondern hier rausgehen und sich mit den Leuten zusammensetzen, mit denen man bisher keine Einigkeit hatte. Das wäre meine Bitte und mein Appell an die Menschen, die diese Partei leiten oder auch in Zukunft leiten möchten. Dann ist mein Wunsch, ich möchte mich bedanken. Ich möchte mich bei der Bundestagsfraktion bedanken, dass sie das Sondervermögen abgelehnt haben. Danke, Bundestagsfraktion. Und es ist unsäglich, dass aus dieser Parteikritik gegen solche Beschlüsse kommen. Wo sind wir denn hin? Ich bin hier. Mein Slogan ist, und das sollte aller sein, für soziale Sicherheit, Frieden und Klimagerechtigkeit. Und wenn wir das einheilen, und am besten sofort, sind wir auf einem guten Weg. Danke. Vielen Dank, Susanne. Und Entschuldigung noch mal hier, weil der Zeitplan sehr eng ist und da dachten wir, wir ziehen da jetzt den Kollegen vor. Also noch mal herzlich willkommen an die HDP-Vertretung, die hier im Hause beim legten Parteitag in Erfurt ist. Großartig, dass ihr da seid und das Wort hat Cezay Temeli, ehemaliger Parteivorsitzender und Abgeordneter im Türkeischen Parlament. Leg los, du hast das Wort. Hallo, liebe Genossinnen und Genossinnen. Ich möchte euch herzlich willkommen heißen im Namen meiner Partei, im Namen meiner Präsidenten und Vizepräsidenten und im Namen meines Volkes. Ich wünsche allen Genossen und Genossinnen, die im nächsten Kongress teilnehmen werden bzw. dabei werden, jetzt schon mal viel Erfolg. Und die Rechnung dafür möchte der Kapitalismus. Und die Frauen der Zukunft und der autoritären Regime dieser Welt geltend machen. Mit Kriegen und mit Gewalt sind die Bevölkerung der Welt, die Völker der Welt derzeit wieder unter einem enormen Druck. Von der Ukraine bis zum Mittleren Osten durchleben wir bzw. erleben wir derzeit wortwörtlich den Dritten Weltkrieg. Özellikle Kürdistan'da, başta Kürt halka olmak üzere tüm Ortadoğu halklarına yönelik, çok ciddi bir savaş ve baskı söz konusu. Ganz besonders im Mittleren Osten gegen die kurdische Bevölkerung, aber auch gegen alle anderen regionalen Völker erleben wir derzeit oder durchleben wir derzeit eine Welle der Gewalt und eine Welle der Kriege und Unterdrückung. Die Erdogan-Regime in der Türkei hat zurzeit oder schon seit mehreren Jahren regelrecht eine autoritäre Regime gegen Kurden, gegen Frauen mit Gewalt und mit Unterdrückung aufgebaut. Die Verhandlungen, in denen Erdogan jetzt derzeit mit dem westlichen Kapitalismus steckt, basiert auf Energievorräte, auf verschiedenen Rohstoffen und gerade das hat dafür gesorgt, dass Erdogan noch Luft bekommt und seine Regime fortführen kann. Die NATO auf einer Seite, Erdogan-Regime auf einer Seite und Putin auf der anderen Seite haben die Völker dieser Welt derzeit in die Ecke getrieben. Ganz egal wie sehr die uns mit Gewalt und Unterdrückung entgegenstehen oder gegen uns stehen, werden wir uns den Widerstand leisten. Başta Kürt halka olmak üzere, işçiler, emekçiler, kadınlar, yan yana gelerek, Türkiye'de otoriter Rejime karşı büyük bir mücadele vermekteyiz. Im vorderster Front sind die Frauen, die Arbeiter, die Arbeitnehmer und die arbeitende Bevölkerung sind wir derzeit in einem ganz großen Kampf gegen die türkische Regime. Die HDP hat sich der Aufgabe angenommen, der Führer bzw. der Führer war jetzt das falsche Wort, Entschuldigung. Der Anführer, sage ich mal, hat sich so Aufgabe gemacht, der Anführer dieser Bewegung zu sein. Wir sind sehr glücklich darüber, dass wir nicht alleine sind, dass die Linke auf unserer Seite ist, dass die europäische Arbeiterklasse auf unserer Seite ist und dass die internationale Arbeiterklasse und die linke Bewegung auf unserer Seite ist. Applaus Und auch wir werden nächste Woche am 3.7. unseren großen Parteitag veranstalten und das wird in Ankara stattfinden. Wir würden uns freuen, wenn wir euch ganz zahlreich, so zahlreich wie es geht in Ankara gegen diese autoritäre faschistische Regime begrüßen zu dürfen. Ja, euch alle, gerne. Applaus Wir sind fest davon überzeugt, dass unser Kampf mit dem Sieg enden wird. Es lebe der Widerstand, es lebe der Zusammenhalt und es lebe der Kampf der Arbeiterklasse. Applaus Vielen Dank, César Temmeli Applaus Und als nächstes hat das Wort wieder auf der Redeliste zur Generaldebatte Tobias Schulze aus dem Landesverband Berlin und es hält sich bereit, Hannah Wanker aus Bayern. Ja, liebe Genossinnen und Genossen, ich möchte etwas zur Überlebensfrage der Linken sagen. Die ist hier hinten auch dran gepinnt an die Wand. Es geht um die Frage, ob wir die Welt verändern, ob wir die Gesellschaft verändern. Und es geht vor allem um die Frage, ob wir das nicht nur wollen, sondern um die Frage, ob wir es auch können, die Gesellschaft zu verändern. Das ist die Überlebensfrage der Linken. Ob wir eine Verfassung haben, ob wir in der Lage sind, nach dem, wie wir politisch arbeiten, die Gesellschaft zu verändern oder ob wir nur darüber reden, sie zu verändern. Das ist die Grundfrage. Über die müssen wir hier reden. Applaus Und das ist nicht die Frage Opposition oder Regierung. Das will ich mit einem Beispiel aus Berlin deutlich machen. In Berlin hat das Volksbegehren Deutsche Wohnen und Co. Enteignen auf der Grundlage des Artikel 15 Grundgesetz die Mehrheit dafür bekommen, große Wohnungsunternehmen in öffentliches Eigentum zu überführen. Das ist übrigens keine Enteignung, sondern eine Vergesellschaftung. Das ist ein kleiner Unterschied, auch im Grundgesetz. Applaus Sehr gut. Das ist immer Applaus wert. Die Berlinerinnen und Berliner sind widerspenstig. Applaus Und dieser Volksentscheid, der da stattgefunden hat, der hat den Senat adressiert. Der hat die Aufforderung an den Senat gegeben, alles zu tun, damit dieser Artikel 15 angewendet werden kann und die großen Wohnungsunternehmen in öffentliche Hand kommen. Das heißt, die Verantwortung liegt jetzt, nachdem der Volksentscheid erfolgreich war, beim Senat. Und es ist gut, dass wir ohne Stimmenverluste diese Wahl gewonnen haben. Dass wir ohne Stimmenverluste uns dafür entschieden haben, mit 75 Prozent unserer Mitglieder wieder in den Senat zu gehen. Weil wir sind jetzt dafür verantwortlich, diesen Volksentscheid umzusetzen. Und es ist auch ganz klar, wenn wir nicht in dem Laden wären, dann würde der nicht umgesetzt werden. So ist es. Und es geht um die Frage des Zusammenspiels aus linken Bewegungen, aus parlamentarischer Arbeit, auch aus unserer Partei und natürlich da, wo wir es können, auch in Regierungen zu gehen. Dieses Zusammenspiel ist entscheidend. Wenn wir das hinkriegen, dann sind wir erfolgreich. Das gilt auch für die Bundestagsfraktion, die natürlich im Austausch ist mit sozialen Bewegungen. Das gilt für den Parteivorstand. Wir müssen uns öffnen nach außen. Nicht beim Widerspruch stehen bleiben, sondern uns zusammensetzen, Lösungen entwickeln und dann gemeinsam rausgehen, die Lösungen vertreten. Das ist die Überlebensfrage der Partei. Und das will ich an einem zweiten Beispiel deutlich machen und zwar im Ukraine-Konflikt. Wir haben gerade den Genossen von der HDP gehört und die HDP ist ja seit langem ein gern gesehener Gast. Auf unseren Parteitagen. Und ich will eins sagen. Wir brauchen auch ukrainische Linke hier auf unseren Parteitagen. Die sind gerade im Feuer. Die sind gerade so richtig untergebuttert sozusagen, haben eine ganz schwierige Situation. Auch die müssen zu uns sprechen. Wir müssen die Menschen der Ukraine als eigene Subjekte wahrnehmen. Janine sagt mir gerade, dass sie kommen. Das finde ich hervorragend. Die Frage ist, was folgt für uns als Friedenspartei daraus, dass wir diesen Krieg von Russland verurteilen? Was folgt daraus praktisch? Ich weiß, dass Genossen und Genossen in die Ukraine gefahren sind und Flüchtlinge dort geholt haben. Das war eine super Aktion. Aber wir müssen jetzt weiterkommen. Wir müssen ins politische Handeln kommen. Wir müssen als Linke die Position entwickeln, diesen Krieg mit beenden zu wollen und nicht nur ihn anzuklagen. Danke. Danke, Tobias. Als nächstes hat Hannah das Wort. Und da ist sie schon. Die Linke als sozialistische Partei steht für Alternativen für eine bessere Zukunft. Wir gehen aus der Tradition der Demokratie und des Sozialismus, der Kämpfe für Menschenrecht und Emanzipation gegen Faschismus und Rassismus, Imperialismus und Militarismus hervor. Das steht so in unserem Programm. Liebe Genossinnen und Genossen, in der Tradition, in der wir uns und unserem Programm eigentlich so klar sehen, fürchte ich, können wir uns gerade nicht so richtig gerecht werden. Unsere parteiinterne Demokratie ist teils katastrophal. Immer wieder können Mitglieder mit gutem Zugang zur Medienwelt frei in die Welt posaunen, was die Linke eigentlich gerade so sagt. Völlig egal, was eigentlich in unserem Programm steht. Als Basismitglied ohne weitere Funktionen kotzt mich das ehrlich gesagt ziemlich an. Ich und die 10.000 weiteren Basismitglieder in dieser Partei arbeiten uns die Seele aus dem Leib und bringen unser Programm unter die Menschen. Ich finde, es kann nicht sein, dass uns dabei immer wieder Steine in den Weg gelegt werden, dass wir Irritationen aufarbeiten müssen, die durch solche Alleingänge entstehen. Und ich muss sagen, ich finde, das gilt gerade vor einem Bundesparteitag. Gerade davor hat man sich in den Medien zurückzuhalten. Der Sozialismus kommt prominent in unserer Außenwirkung leider auch kaum vor. Im Vordergrund stehen Reformchen und das Mitregieren wollen. Ohne Abgrenzung zu SPD und Grünen. Aber was wir brauchen, ist doch eine echte Alternative. Und das ist auch das, wofür ich eingetreten bin, wofür ich Politik machen möchte. Sozialistische Politik bedeutet auch, grundsätzlich anders an Politik heranzugehen. Das heißt, wir möchten einen solidarischen Umgang miteinander. Und wir wollen eine ausgeprägte Debattenkultur aber in der Partei und nicht über die Presse. Unsozialismus bedeutet, die Eigentumsfrage zu stellen, wie es auch die Menschen in Berlin möchten. Und das haben wir uneingeschränkt zu unterstützen. Im Angesicht dieser verzweifelten Lage unserer Partei können wir nichts verlieren und sollten uns endlich ehrlich machen. Mit einer sozialistischen Politik, die ihren Namen auch verdient hat. Und wir sollten hingehen zum Aufbau einer friedlichen und einer besseren Welt. Und in Zeiten von Krieg und Aufrüstung kann es da doch eigentlich keine Frage sein, wo wir Sozialistinnen stehen. Ich bin froh, dass unsere Fraktion gegen die Aufrüstungspläne gestimmt hat. Aber weitergehend ist es doch an uns zu erklären, wieso Waffenlieferungen keine Lösung sein können und wieso ein Siegfrieden auch keine Konfliktlösung ist. Es ist an uns aufzuzeigen, wie der Weg in eine friedliche Gesellschaft aussehen kann und den Imperialismus zu benennen und den Hauptfeind zu benennen. Für eine sozialistische Partei kann es hier keine Fragezeichen geben oder sie hat ihren Lernen nicht länger verdient. Deswegen appelliere ich an euch, stimmt heute nicht für Anträge oder Personen, die unserem Parteiprogramm widersprechen. Und mit dem Rückenwind, den wir heute hoffentlich beschließen, möchten wir nächstes Jahr in Bayern in den Landtag einziehen. Und wir möchten uns dafür einsetzen und ich kann euch sagen, wenn wir es in Bayern schaffen, dann kann niemand mehr sagen, dass mit der Linken nicht zu rechnen ist. Dankeschön. Vielen, vielen Dank, Hannah. So, jetzt kommt als nächstes der Julian und anschließend Christina Zacharias aus Baden-Württemberg. Und ich kündige schon mal an, dass wir gegen 16 Uhr dann so langsam in Richtung Pause gehen werden. Und bis dahin wäre es schön, wenn ihr vielleicht noch ein bisschen zuhören würdet. Danke. Julian, bitte. Liebe Genossinnen und Genossen. Über 40 Prozent der Bevölkerung sind gegen schwere Waffenlieferungen an die Ukraine. Trotz kampagnenartiger Beschallung von allen Seiten. Viele sorgen sich vor einer weiteren Eskalation des Krieges und das zu Recht. Wir sind die einzige Partei, die diese Menschen vertritt. Und es ist unsere Pflicht, nicht vor den Belizisten einzuknicken, sondern mit aller Macht gegen Aufrüstung, gegen Sanktionen und Wirtschaftskrieg und gegen jegliche Großmachtsambitionen der Bundesrepublik Deutschland zu kämpfen. Es ist unsere Pflicht, denn außer uns tut das keiner der Parteien. Und wir können in diesem Kampf viel, viel selbstbewusster sein und mutiger sein. Ja, viele von uns hat der russische Einmarsch überrascht, aber war deswegen unsere Analyse so falsch? Ich sage nein. Wer hat denn all die Jahre und Jahrzehnte davor gewarnt, dass Aufrüstung, das NATO-Manöver und die NATO-Osterweiterung die Kriegsgefahr um ein Vielfaches erhöht? Das waren wir, die Linke. Wer hat denn 20 Jahre lang vorausgesagt, wie der Krieg in Afghanistan mit deutscher Beteiligung ausgehen wird? Das waren wir, die Linkspartei. Und wer hat auch immer noch recht, wenn wir sagen, wie es in unserem Programm steht? Frieden in Europa kann und wird es langfristig nur mit und nicht gegen die russische Föderation geben. Das sind auch wir, die Linke, die einzige Friedenspartei im Deutschen Bundestag. Lassen wir uns doch nicht davon einschüchtern, wenn die Springerpresse oder irgendwelche olivgrünen Ampelhampelmänner uns als Kriegswehrherrlicher, als fünfte Kolonne Moskaus oder als Putins Fans beschimpfen. Wir sollten uns davon nicht einschüchtern lassen, aber vor allem sollten wir dabei nicht auch noch mitmachen und das den eigenen Genossinnen und Genossen vorwerfen. Wir sind nämlich nicht nur Lars Klingbeil und seine SPD im Weg, wenn die Deutschland zur militärischen Führungsmacht umbauen wollen. Wir stellen uns dem gesamten Großkapital entgegen. Und die schießen skrupellos und mit allen Mitteln gegen uns. Was erwarten wir denn noch anderes? Kritische Stimmen müssten in Zeiten der Kriegsvorbereitung eben abgeschaltet werden. Und genau darum geht es, wenn Annalena Baerbock über die deutsche Kriegsmüdigkeit schimpft. Genau darum geht es und um nichts anderes, wenn Steinmeier und Campino und viele, viele andere, teilweise auch Linke, die Wiedereinführung der allgemeinen Wehrpflicht fordern. Und genau darum geht es, wenn Olaf Scholz von Zeiten... Und aus Brüssel in Erfurt, wo die Linkspartei ihren Parteitag hat, nachdem es nun ja zwei Jahre keinen Präsenzparteitag für diese Partei gab, ist man jetzt wieder da. Ja, das ist ein geschichtsträchtiger Ort. Hier hat sie auch ihr erstes Grundsatzprogramm verfasst. Und auch dort wird immer wieder darauf Bezug genommen. In der Generalaussprache, da sind wir nämlich. Das bedeutet, dass die Delegierten sich melden konnten. Da gab es einen sehr großen Andrang auch, um sich hier zu äußern zu generellen Fragen. Und genauso wie hier man sehen kann, dass aus verschiedenen Landesverbänden nun Delegierte sprechen, sieht man auch aus den verschiedenen Strömungen sprechen. Hier die Delegierten, denn die Linke ist ja eine vielstimmige Partei. Dann spricht zum Beispiel jemand von der Antikapitalistischen Linken, vom Sozialistischen Deutschen Studentenverbund oder von der Senioren-Arbeitsgemeinschaft der Partei. Jetzt spricht Christina Zacharias aus Baden-Württemberg. Was es noch unerträglicher macht, ist, dass ich in diesen Zeitungen auch noch beinahe täglich spalterische Aussagen von Mandatsträgerinnen unserer Partei lesen muss. Das andauernde Liebäugeln mit Waffenlieferungen ist völlig absurd. Ich erinnere mich dran, im Wahlkampf Plakate aufgehangen zu haben mit der Aussage Waffenlieferungen stoppen. Dass diese Position jetzt wieder hart umkämpft werden muss, ist mir einfach unverständlich. Und diese ständigen Angriffe auf unser Programm, auf unsere Überzeugung, kommen auch nicht nur von einer Seite. Denn statt mich auf die Kämpfe konzentrieren zu können, die es innerhalb unserer Gesellschaft gibt und die eben auch geführt werden müssen, muss ich mich für Aussagen wie Gender Gaga oder Lifestyle-Link gerechtfertigen. Ich frage mich, ist Antifaschismus und Schichtarbeit jetzt plötzlich Lifestyle? Janine hat es in ihrer Rede erwähnt, unsere Partei ist so notwendig, als dass wir sie aufgeben dürften. Aber wir dürfen die Show auch nicht den Selbstgerechten überlassen. Im Gegenteil, wir müssen um unser Profil kämpfen und zurückfinden zu einer sozialistischen Mitgliederpartei. Vielen Dank. Großen Applaus gab es hier für Christina Zacharias. Sie hat auf die Lifestyle-Linken angesprochen. Kurz zur Erklärung. Sarah Wagenknecht, ja einer der bekanntesten Linken, hat diesen Begriff verwendet, als sie unter anderem sich beschwert hat, dass die Linkspartei sich nicht mehr auf ihre Kernklientel bezieht. Sarah Wagenknecht ist natürlich im Geiste hier dabei, aber nicht vor Ort. Grund ist, dass eventuell sie sich mit Corona angesteckt hat und deswegen dem Parteitag nicht beiwohnen kann. Aber wir können davon ausgehen, dass hier ihre Parteifreunde sie angemessen vertreten werden. Dass die unsere Beschlüsse ignorieren, die wir gefasst haben, dass die unser Programm ignorieren, dass die in Talkshows sitzen und nicht das machen, wie wir sie als Partei auf den Landeslisten gewählt haben. Ich finde, das geht absolut nicht. Und es gibt auch eben prominente Genossinnen, die uns die Welt erklären wollen und von sogenannten Lifestyle-Linken sprechen. Ich weiß nicht, was das ist, ein Lifestyle-Linker. Und es geht doch darum, solidarisch zu kämpfen, miteinander zu kämpfen. Wir wollen die Produktionsverhältnisse verändern. Wir wollen keine kapitalistische Gesellschaft mehr. Wir wollen einen Sozialismus und wir wollen auch nicht, dass wir uns anbiedern an die Kriegsparteien, an die Ampelkoalition. Jede Waffe ist eine zu viel und wir bleiben dabei. Frieden schaffen ohne Waffen. Und trotz alledem resignieren wir nicht. Wir kämpfen weiter. Wir wollen eine Mitgliederpartei bleiben, so wie es Bernd Rixinger auch immer mit uns zusammen erarbeitet hat, so wie es auch im Sinne von Janine ist. Wir wollen weiter kämpfen und wir werden den Weg gemeinsam weiter kämpfen. Nicht als Stellvertreter in Politik, sondern gemeinsam mit den Leuten auf der Straße kämpfen. Jetzt als Recht. Jetzt erst Recht. Und natürlich bleiben wir auch bei unserem Programm. Russland muss sofort raus aus der Ukraine, aber die BRD muss sofort raus aus der NATO. Jetzt braucht es eine starke Linke. Wir machen weiter. Lasst uns nicht verunsichern. Ich jedenfalls. Und wir sind optimistisch. Vielen Dank. Vielen Dank. Punktlandung. Hier im Kreuzmann war das aus Baden-Württemberg. Und Franziska Hildebrandt spricht nun als nächstes Hamburg-Mitte. Ja, moin, liebe Genossen, liebe Genossinnen. Mein Name ist Franziska. Ich komme aus Hamburg, wo wir auch mit vielen von euch und vielen Aktiven aus der Friedensbewegung, aus über 100 Organisationen und Initiativen an einem Aufbruch gegen die 100 Milliarden Aufrüstungspaket arbeiten, mit der bundesweiten Demonstration am 02.07. in Berlin unter dem Motto Wir zahlen nicht für eure Kriege, 100 Milliarden für eine demokratische, zivile und soziale Zeitenwende, zu der ich euch alle herzlich aufrufe. Denn worum geht es? Worum geht es im Angesicht dieser tiefgreifenden Krise des Kapitalismus? Die Geschichte, die Gegenwart und auch für die Zukunft gibt uns die Herausforderung auf, Wie schaffen wir Frieden? Gerade weil ja der von uns geschaffene Reichtum groß genug ist für ein Leben in Würde, in Frieden, in Solidarität für alle. Und gerade auch, weil die Herrschenden zur Verteidigung ihrer angezählten Vormachtstellung in dieser Krise zunehmend zu Krieg und Kriegspolitik greifen. Und da müssen wir die Kriegslogik durchbrechen und die Friedenslogik durchsetzen. Wenn zwei Kriegsmittel, nämlich Waffenlieferungen und Sanktionen als vermeintliche Alternativen gegeneinander gestellt werden, sind wir gefordert, gerade zu sagen, nein, nur Frieden schafft Frieden. Weil beides, sowohl Waffenlieferungen als auch Sanktionen, eskaliert, der Bevölkerung schadet und die Profite bei wenigen sprudeln lässt. Und dann ist eben Frieden schaffen ohne Waffen nicht weniger wahr, sondern erst recht richtig zu vertreten. Und genau dafür lohnt ein Blick in die Geschichte wie fast allen Fragen. Ein zentraler Gedanken des Potsdamer Abkommens vom 2. August 1945 der Siegermächte ist gewesen, ich zitiere, es ist nicht die Absicht der Alliierten, das deutsche Volk zu vernichten oder zu versklaven. Die Alliierten wollen dem deutschen Volk die Möglichkeit geben, sich darauf vorzubereiten, sein Leben auf einer demokratischen und friedlichen Grundlage von Neuem wiederaufzubauen. Und daran folgt ein Entwicklungsprogramm mit Denazifizierung, mit Demokratisierung, Demilitarisierung und Demunipolisierung. Ich denke, ein hoch aktuelles Entwicklungsprogramm, wenn die deutschen Rüstungskonzerne über die Bundesregierung in die Welt posauen, dass jetzt mit 100 Milliarden Euro wieder Waffen und wieder Krieg von Deutschland ausgehen soll. Und dann ist es an uns aus der Geschichte zu lernen, aus dem mutigen humanistischen Engagement unserer Vorkämpferinnen, von dem klaren Nein von Karl Liebknecht und von den zahlreichen Widerstandskämpfern, die in einer Allianz der Humanität den Faschismus bezwangen. Und genau in diesem Bewusstsein unserer historischen Verantwortung nach zwei von deutschem Boden begonnenen Weltkriegen wirken wir heute gegen die massive Aufrüstung. Und deswegen möchte ich mit zwei Aufrufen enden, also kommt zur Demonstration und nehmt Genossen und Mitstreiter mit. Und ich möchte darauf aufrufen, dass wir genau mit dieser Linie für eine zivile Zeitenwende zu streiten, denn Alternativanträge zum Leitantrag Frieden des Parteivorstands zusammenfügen, damit eben ein klares Signal von dem Parteitag hier ausgeht, für Frieden, dafür, dass wir unsere historische Verantwortung wahrnehmen, dass wir für Entwicklung streiten und auch internationalistisch das Signal senden. Wir haben gelernt, von Deutschland darf nie wieder Krieg ausgehen. Wir sind dafür, dass von hier aus nur noch Frieden ausgeht. Vielen Dank, Franziska Hildebrandt. So, jetzt ist es mir und uns eine ganz besondere Freude und Ehre, Heinz Bierbaum ankündigen zu können. Heinz ist der Vorsitzende der Europäischen Linken, hat viele Jahre auch als Gewerkschafter aktiv gewirkt. Heinz, wir freuen uns, was hast du zu berichten aus Europa. Bitte. Ja, liebe Genossinnen, liebe Genossen, es ist mir auch eine besondere Ehre, hier sprechen zu können. Es ist zum ersten Mal, dass mir das Losglück ein Stück weit beschieden war. Bei den anderen Parteitagen ging das nicht. Offensichtlich bedurfte es erst eines Krisenparteitags, dass dies möglich wurde. Aber jetzt zur ernster Lage. Wie wir alle wissen, haben wir es mit einer sehr paradoxen Situation zu tun. Auf der einen Seite wachsen die gesellschaftlichen Widersprüche. Die Sozialungleichheit nimmt zu. Wir haben erhebliche Widersprüche in der Gesamtgesellschaft, Umbrüche, auch hervorgerufen durch ökologische Erfordernisse, Klimamandel und dergleichen mehr. Und wir sehen das Versagen der herrschenden Politik gegenüber diesen Herausforderungen. Das muss eigentlich die Stunde der Linken sein. Auf der anderen Seite ist die Linke so schwach wie nie zuvor. Woran liegt das? Es ist hier auf diesem Parteitag mehrfach gesagt worden, ein Punkt, es gibt viele Gründe, aber ein ganz zentraler Punkt ist unsere eigene Zerrissenheit, unsere Widersprüche, unsere Unklarheit. Und hinter der eben dann unser politisches Profil verblasst. Und wir waren lange Zeit in Europa, in der europäischen Linken, anerkannt als eine Kraft, die in der Lage ist, unterschiedliche Positionen, unterschiedliche Traditionen zu vereinen. Also sozusagen, um gleichzeitig ein klares linkes politisches Profil zu haben. Dafür waren wir eigentlich in Europa insbesondere immer anerkannt, weil das sonst für die Linke in Europa nicht überall gilt. Dieses Bild ist leider stark verblasst. Und wir müssen wieder zurückkommen zu einer Situation, zu einer anderen Debattenkultur, wo man sich gegenseitig respektiert, wo man politisch streitet, aber sich gegenseitig respektiert und das nicht immer nur als Denunziation benutzt, um jemand anders schlecht zu machen. Weil wir müssen sehen, dass es ein Vorteil ist, dass wir unterschiedliche Positionen haben und dennoch ein gemeinsames Ziel haben, Grundsätze haben, die unverrückbar sind und die uns, finde ich, nach wie vor Kennzeichen. Das muss uns gelingen. Und warum soll uns das nicht gelingen, wenn wir jetzt mal das machen, was unsere französischen Genossinnen und Genossen, unsere französischen Freundinnen und Freunde geschafft haben, nämlich sich zu vereinen bei den Parlamentswahlen. Vor Monaten hätte dies noch niemand für möglich gehalten, weil die Widersprüche, gerade in Frankreich unter der französischen Linken, waren enorm, viel größer als bei uns. Aber es ist gelungen, sich über diese Gegensätze hinwegzusetzen und auch mit einem klaren linken Programm einen großen Sieg bei diesen Wahlen, Präsidentschaftswahlen und Parlamentswahlen zu erreichen. Und ich bin der Auffassung, auch wir sind dazu in der Lage, wenn wir wieder zu einer anderen Kultur zurückfinden und wenn wir uns konzentrieren auf unsere strategischen Punkte, auf unsere politischen Inhalte, die doch auch hier sehr deutlich gemacht worden sind. Insbesondere Janin hat es in der Rede, finde ich, ganz deutlich gemacht, wo unsere Inhalte liegen. Und ich finde es richtig, dass unsere Partei gekennzeichnet wird als eine sozialistische Gerechtigkeitspartei. Dazu gehört natürlich einerseits die Frage der sozialen Gerechtigkeit. Aber wir haben es mit derart gesellschaftlichen Veränderungen zu tun, dass wir Soziales und Ökologisches nicht mehr trennen können. Denn es wird keine soziale Gerechtigkeit ohne Klimagerechtigkeit geben und es wird keine Klimagerechtigkeit ohne soziale Gerechtigkeit geben. Und es ist richtig, dass wir uns als eine Partei des ökologisch-sozialen Systemwechsels präsentieren. Weil wir haben es ja gegenwärtig mit diesen Transformationsprozessen zu tun. Aber wie laufen diese ab, diese Transformationsprozesse? Sie laufen nicht im Interesse der Beschäftigten ab. Wir haben jetzt gerade erlebt, letzte Woche im Saarland, in Saarlouis, die Ankündigung, dass das Ford-Werk in Saarlouis geschlossen werden soll. Und dass das neue Elektroauto von Ford in Valencia gemacht werden soll. Was wir erleben, ist eine Transformation gegen die Interessen der arbeitenden Menschen, wo die Arbeiterklasse ausgespielt wird in den verschiedenen Ländern. Und deswegen brauchen wir eine andere Politik. Wir brauchen diesen sozial-ökologischen Systemwechsel, wo wir das auch die Systemfrage dabei stellen und eine andere Politik machen. Dafür braucht es die Linke auf der deutschen Ebene, auf der europäischen Ebene. Und wenn wir, das ist wirklich mein letzter Satz, es uns auch weiter besser gelingen sollte, auch betrieblich präsent zu sein bei diesen Transformationsprozessen. Und ich denke, dass die Gründung des Gewerkschaftsrats richtiger Schritt in diese Richtung war. Dann, glaube ich, haben wir auch wieder Erfolg. Dann werden wir auch wieder Wahlerfolge einführen. Ich bin sicher, dass dieser Parteitag ein Parteitag des Aufbruchs ist. Vielen Dank, Heinz. Heinz, Ihr Baum war das als Nächste, spricht Desiree Becker. Vorerst die Letzte, dann soll es hier nämlich erst einmal eine Pause geben. Sie ist aber eigentlich Platz 23 von 90 Rednerinnen und Redner. Wann die anderen Rednerinnen kommen, das können wir noch nicht so ganz abschätzen. Wir sind eine konsequente friedenspolitische Partei, die die Gefahr der imperialistischen Mächte konsequent anspricht. Wir verurteilen den Angriffskrieg Putins in der Ukraine aufs Schärfste. Wir sind die Partei, die gegen Waffenlieferungen ist. 2021 waren 90 Millionen Menschen auf der Flucht. Binnen zehn Jahren hat sich diese Zahl verdoppelt. 2022 haben wir die traurige Zahl von 100 Millionen Menschen auf der Flucht überschritten. Hauptgrund sind Konflikte, Gewalt, Verfolgung und Kriege, wegen denen Menschen ihr Land verlassen. Das zeigt uns, dass Waffenexporte nicht eine rein außenpolitische, sondern eine internationale, soziale Frage sind. Und wie werden Kriege geführt? Mit Waffen. Wir können nicht einerseits Waffen verkaufen und liefern und auf der anderen Seite für Frieden plädieren. Und wer vor diesen Lieferungen und dem Sondervermögen profitiert, ist klar. Es sind Rheinmetall, Heckler und Koch und Co. Die Aktionärinnen reiben sich die Hände und wir sind die Einzigen, die diesen Schweinen, die ihr Geld auf den Tod setzen, den Kampf ansagen. Selbstverständlich müssen Kriege enden. Denn Kriege sind politische Machtkämpfe, unter denen letztlich die Menschen leiden, für die wir einstehen. Die arbeitende Klasse, die GewerkschafterInnen, die FeministInnen. Kriege enden jedoch nicht durch noch mehr Gewalt. Wir brauchen Diplomatie. Wir brauchen Gespräche und letztlich Waffenstillstände. Keine Diskussion darüber, wie wir noch mehr Zerstörung in Kriegsgebiete bringen. Und eine Sache möchte ich noch sagen. Das Sondervermögen. Das sind nicht Ausgaben für Verteidigung, sondern Ausgaben für eine hemmungslose Aufrüstung. Mit dem Sondervermögen wird Deutschland die drittgrößte Militärmacht sein. Und das gerade mal 80 Jahre nach dem deutschen Faschismus. Waffen schaffen einfach keinen Frieden. Zum Abschluss noch eine persönliche Sache. Ich liebe unsere Partei. Unser Wahlprogramm ist spitze und wir haben viele fähige, engagierte Genossen, die unsere Inhalte auf die Straßen und in die Parlamente tragen. Lasst uns den Parteitag produktiv nutzen und unsere Partei mit all ihren Errungenschaften nicht in den Sand setzen. Ich danke euch. Vielen, vielen Dank, Desiree. So, liebe Genossinnen und Genossen. Jetzt sind wir in der Situation, dass wir im Prinzip am Ende der Zeit sind für die Generaldebatte. Ich weiß, dass viele jetzt sehr enttäuscht sein werden. Aber wir haben ein echtes Zeitproblem. Es sei denn, wir greifen den Vorschlag von Janine noch mal auf, das Ganze bis Montag weiterzuführen. Wer ist dafür? Gut. Also, ja, gut. Also, das wäre jetzt eigentlich der Zeitpunkt, um im Prinzip in eine kleine Pause zu gehen. Die Generaldebatte wird ja dann am Abend wieder aufgenommen. Aber es gibt jetzt hier einen Geschäftsordnungsantrag. Bitteschön. Persönliche Erklärung. Persönliche Erklärung am Ende der... Mikro 6. Mikro 6 öffnen, bitte. Habe ich jetzt das? Okay, perfekt. Genau, ich mache eine persönliche Erklärung. Ich bin 134, so vier, Unukrainerin. Ich finde es so unerträglich, die ganzen Wortbeiträge eben gehört zu haben müssen. Also, es war... Ich kann mir... Also, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viel Leid gerade ich und meine Familie und die Ukraine durchmachen und was ich hier für Redebeiträge duldet und sagt. Hier wurde gesagt, dass es genauso imperialistisch ist, sich zu verteidigen gegen einen brutalen Angriffskrieg, bei dem Menschen getötet und gefoltert werden, genauso imperialistisch sei, wie den Krieg zu beginnen und die Leute zu ermorden. Wie kann das sein? Wie kann kein Aufschrei passieren? Es wird gesprochen von Frieden und Friedenspartei. Frieden kommt aber nicht, wenn man die Leute sterben lässt. Frieden kommt nicht von Panzer um Arm. Ihr könnt ja gerne mal... Also, alle Menschen, die so realitätsfern sind und wirklich denken, das wäre ein Weg, den Krieg zu beenden und den Leuten zu helfen und solidarisch zu sein als sozialistische Partei, die können ja mal zu ihren ukrainischen Genossinnen fahren, die gerade kämpfen und sterben und mal Urlaub machen in Donetsk oder in Saporizia, in Saporizia, der Stadt meiner Oma und Familie und da mal ein bisschen beten für den Frieden. Keine Waffe wird stoppen, kein Mensch wird weniger getötet, wenn man das Recht auf Selbstverteidigung nimmt. Und indem hier Menschen solche Aussagen treffen, ohne überhaupt zu wissen, was abgeht, realitätsfern zu sein und seine Privilegien nicht abzuchecken, sollte sich mal Gedanken machen, bevor er spricht. Ich finde es so unerträglich, wirklich. Vielen Dank, Sophia. Janine hat in ihrer Rede sehr klar gesagt, was wir von diesem Krieg halten, nämlich nichts, gar nichts. Und unsere Solidarität gilt den Ukrainerinnen und Ukrainern, die jetzt in der Situation sind. Sophia Ferlinger und die Tage, die sich hier noch mal geäußert hat. Da wird noch viel drüber zu sprechen sein. Das steht auf diesem Parteitag an, Sophia. Und da würden wir uns freuen, wenn du dich da wieder einbringst, damit wir entsprechend die Fragen diskutieren, wozu es dann im Zweifel auch Gesprächsbedarf gibt, wie sich jetzt gezeigt hat, bis dahin gehen wir jetzt erstmal notgedrungen in die Pause, obwohl die Generaldebatte nicht so lange gehen konnte, wie wir uns das erhofft haben. Wir sind zeitlich arg hinterher und sehen uns hier mit dem neuen Präsidium um 16.20 Uhr wieder. Bis gleich. Das war also der erste Teil der Generaldebatte. Zum Schluss noch mal mit einer sehr deutlichen Aussage einer Delegierten hier aus Köln, Sophia Ferlinger, die sich auch aufgrund ihrer eigenen Geschichte doch sehr angegriffen gefühlt hat. Und dann ist es natürlich auch interessant, dass diese Partei, die so in Vielstimmigkeit ja immer ihr Selbstverständnis auch sucht, nun sagt, das sei ja klar, was die Partei dazu denkt, denn die Parteivorsitzende hätte sich dazu ja geäußert. Es wurde gesagt, hier ist jetzt eine Viertelstunde Pause, allerdings natürlich nicht für Phoenix. Wir senden weiter und Marc Steinhäuser hat schon den nächsten Gast. Ja, vielen Dank, Katharina Kühn. Tatsächlich kochen hier teilweise die Emotionen hoch auf diesem Parteitag der Linken. Ein Unwetter fegt über die Halle hinweg. Manche können hier offenbar gar nicht mehr hinkommen. Aus verkehrstechnischen Gründen schafft es wohl Gregor Gysi. Heute gar nicht nach Erfurt, heißt es jetzt von der Partei. Aber wir haben gehört, dass die, die hier sind, sehr intensiv debattieren. Jetzt gerade eine persönliche Erklärung von einem jungen Parteimitglied, die auch, so hören wir, morgen auch als Bundesvorsitzende kandidieren möchte. Darüber sprechen wir mit ebenfalls einem anderen Parteimitglied aus der Linksjugend von Solid. Bei mir ist Sarah Dubiel. Sie sind eine der Bundessprecherinnen der Linksjugend. Wie erklären Sie sich das, dass hier die Emotionen so hochkochen wie gerade? Naja, wenn man sich die Redebeiträge anhört, ging es halt vor allen Dingen jetzt viel darum, dass die Ukraine genauso schlecht ist wie Russland. Und man ja eine friedliche Lösung finden muss. Sprich, man will keine Waffen liefern. Man möchte auch nicht, dass die Ukrainerinnen sich verteidigen, sondern man möchte, dass man einfach das Ganze diplomatisch löst. Und man spricht halt auch nicht mit wirklich Ukrainerinnen darüber, wie man jetzt gesehen hat, dass Sophia sich hinstellen muss und sagen muss, ihr redet nicht mit uns, ihr redet über uns. Und ich finde das schade, ehrlich gesagt. Und ich fand den Redebeitrag von Jetsch hat sich sehr gut und gerade auch. Der Redebeitrag ist jetzt ja eine Position, der vermutlich morgen dann auch nochmal, wenn sie wirklich kandidieren sollte, auch für den Bundesvorstand eine andere Gewichtung bekommen könnte. Glauben Sie, dass man mit so einer Meinung die Mehrheit in den Linken hinter sich hat? Ich weiß es nicht, ich hoffe es. Also wenn man das Selbstverteidigungsrecht absprechen will, dann haben wir ein Problem, weil das sehen wir bei den Kurdinnen ja genauso, wo wir auch sagen, die haben jedes Recht, das zu verteidigen. Warum man das jetzt bei der Ukraine zwingend anders sieht, kann ich tatsächlich mir nicht erklären. Frau Dubiel, wir wollen noch über ein Thema reden, was der Linksjugend besonders wichtig ist. Sie kommen aus dem Hessischen Landesverband, das ist der gleiche Landesverband auch von Janine Wissler, der Parteichefin. Und Sie haben auch in der ganzen Debatte um die Sexismusvorwürfe schwere Anschuldigungen auch gegen Frau Wissler erhoben. Vielleicht können Sie uns nochmal erklären, wie Sie im Moment Frau Wissler sehen, auch nach der Rede heute. Ich fand die Rede persönlich jetzt nicht so gut, einfach weil, also Janine hat viele wichtige Themen gesagt auf jeden Fall und hat aber den Raumfeminismus und gerade diesen Vorwürfen, die im Raum stehen und diesen Gewalttaten, die hier so viele Menschen erleben mussten, so wenig Raum gegeben und das in drei Nebensätzen quasi erklärt, wo sie zwar zugegeben hat, dass sie Fehler gemacht hat. Sie hat sich auch entschuldigt? Sie hat sich entschuldigt, ja, aber das ist zu wenig und das ist zu spät. Das Ganze ist seit über zwei Monaten Thema und jetzt kommt so ein Beitrag, wo man sagt, man hat nicht alles richtig genug, das ist zu wenig. Und man spricht halt immer noch sehr viel über Betroffene, aber nicht mit Betroffenen. Und generell habe ich einfach nicht so das Gefühl, dass auf diesem Bundesparteitag diesem Thema viel Platz geschaffen wird, sondern es ein Randthema ist, mit dem man sich am liebsten gar nicht beschäftigen möchte. Es soll darüber heute Abend auch nochmal gesprochen werden. Wir reden darüber jetzt hier auf jeden Fall bei Phoenix schon mal. Was konkret erwarten Sie von Janine Wissler? Sie haben als Linksjugend auch gefordert, dass alle, die dort in dem Zusammenhang stehen, solche Vorgänge, sexuelle Übergriffe vertuscht zu haben, nicht weitergeleitet zu haben, weggeschaut zu haben, dass alle diese Personen, die auch in Ämtern sind, zurücktreten sollen. Soll Janine Wissler aus Ihrer Meinung zurücktreten? Naja, für den Rücktritt ist es zu spät. Also wir wählen morgen den Bundesvorstand komplett neu, aber ihre Rolle ist nicht endgültig aufgeklärt. Also wir wissen nicht genau, wie tief sie drin verstrickt war, was genau sie alles wusste. Und ich finde, solange das nicht aufgeklärt ist, sollte man vielleicht nicht nochmal direkt neu kandidieren, sondern vielleicht erst die Sachen aufklären und dann neu kandidieren. Und das fehlt mir so ein bisschen, weil momentan kommt es so rüber, als man stößt hier wichtige und richtige Dinge an. Also man hat die Expertinnenkommission, was ich sehr, sehr begrüße, dass wir die haben. Und es gibt ja auch diese Satzungsänderung morgen, wo gesagt wird, wir brauchen Konsequenzen und wir brauchen Sanktionsmöglichkeiten. Aber dann einfach weiterzumachen und zu sagen, ja, wir tun doch jetzt ganz viel, also kann man doch, finde ich ein bisschen falsch. Das heißt, Sie fordern aber im Prinzip, dass Wissler gar nicht mehr antritt? Das würde mir eine ehrliche Reflexion wünschen und dann eine Entscheidung. Ja, ansonsten trifft die Entscheidung, ob Janine morgen gewählt wird, halt eben der Parteitag oder eben nicht. Nun hat Janine Wissler hier durchaus Applaus bekommen heute, einigen Applaus, auch mehr Applaus, als sie selbst erwartet hatte, hat sie gesagt. Glauben Sie denn, dass sie nicht eher fast gestärkt nach dem heutigen Tag in die morgige Auseinandersetzung geht? Da bin ich mir nicht so sicher. Also Janine hatte einen Redebeitrag von über 30 Minuten und es gibt keine Fragen- und Antwortmöglichkeiten für die anderen Kandidierenden, sodass man da schon sehen muss, okay, du redest so lange, andere dürfen überhaupt keine Fragen gestellt bekommen. Und was den Applaus anging, es wirkte ein bisschen geplant auf jeden Fall. Also, dass man genau sagt, wir unterstützen Janine, deswegen stehen wir aus und machen das. Davon bin ich halt absolut kein Fan. Jetzt haben Sie getwittert, Sie werden Frau Wissler auf keinen Fall wählen, obwohl Sie aus Hessen kommen, obwohl der Hessische Landesverband eine Wahlempfehlung für Janine Wissler ausgesprochen hat. Sie haben aber auch getwittert zum Thema sexuelle Übergriffe in der Linkspartei. Es ist nicht nur Hessen, es ist auch Bayern, es ist Rheinland-Pfalz, es ist Sachsen und, und, und. Es ist ein scheiß strukturelles Problem, Zitat. Dann reden wir mal über dieses scheiß strukturelle Problem. Was ist das Problem? Das Problem fängt ja schon damit an, dass Leute das leugnen. Dass Leute halt wirklich leugnen, wir haben kein Sexismusproblem in der Linken. Auf der anderen Ebene sagt man aber, es ist ein strukturelles, gesamtgesellschaftliches Problem. Die Linke ist Teil einer Gesellschaft. Dementsprechend haben wir die Probleme auch bei uns. Und man findet immer wieder Social Media Beiträge, wo es dann heißt, Lügen-Metoo-Betroffene denken sich das alles aus, es ist alles erlogen, es ist eine Hetzkampagne. Man will ja nur Janin stürzen und es sind so viele Betroffene mittlerweile. Es sind unterschiedliche Geschichten. Es geht um Sexismus, es geht um Machtmissbrauch, es geht um Übergriffe und all das, ja. Muss man bei diesen Dingen ja sagen, das ist immer sehr schwierig, das dann auch zu dokumentieren. Es ist auch für die Betroffenen schwierig, Gehör zu finden. Und die juristische Aufarbeitung, die ist gar nicht so einfach. Also einige der Verfahren, soweit ich da informiert bin, sind auch eingestellt worden, was den einen Fall in Hessen betrifft. Ist das für Sie am Ende was, wo Sie sagen, unabhängig von einer juristischen Aufarbeitung muss es in der Partei andere Strukturen geben, damit eben diese Übergriffe oder auch diese Kultur des Wegschauens so nicht mehr stattfindet? Ja, auf jeden Fall. Also wenn man sich das Wahlprogramm von 2021 anschaut, kritisieren wir ja genau das, nämlich dass die Justiz viele Fälle nicht verfolgt, dass viele Fälle nicht verurteilt werden. Und wir prangern das an. Und wenn wir diesen Anspruch an die Gesellschaft haben und sagen, wir wollen das ändern, dann müssen wir das auch bei uns ändern. Und andere Parteien haben diese Strukturen. Natürlich nicht grundlos, sondern weil es da auch Probleme gibt. Aber wenn wir sagen, wir wollen, dass die Gesellschaft sich ändert, wir wollen, dass Frauen und queere Menschen und generell Betroffene ein Gehör finden und ernst genommen werden, müssen wir halt bei uns anfangen. Das heißt, es ist absolut notwendig, dass man darüber spricht, wenn dieser Alltagssizismus in der Partei kommt, dass gerade junge Frauen nicht ernst genommen werden, dann muss man dagegen vorgehen und auch was sagen, wenn Leute das äußern und einfach den eigenen Anspruch erfüllen. Das wäre so mein Wunsch für diesen Bundesparteitag tatsächlich. Ja, eine kritische Bestandsaufnahme von Sarah Dubiel, eine der Bundessprecherinnen der Linken hier bei Phoenix live im Interview. Und wir werden jetzt noch mal ein bisschen die Stimmung beobachten der Delegierten auf diesem Parteitag, denn mein Kollege Eidoan Makasche hat sich noch mal in die Menge geworfen. Marc, wenn du einmal hochschaust, dann siehst du, wir sind eine Etage nach oben, dann kannst du auch einmal winken. Wir sehen dich auf jeden Fall, sind hier auf der Empore in der Messe und sehen hinter uns oder haben gerade gesehen, dass sich die Reihen etwas gelichtet haben, dass die Generaldebatte jetzt unterbrochen ist, wir eine kurze Pause machen, mal Zeit ist für ein Würstchen und ein Kaffee und für eine etwas ruhigere Analyse vielleicht. Dafür habe ich mir zwei Gesprächspartner, eine Gesprächspartnerin, einen Gesprächspartner geholt. Und zunächst Jessica Krausen vom Landesverband Niedersachsen, Spitzenkandidatin bei der Landtagswahl. Auch diese Wahl, die nächsten großen Ereignisse, die für die Partei anstehen, sind heute immer wieder Thema gewesen. Mit Blick auf die jüngsten Wahlergebnisse, ich muss es so frech fragen, wie sehr geht Ihnen der Allerwerteste auf Grundeis vor der anstehenden Wahl? Gar nicht. Wir werden trotzdem den Einzug schaffen. Wir haben noch genug Zeit, die Wende zu schaffen, die Wende hinzukriegen. Wir haben, glaube ich, eine Chance, von diesem Bundesparteitag aus ein starkes Signal zu senden. Ein Signal der politischen Geschlossenheit, ein Signal für einen Neuanfang. Und mit diesem Schwung werden wir dann auch in den niedersächsischen Landtag starten. Der Geschlossenheit, haben Sie gesagt, das ist ja ein großes Thema bei der Partei. Dazu vielleicht auch eine Frage an den zweiten Gesprächspartner, Dario Schassanpour, den ich mir dazu geholt habe. Sie haben eben gesagt in Ihrer Rede in der Generaldebatte, wenn ein Genosse, eine Genossin vielleicht was gesagt hat, was gemacht hat, was einem nicht so gut gefallen hat, dann vielleicht mal das lieber nicht sagen und die Fresse halten. So drastisch haben Sie das ausformuliert. Wie wichtig war Ihnen genau das so auch zu sagen heute? Also ich glaube, der Dissens wirkt in der Öffentlichkeit größer, als er tatsächlich ist. Besuchen Sie uns gerne mal an der Basis. Da können Sie sehen, wie wir miteinander umgehen, wie wir miteinander diskutieren und da läuft alles immer ganz gesittet und geordnet ab. Ich finde es einfach nur wichtig, dass man inhaltliche Fragen, wo es Streitpunkte gibt, auf solchen Parteitagen wie heute diskutiert und dann lieber nicht auf Twitter. Und mehr kann ich auch dazu und will ich auch dazu nicht sagen. Das war jetzt recht diplomatisch oder etwas diplomatischer als eben ausformuliert. Vielleicht trotzdem noch mal eine Frage, die so ein bisschen mehr in die Analyse geht. Woran liegt es denn Ihrer Meinung nach, dass dann doch oft so dieses Bedürfnis danach da ist, solche Debatten in der Öffentlichkeit auszutragen? Ja, das kann ich Ihnen beantworten, denn wir leben in einer Demokratie, wo es verschiedene Meinungen gibt und das ist auch gut so. Jene Meinung hat das Recht, vertreten zu werden und das tun wir auch natürlich in unserer Partei als pluralistische Partei. Und das finde ich gut und das soll auch so weitergehen. Eine pluralistische Partei, haben Sie gesagt. Ich erinnere mich an eine Sache, die der ehemalige Parteivorsitzende Klaus Ernst mal gesagt hat. Das ist schön, dass wir so pluralistisch aufgestellt sind. Manchmal schießen wir uns aber damit gegenseitig ins Knie und dann vielleicht auch den Genossinnen und Genossen, die gerade einen Landtagswahlkampf zu führen haben, Frau Kaußen. Wenn Sie jetzt an die anstehende Zeit denken, Sie haben eben gesagt, in den Landtag einziehen, das ist das Ziel. Sie sind auch optimistisch, dass das gelingt. Was macht Sie denn letzten Endes da wirklich so optimistisch? Mich macht optimistisch, dass wir ein super Programm haben. Wir haben eine starke Liste und ich glaube, wir kümmern uns um die Probleme der Zeit. Wir können die Leute dort abholen, wo sie einfach gerade stehen. Wir sind die Stimme der Ungehörten. Wir müssen eine Lobby, sage ich mal, für die Leute schaffen, die keine eigene Lobby haben. Das ist unsere Aufgabe und wenn wir die ernst nehmen, haben wir durchaus auch das Potenzial, in den Niedersächsischen Landtag einzuziehen. Deswegen bin ich mir da sehr sicher. Die Linke ist die Partei der Ungehörten, der Schwachen, der Armen. Die Linke ist aber auch seit jeher die Antikriegspartei. Auch das großes Thema hier auf dem Parteitag, was in der Ukraine passiert, der russische Angriffskrieg. Wie haben Sie das so im Vorfeld des Parteitags wahrgenommen und verfolgt? Auch das Ringen um Formulierungen, das Ringen darum, wo stehen wir als Die Linke? Also ich glaube, wir haben ein Erfurter Programm, das diese Fragen eigentlich komplett abdeckt. Und für mich gilt das Erfurter Programm, dafür setze ich mich ein. Und damit sollten eigentlich alle Fragen, die auch im Vorfeld des Parteitags zu diesem Thema hier gelaufen sind, eigentlich geklärt sein. Das ist unser Grundsatzprogramm. Jemand, der da, ich sage es mal in Anführungszeichen, etwas unrühmliche Rolle gespielt hat bei dieser ganzen Diskussion, ist Sarah Wagenknecht, die heute nicht hier ist. Jetzt habe ich den Eindruck, es läuft ein bisschen harmonischer, als das vielleicht erwartet worden war oder zu erwarten war im Vorfeld des Parteitags. Liegt es daran, dass Sarah Wagenknecht nicht da ist? Also ich bin kein Freund von Personenbashing. Also daran werde ich mich auch nicht beteiligen, zu sagen, wir sind jetzt harmonischer, weil Genosse oder Genossin XY fehlt. Das ist, glaube ich, der falsche Weg. Herr Hassanpour, ich würde Sie ganz gerne noch was fragen zu Janine Wissler, die ja als Erste heute sozusagen in den Ring gegangen ist, sich als Erste verteidigen musste. So würde ich das vielleicht beschreiben wollen, weil sie ja auch sehr viel abbekommen hat in den vergangenen Wochen. Vielleicht sind wir da wieder auch beim Thema Personenbashing so ein Stück weit. Wie haben Sie Ihre Rede wahrgenommen? War das eine kämpferische Janine Wissler, eine, die ihre Punkte machen konnte oder war das eine Parteivorsitzende, der man doch schon angemerkt hat, dass sie eine schwere Zeit hinter sich hat? Also auf jeden Fall war es eine kämpferische Janine Wissler. Das war eine Janine Wissler, wie ich sie mir wünsche und wie ich sie auch im nächsten Bundestagswahlkampf sehen möchte. Ich bin sehr stolz, dass wir so eine Vorsitzende haben und ich kann mich nur auf die weitere Zeit mit ihr freuen. Das wird dann morgen ja entschieden, ob es eine weitere Zeit auch gibt mit Janine Wissler. Morgen wird gewählt. Ich danke Ihnen beiden herzlich, dass Sie sich Zeit genommen haben für das Gespräch und wir machen weiter bei Mark Steinhäuser. Ja, vielen Dank Eiduan Makasche für diese Eindrücke auch von den wahlkämpfenden linken Mitgliedern. Das wollen wir noch mal ein bisschen näher anschauen, uns mit Politologe Immanuel Richter von der RWTH Aachen. Schön, dass Sie wieder da sind. Und wir haben jetzt gerade schon auch von Menschen gehört, die in diesem Jahr noch Wahlkampf machen müssen. Stichwort Niedersachsenwahl. Dass das gar nicht so einfach ist, dass man aber Optimismus ausstrahlt und hat die Linke jetzt viele Landtagswahlen wirklich sehr schlecht abgeschnitten. Wo steht die Partei eigentlich, wenn man jetzt auf die nächste Wahl schaut? Was kann man da überhaupt noch erwarten? Naja, die nächsten Wahlen sind erstmal Landtagswahlen. Also das heißt, die Bundestagswahl ist ja für die Linke so glimpflich ausgegangen, könnte man sagen. Aber eben eigentlich auch mit dem desaströsen Ergebnis. Und sie ist ja nur in den Bundestag gekommen über ihre Direktmandate. Also mit 4,1 Prozent wäre sie rechnerisch eigentlich gar nicht drin. Also insofern das auch schon mal ein Erschrecken für die Linke. Und dann eben jetzt die drei verlorenen Landtagswahlen 2022 und eine Wahl, die im Oktober bevorsteht in Niedersachsen, wo die Prognosen auch nicht gut aussehen. Das könnte sein, dass eben die Linke auch dort wieder nicht in den Landtag kommt. Also insofern kämpft man irgendwie auch an der Überlebensgrenze. Das muss man glaube ich so sagen. Das wurde heute verschiedentlich mal bei einigen Beiträgen im Nebensatz auch gesagt und ließ man anklingen. Das ist natürlich jetzt nicht die Parteitagsrhetorik, mit der man die Mitglieder nochmal irgendwie anspornt und sagt, ja, ihr müsst kämpfen. Aber in der Tat, man kämpft eigentlich ums Überleben als politische Kraft, die eben in Parlamenten wirkt. Denn eine Partei, die nicht in Parlamenten sitzt, die hat einen ganz, ganz schwierigen Stand. Die hat eben überhaupt gar keine Einflussmöglichkeiten und vor allen Dingen auch keine öffentliche Wahrnehmung. Nun ist ja hier auch zur Sprache gekommen auf dem Podium, dass sich bis zu 18 Prozent der Wählerinnen und Wähler vorstellen könnten, die Linken zu wählen. In einer Erhebung der Parteien an Rosa-Luxemburg-Stiftung, die wurde hier quasi auch erwähnt. So ein bisschen das Licht am Horizont, was man hier ausgepackt hat. Warum sind es denn jetzt 4,9 im Bund, noch viel weniger als das in NRW statt 18? Ja, das ist das, was eben Janine Wissler zu Beginn ihrer Rede angesprochen hat. Man hat eine Programmatik, die eigentlich schon wirklich handfeste, greifbare soziale Problemlagen anspricht. Aber man hat nicht den Zuspruch derjenigen, die eigentlich angesprochen sind. Das heißt also, da gibt es eine ganz große Diskrepanz, die ich auch nicht allein damit erklären würde, dass man sagt, diese Partei ist innerparteilich zerstritten und das stößt die Leute ab. Ich glaube, das sind schon auch tiefer liegende programmatische Fragen. Ich glaube, es liegt sehr stark auch an der Fixierung der Linken auf einen Systemwandel, auf eine Systemveränderung, auf den demokratischen Sozialismus. Ein Begriff, der bei vielen Deutschen weder im Osten noch im Westen besonders gut ankommt und irgendwie immer so etwas Nostalgisches vermittelt. Also insofern glaube ich, dass das auch abstößt. Und in der Tat, wenn man mal zum Beispiel die Wählerwanderungen sich anschaut, dann ist es so, dass die Wählerinnen und Wähler, die früher Linke gewählt haben, sehr stark zur SPD abwandern, sehr stark zu den Grünen, zum Teil eben auch ins Nichtwählerlager, was natürlich besonders bedenklich ist, dass man gewissermaßen ins Lager der Politikverdrossenen abdriftet. Und das ist, glaube ich, ein großes Problem für die Linke, dass sie eben merkt, sie hat wichtige programmatische Punkte, die aber eigentlich von anderen Parteien besser aufgegriffen werden und eigentlich mehr Zuspruch finden seitens der Wählerinnen und Wähler. Sie haben gerade eben von einem Überlebenskampf gesprochen und haben dann auch nochmal auf die Unterschiede zwischen den einzelnen Bundesländern verwiesen. Nun sind wir hier in Erfurt. Hier hält die Linke die Staatskanzlei. Hier regiert die Linke mit Bodo Ramelow, stellt einen Ministerpräsidenten. Droht der Partei so etwas wie eine ostdeutsche Regionalpartei zu werden? Denn die Verankerungen, die es im Westen hier und da gab, die scheint sich ja mehr und mehr aufzulösen. Ja, es gibt noch ein paar starke linke Landesverbände, ja auch im Westen, Bremen zum Beispiel. Aber wenn man das mal zusammenzählt und in Betracht zieht zur Anzahl der Bundesländer, dann muss man sagen, naja, ungefähr sieben bis acht Bundesländer können, in den sieben bis acht Bundesländern haben die Linken noch relativ gute Ergebnisse. In allen anderen, also in ungefähr der Hälfte der Bundesländer, liegen sie sozusagen an der Überlebensgrenze, das heißt unterhalb von fünf Prozent. Das ist für eine Bundespartei natürlich ein verheerendes Ergebnis. Also da müsste sich eigentlich sehr, sehr viel ändern, um eben wirklich auch öffentlich wahrgenommen zu werden. Die Linke ist noch in vier Landesregierungen beteiligt. Auch das ist kein großer Anteil, weil wir ja eine sehr bunte Parteien- und Koalitionslandschaft haben. Also insofern ist da nochmal ablesbar, in welcher existenziell schwierigen Lage sich die Linke auch befindet. Bodo Ramelow war auch hier im Interview bei Phoenix und hat darauf verwiesen, dass man einen Unterschied machen müsse, wenn man regiert, zu dem, was man alles so auf einem Parteitag an Wünschen und Programmatik äußert. Ist das nicht dann das eigentliche Problem, wenn sich das zu sehr unterscheidet? Also wenn man hier jetzt sich in den Armen liegt und die Seele der Partei streichelt, aber dann, wenn es wirklich hart auf hart kommt, ganz anders regiert? Ja, und das ist genau das Problem und das ist ja heute zum Beginn des Parteitags nochmal wirklich sehr augenscheinlich geworden, indem das eben zunächst Frau Wissler sprach und die programmatischen Schwerpunkte nochmal stark gemacht hat und dann Herr Ramelow sprach und sagte, naja, was ich als Ministerpräsident, als linker Ministerpräsident unter Koalitionsbedingungen leisten kann, das ist sehr, sehr viel weniger und das ist zum Teil auch was anderes. Also insofern gibt es diese Diskrepanz und ich glaube, darunter leidet die Linke sehr, sehr stark. Dann wagen wir mal einen klitzekleinen Ausblick auf das Wochenende. Dort stehen ja dann mehrere Parteivorsitzende und Parteivorsitzende-Kandidaten zur Auswahl. Haben Sie da einen Gespann, ein Duo, wo Sie sagen, das sehen Sie dazu in der Lage, diese Probleme, über die wir hier gerade gesprochen haben, ansatzweise zu lösen? Naja, es gibt ja so ein bisschen die Diskrepanz zwischen dem Lager von Wagenknecht, wenn man das so sagen darf. Die tritt nun mal nicht an. Ja, die tritt nicht an, aber sie hat natürlich ihre Verbündeten, wenn man das so ein bisschen auf den Punkt bringen möchte, und dann natürlich das Lager rund um Wissler. Also insofern denke ich, dass es da vielleicht so jeweils Zweierpäckchen geben wird. Man weiß aber noch nicht so genau, wer noch alles gute Aussichten hat, zu kandidieren und Stimmen bekommt. Also insofern bleibt es spannend und die Linke praktiziert ja da eine sehr basisdemokratische Form. Das heißt also, jeder kann sich ja da irgendwie noch einbringen. Also insofern bleibt es schon auch spannend, aber es zeichnet sich in der Tat auch da schon wieder der Konflikt ab, um verschiedene Lager, die doch auch weit auseinander liegen. Also in Hinblick auf die Einschätzung der aktuellen Lage, also Russlands Invasion in der Ukraine, aber auch in Hinblick auf innenpolitische Probleme. Das Stichwort ist ja heute auch mehrfach gefallen, dass man eben so die Salon Linken entweder beschwört oder das ablehnt. Also insofern glaube ich, dass es da schon auch diesen Lagerkampf gibt und der irgendwie mal jetzt entschieden werden müsste. Denn er hat in der Vergangenheit ganz, ganz oft dafür gesorgt, dass eben die Linke als eine zerstrittene Partei wahrgenommen worden ist, als eine, die eben ganz unterschiedliche Aussagen zur Politik macht und damit keine klare programmatische Linie vertritt. Das ist ja vielleicht aber dann doch auch sehr schwer zu lösen, dieses Problem, wenn man diese unterschiedlichen Strömungen innerhalb der Partei hat. Wir sind ja auch hier, weil die Linke eigentlich ihr 15-jähriges Vereinigungsjubiläum zwischen der damaligen PDS und der WASG hier feiern möchte. Nun hat man diese Fusion gemacht vor 15 Jahren und steht aber jetzt irgendwie vor der Situation, dass eigentlich diese Strömungen, die es auch damals gab, ja bis heute nicht so wirklich vereinigt sind. Das ist ja im Prinzip das, was Sie gerade nochmal beschrieben haben. Würden Sie dann sagen, 15 Jahre und Fusion aber weiterhin irgendwie nicht erfolgt? Ja, also ich meine, ich erkenne schon immer noch diese Ostströmungen, das heißt also die Nachfolge der PDS. Diese Gene sind sozusagen in der Partei eng verankert und die spielen immer noch eine Rolle. Also das ist dann auch natürlich so ein bisschen das Wagenkrechtlager, das eben ja im Grunde einen nostalgischen Blick auf die Rolle Russlands hat und auf die Verteidigungsfragen, auf die Sicherheitspolitik und so weiter. Also insofern gibt es dieses Lager, dann gibt es ja immer noch die Ost-West-Spaltung innerhalb der Linken und es gibt eine Bewegungslinke, die sich über die ganze Bundesrepublik erstreckt, die aber auch nicht unbedingt mit den obersten Parteigremien oder mit den Bundesbeschlüssen immer übereins ist. Auch eine Friedensbewegung gibt es ja, also da gibt es alles Mögliche. Und das auf eine Linie zu bringen, ist nach wie vor schwierig. Also insofern ist diese Partei immer noch von sehr vielen unterschiedlichen Strömungen gekennzeichnet. Das kann eine Belebung sein, ja, das muss nicht unbedingt ein Nachteil sein. Aber für die Linke war es immer ein Punkt der Auseinandersetzung, der Kontroverse, des Streits und des uneinheitlichen Erscheinungsbildes. Nun ist eine Auslöserin dieser Uneinheitlichkeit gar nicht hier. Sarah Wagenknecht, es gibt Meldungen, sie sei an Corona erkrankt und sei deshalb nicht auf diesem Parteitag und es sei sozusagen medizinisch, gäbe es da einen Attest. Das sorgt natürlich dafür, dass diese Position hier vielleicht nicht so prominent vertreten wird, wie das in der einen oder anderen Talkshow der Fall ist. Glauben Sie denn, dass sich eine Sarah Wagenknecht von einem, ja, mit 80 Prozent Zustimmung getragenen Leitantrag hier davon abhalten lässt, künftig ihre Position zu vertreten? Naja, also sie hat ja schon schwierigere Fahrwasser gehabt. Es wurde ja auch über ihren Parteiausschluss diskutiert. Also insofern ist ja gewissermaßen die größtmögliche Distanz schon erörtert worden. Ich glaube, im Moment ist das gar nicht so dramatisch, aber es ist nach wie vor ein Flügelkampf. Und insofern würde ich sagen, es ist auch nicht nur ein Kampf zwischen Wagenknecht und dem Rest der Partei, sondern es sind verschiedene Strömungen und für eine dieser Strömungen steht Sarah Wagenknecht. Also sie hatte auch Gefolgschaft hinter sich. Und insofern glaube ich, dass diese Auseinandersetzungen trotz ihrer Abwesenheit auch auf diesem Parteitag eine Rolle spielen werden. Und das haben wir ja eben auch gesehen. Es war nochmal interessant, als die Ukrainerin sich zu Wort meldete und sagte, was er hier über den Krieg in der Ukraine sagt, das ist unerträglich für mich als Ukrainerin. Und das zeigt nochmal so ganz, ganz grundsätzliche Auseinandersetzungen. Also da ist gewissermaßen die Identität linker Programmatik im Moment infrage gestellt worden. Und das zeigt eben, an welchen Abgründen entlang diese Partei programmatisch und auch personell entlangläuft. Sagt Emanuel Richter, Politikwissenschaftler an der RWTH Aachen. Heute aber hier live in Erfurt beim Bundesparteitag der Linken, um zu analysieren, wie die Linkspartei es schafft oder auch nicht, auf eine Linie zu finden. Und ihre vielen verschiedenen Baustellen, die Sexismusdebatte, aber auch die Frage, wie man eigentlich mit dem Ukraine-Krieg umgeht, wie man Russland in welcher Art und Weise dafür auch verurteilt, da eine einheitliche Linie zu finden. Der Parteitag wird nach einer kurzen Pause jetzt wieder fortgesetzt. Und da werden wir auf jeden Fall die Gelegenheit nutzen und da noch ein bisschen lauschen. Ja, und Baustellen ist genau das richtige Schlagwort für das, was jetzt kommt. Denn jetzt werden die Leitanträge diskutiert und es kommt zu den Beschlussfassungen über diese Leitanträge. Und es gibt drei Leitanträge vom Bundesvorstand, die sich auch jeweils mit den Themen beschäftigen, die hier auch schon die Gemüter erhitzt haben. Der erste Leitantrag beschäftigt sich mit Klimagerechtigkeit. Der zweite Leitantrag dann eher damit, wie die Linkspartei sich besser organisieren kann und auch vor Ort wieder mehr Unterstützerinnen und Unterstützer finden kann. Und der dritte beschäftigt sich dann mit der Außenpolitik, mit Krieg, Friedensordnung und internationale Solidarität. Und dieser dritte Leitantrag, der ist auch besonders interessant, wenn wir auf die Diskussion um die Delegierten und um die Parteimitglieder, um Sarah Wagenknecht zu sprechen kommen. Denn zu diesem Leitantrag hatte sie einen Änderungsantrag eingereicht, der schon im Vorfeld dieses Parteitags große Diskussionen hervorgerufen hat. Auch da ging es um Solidaritätsbekundungen mit der Ukraine, um die Verurteilung oder eben nicht Verurteilung des Angriffskriegs Russlands, beziehungsweise ob Russland als klarer Aggressor benannt wird oder nicht. Bis wir zu diesem dritten Leitantrag kommen, wird es noch ein bisschen dauern. Denn natürlich geht das los mit dem ersten Leitantrag. Und was auch noch wichtig ist, dass es fünf Ersetzungsanträge hier gibt. Das bedeutet, hier haben auch noch mal Delegierte, beziehungsweise Landesverbände Anträge eingereicht, die sie lieber hier abstimmen würden, als über diese Leitanträge vom Bundesvorstand zu sprechen. Auch über die wird diskutiert. Und jetzt gerade höre ich, dass hier aber jetzt ein Geschäftsordnungsantrag gestellt wurde, dass eben nicht jetzt über diese Leitanträge gesprochen wird, sondern die Generaldebatte fortgesetzt wird, weil eben viele Rednerinnen und Redner nicht zu Wort kommen. Wir hören mal rein, wie die Delegierten sich verhalten. Dass der Parteitag in seiner vollen, großartigen Souveränität seinen Zeitplan jederzeit noch mal über den Haufen wirft. Und deswegen ist der Antrag durchaus zulässig. Ich frage, ob es zu diesem Antrag eine Gegenrede gibt. Dann bitte ich um ein entsprechendes Zeichen. Ja, Wulf Gallert sehe ich an Mikrofon drei. Ja, Wulf Gallert, Teilnehmer mit beratender Stimme. Ich möchte dem ausdrücklich widersprechen. Erstens werden wir ohnehin, egal wie lange wir jetzt die Generaldebatte verlängern, die 70 Redner nicht schaffen. Es sei denn, wir verzichten auf alle Antragsberatungen und die Wahlen. Und wir haben einen extrem knappen Zeitplan. Und wir haben die definitive Aufgabe, die Anträge durchzugehen, zumindest die Leitanträge. Und wir müssen wählen. Wir haben ansonsten keinen Parteivorstand mehr. Und das würde alles nicht mehr passieren, wenn wir jetzt den Zeitplan aufgeben. Deswegen spreche ich ausdrücklich dagegen. Vielen Dank. Ich sehe keine weitere Führrede für diesen Geschäftsordnungsantrag. Dann kommen wir sofort zur Abstimmung. Ich bitte um das Kartenzeichen, wer für eine Verlängerung der Generaldebatte ist und damit eine Änderung des beschlossenen Zeitplanes. Vielen Dank. Gibt es Gegenstimmen? Vielen Dank. Enthaltungen? Vielen Dank. Damit ist der Geschäftsordnungsantrag mit großer Mehrheit abgelehnt. Ja, aber das war eine gute Übung, weil es war wahrscheinlich nicht die letzte Geschäftsordnungsdebatte. Und der Geschäftsordnungsantrag gehört ja auch zu einem demokratischen Verfahren dazu. Ich gebe aber zu bedenken, all die, die Geschäftsordnungsanträge stellen, um die Debatte zu beschleunigen, werden meistens das Gegenteil erreichen. Aber es ist trotzdem zulässig. Wir kommen nunmehr dann vor Eintritt in den Tagesordnungspunkt 5 zum Bericht der Mandatsprüfungskommission. Und hier bitte ich Heike Kretschmer ans Mikrofon nach vorne hier. Da kommt sie schon, um den Bericht zu halten. Liebe Genossinnen und Genossen, die Mandatsprüfungskommission hat sich vorhin zusammengesetzt und hat mich gebeten, den Bericht der Kommission euch zur Kenntnis zu geben. Der vom Parteivorstand auf der Grundlage der Bundessatzung beschlossene Delegiertenschlüssel für den achten Parteitag der Linken sieht 580 zu wählende Delegierte mit beschließender Stimme vor. Davon 500 aus den Landesverbänden, 50 aus den Zusammenschlüssen und 30 aus dem Jugendverband. Von den beschlossenen 580 Mandaten sind 575 besetzt. Fünf Mandate aus den Zusammenschlüssen Hartz IV und Rote ReporterInnen sind unbesetzt. Zur heutigen Tagung haben sich bis zum jetzigen Zeitpunkt 448 Delegierte mit beschließender Stimme angemeldet. Das sind 77,91 Prozent der Gewählten. Von den 575 Delegierten sind alle die Delegierte, einschließlich der des Jugendverbandes, auch Mitglied unserer Partei. 296 Delegierte sind weiblich. Das entspricht 51,48 Prozent der gewählten Delegierten. Damit ist die Mindestquotierung der Parteitagsdelegierten gewährleistet. Der Frauenanteil der anwesenden Delegierten beträgt 51,56 Prozent. Die Mandatsprüfungskommission hat alle Protokolle gesichtet und geprüft und festgestellte Mängel konnten mit den Gliederungen geklärt und behoben werden. Zur besseren Prüfbarkeit der Wahlprotokolle schlagen wir vor, das Musterwahlprotokoll zu verwenden, sowie neben den Unterschriften der Wahlkommission auch die Namen in Druckbuchstaben zu dokumentieren. Die Mandatsprüfungskommission bestätigt hiermit die Ordnungsmäßigkeit der entsprechend dem beschlossenen Delegierten schlüsselbesetzten Mandate und stellt die Beschlussfähigkeit des Parteitags fest. Im Auftrag der Kommission bitte ich die Delegierten nun um Zustimmung zu dem Bericht. Vielen Dank. Vielen herzlichen Dank auch von uns, die Erformer an dieser Stelle. Und wenn ich mich nicht verrechnet habe, ergibt sich aus dem Bericht der Mandatsprüfungskommission auch die Hälfte der Abstimmungsberechtigten. Nämlich die Hälfte von 575 müsste 288 sein, also mehr als die Hälfte. Und das wird morgen bei den Satzungsändernden Anträgen nochmal relevant. Vielen, vielen Dank dafür. Wir kommen also jetzt, wie schon mehrfach angekündigt, zum Tagesordnungspunkt 5, Beschlussfassung über die Leitanträge des Parteivorstands. Und ich will euch allerdings auch schon ankündigen, dass die mit dem Zeitplan beschlossene Überraschungsgastrede zum Geburtstag der Partei aus verkehrlichen Gründen, also Gründen, was ihr Verkehr angeht, tatsächlich auf morgen verschoben werden muss. Wir müssen jetzt auch noch, bevor wir in die entsprechende Beratung eintreten, den Beschluss, den Bericht der Mandatsprüfungskommission förmlich zur Abstimmung stellen. Und dazu bitte ich euch um das Kartenzeichen, wenn ihr für diesen Bericht seid. Vielen Dank. Gibt es Gegenstimmen? Das heißt übrigens? Enthaltungen? Dann sehe ich da hinten eine Enthaltung. Damit ist der Bericht der Mandatsprüfungskommission bei einer Enthaltung angenommen. Wir kommen jetzt zur Antragsberatung. Der Parteivorstand hat drei Leitanträge eingereicht. Zwei weitere Leitanträge wurden ebenfalls eingereicht. Und es liegen diverse Änderungsanträge vor. Und um das Ganze ein wenig übersichtlicher zu machen, geben wir zunächst der Antragskommission das Wort, damit sie uns auch ein wenig informieren kann, wie sie sich vorstellt, durch das Verfahren zu führen. Die Antragskommission hat das Wort. Ja, einen wunderschönen guten Tag, liebe Genossinnen und Genossen, im Namen vom Team L01 aus der Antragskommission. Wir haben jetzt das Vergnügen, also den ersten Leitantrag miteinander durchzuarbeiten und eingangs, wie gerade schon abgefordert, ein paar Hinweise zum vorgeschlagenen Verfahren. Insgesamt sind zu diesem Änderungsantrag ungefähr, die genaue Zahl habe ich jetzt nicht im Kopf, 100 Änderungsanträge eingegangen. Durch Übernahmen, Teilübernahmen, Rückziege und Ähnliches sind davon 30 qualifizierte zu behandelnde Anträge übrig geblieben. Für diese 30 Anträge bräuchten wir ungefähr zwei Stunden Bearbeitungszeit. Das heißt, mit Blick auf den Zeitplan, wir würden heute den L01 schaffen und mehr nicht. Deshalb möchten wir euch in geübter Weise das sogenannte vereinfachte Verfahren vorschlagen. Das heißt, wir als Antragskommission machen euch einen Vorschlag für logische und im Text fast immer auch chronologische Blöcke. Die sind nicht allzu groß, keine Sorge. Und wir sagen zu Beginn eines Blocks immer an, welche Anträge jetzt in diesem Block behandelt werden. Anschließend haben alle Antragstellenden die Möglichkeit, ihre Anträge einzubringen. Und im Anschluss daran fasst der Parteitag einen Beschluss darüber, ob wir den Block aufmachen oder nicht. Diese Blöcke sind bis auf eine Ausnahme, wie gesagt, auch immer chronologisch auf die Ausnahmeweise hin, wenn wir soweit sind. Das ist also der Vorschlag für das Verfahren. Vielen Dank, Chris. Diesen Verfahrensvorschlag würde ich gerne so auch zur Abstimmung stellen. Gibt es dazu noch Wortmeldungen? Das sehe ich nicht. Dann bitte ich um euer Kartenzeichen, wer für diesen Verfahrensvorschlag ist. Und während die Delegierten hier abstimmen, schauen wir mal inhaltlich in den ersten Leitantrag, um den es geht. Die Parteichefin Janine Wissler hat ja vorhin in der Rede gesagt, wir waren schon immer grüner als die Grünen. Und dieser Aussage folgt auch dieser Leitantrag, in dem es um Klimagerechtigkeit statt Aufrüstung geht. Die Linke beschreibt hier allerdings auch, beziehungsweise der Parteivorstand, dass die Linke es in den vergangenen Jahren nicht geschafft hat, die Klimakatastrophe und das Aufzeigen einer sozial-ökologischen Alternative in den Mittelpunkt ihrer Politik zu stellen und dass sie es auch nicht schafft, die Erwartungen derjenigen zu erfüllen, die sich eigentlich vorstellen könnten, links zu wählen. Und deswegen möchte sie sich eben mit hier verschiedenen Maßnahmen dafür einsetzen, dass es zum Beispiel zur Mobilitätswende kommt, dass es zur sozial-ökologischen Transformation der Industrie kommt und dass Jobs geschaffen werden in der Klimaindustrie. Weil wir ja zwar die formale Einbringung des Antrags schon mit der Rede von Janine Wissler für den Parteivorstand hatten, aber zudem gibt es auch noch eine audiovisuelle Einbringung und da bitte ich jetzt die Matz, diese zu starten. Wir leben in Zeiten großer Umbrüche. Die Klimakatastrophe bedroht das Überleben der Menschheit. Der extrem ist beruflichbar. Immense wirtschaftliche Schäden. Welchen Schadenwetter klimabedingte Errechnisse anrechnen. Sozialen und klimagerechten Umbau. Bis 2035 klimaneutral werden. Soziale Sicherheit für alle. Klimaschutz braucht Umverteilung. Klimagerechtigkeit statt Aufrüstung. Gemeinwohl statt Profit. Ein Umbau der Gesellschaft, der das Leben für alle besser macht und den Planeten bewohnbar hält. Gemeinsam eine Welt gewinnt. Vielen Dank. Ihr habt den kleinen Fehler gemerkt. Ich habe euch audiovisuelle Einbringungen angekündigt. Das kommt davon, wenn man seinen Spickzettel nicht richtig liest. Es war nur ein audielle oder so ähnlich Einspieler. Das visuelle sind wir hier vorne. Da müsst ihr mit uns Vorlieb nehmen. So, jetzt aber, Chris, Antragsberatung. Jetzt geht's los. Vielen Dank. Der erste Block umfasst die Kapitel 1 und 2. Das beinhaltet die zu behandelnden Anträge L01.071 von der sozialistischen Linken. Ich lasse jetzt im Folgenden immer das L01 weg. Wir sind die ganze Zeit im L01. Also, 71.1 sozialistische Linke, 77.1 KV Unna, 101.1 sozialistische Linke, 101.2 BRG Betrieb und Gewerkschaften. Und das war auch schon der erste Block. Die beiden auch noch dazu. Vielen Dank. Das waren jetzt alle Änderungsanträge, die in diesem ersten Block erst mal gegebenenfalls abgehandelt oder nicht abgehandelt werden. Gibt es da den Wunsch zur Einbringung zu dem Antrag L01.02.2.1? Wir haben dazu noch kleine Verfahrensfragen zu klären. Zum einen ist es sinnvoll, um für uns die Übersicht zu wahren, dass wir an festen Mikrofonen unterschiedliche Rollen definieren. Wir schlagen vor, dass an dem zentralen Mikrofon 3, das ist das Mikrofon hier in der Mitte, die Einbringung jeweils erfolgt. Und an dem Mikrofon 2, hier zu unserer Rechten, zu eurer Linken, jeweils die Gegenrede. Und auf dem Mikrofon 4, auf der anderen Seite jeweils vorne die Führrede erfolgt. Und wenn Pascal Maiser hier das noch einmal klärt, können wir zum Beispiel an einem Beispiel klar machen, warum es dort zu Änderungsanträgen kommt. Und der erste Abschnitt dieses Antrags wurde zum Beispiel von einem Landesverband kritisiert, weil er als zu negativ empfunden wurde. In diesem Antrag gibt der Parteivorstand auch viel auf die Arbeit der Ampelkoalition ein. Und sagt zum Beispiel oder kritisiert, dass da eben keine Alternative zum Kapitalismus geschaffen wird. Oder dass es zum Beispiel kein Tempolimit gibt. Auch das ist ja ein großes Streitthema der Ampel. Und in einem Änderungsantrag wird dann aber gefordert, dass eben mit einer positiven Version, mit einer realistischen Utopie des guten Lebens für alle so formuliert wird. Damit auch das, was hier ja auch in der Debatte schon rauskam, dass man nämlich positiver in die politische Auseinandersetzung geht, dass das auch in dem Leitantrag des Parteivorstands deutlich wird. Angenommen, ich weise, was das Verfahren angeht, falls das jetzt nicht jedem, weil ja der ein oder andere auch vielleicht das erste Mal auf dem Parteitag ist, nicht ganz klar ist. Noch einmal darauf hin, wie wir jetzt vorgehen. Wir haben jetzt den ersten Block, an dem wir das so ein bisschen üben. Bei diesem Block haben wir eine Reihe von Änderungsanträgen. Da hat jeder Antragsteller die Möglichkeit, bevor wir entscheiden, ob wir überhaupt in die weitere Abstimmung dazugehen, die Möglichkeit, den entsprechenden Antrag einzubringen. Das hatte ich vorhin schon mal kurz für den ersten Antrag aufgerufen. Das werden wir für alle diese Änderungsanträge, die in diesem Block zu behandeln sind, dann nach und nach abarbeiten. Der Antrag kann eingebracht werden, wie es unsere Satzung und Geschäftsordnung vorsieht. Dann entscheiden wir, ob wir tatsächlich an dieser Stelle den Leitantrag, wie er vorliegt, ändern wollen oder nicht. Sollte sich die Mehrheit des Parteitags dagegen entscheiden, ist dann dieser Abschnitt beendet und wir beraten die einzelnen, dann bereits eingebrachten Änderungsanträge nicht mehr einzeln. Dann gibt es dort auch keine Für- und Gegenreden mehr. Sollte sich die Mehrheit des Parteitags entscheiden, dass wir diese Stelle öffnen, gibt es zu jedem einzelnen bereits eingebrachten Antrag dann die Möglichkeit einer Gegen- und einer Fürrede. So ist das Verfahren, das vorhin die Antragskommission vorgestellt hat und das wir abgestimmt haben. Aber es gab den Wunsch, dass ich es noch mal erläutere. Ich sehe nicken, das freut mich sehr. Die Antragskommission möchte ergänzen, was ihr gutes Recht ist. Ja, vielen Dank. Nur damit keine Verwirrungen entstehen, weil in der Übersicht fehlt das noch. Der 101.1, den ich angesagt hatte, da hat der Parteivorstand gerade seine Teilübernahme zurückgenommen. Deshalb fehlt der hier in der Liste. Das hat sich gerade erst ereignet, aber wir rufen den auch mit auf in diesem Block. Moment. 101.1, richtig? 101.1. Haben wir gleich. Sozialistische Linke, pardon. Vielen Dank für die Ergänzung. Ist bei uns jetzt mit notiert. Wir würden an dieser Stelle dann auch die Antragstelle aufrufen. Ich habe es gesehen. Entschuldige, Mikrofon drei. Kleinen Moment noch, bis wir das soweit geklärt haben. Antragskommission und Tagungsleitung müssen sich auch noch eingrooven hier. Ich glaube, wir sind soweit jetzt klar. Das eingrooven für noch ein paar inhaltliche Informationen zum Leitantrag. Aber es gibt einen Geschäftsordnungsantrag und da wollen wir zuhören. Auch ich möchte noch dazu beitragen, dass wir transparent werden. Gar keinen Änderungsantrag dazu. Also, der Genosse von der Antragskommission hat gerade gesagt, dass in dem Block ein was noch fehlte, nämlich der Antrag vom GERA Sozialistischer Dialog 1003.3. Und ich bitte, weil das ohnehin extrem anstrengend ist, dass wir nur noch mit Strichcode-Nomenklatur arbeiten, nicht mal mehr Antragsteller da stehen, wir nur noch digital arbeiten. Und es ganz schwierig ist, nachzuvollziehen, wo wir inhaltlich überhaupt sind, dass wenigstens die Listen vollständig sind, damit alle halbwegs nachvollziehen können, wo wir uns inhaltlich gerade befinden. Ich habe den Vorteil, ich habe hier noch so Papier und daran werde ich mich festhalten, weil ich das viel übersichtlicher finde als das Digitale, mögt ihr alle handhaben, wie ihr wollt, aber bitte macht es nachvollziehbar. Und wenn ein Antrag nicht genannt ist da vorne, dann können die Genossen noch weniger nachvollziehen, wo wir gerade sind. Deswegen bitte ich erst loszulegen, wenn alle Anträge zum Block gehören, da auch stehen. Vielen Dank. Das war jetzt kein Geschäftsordnungsantrag, aber wie so oft ist der Landeshauptmann Hamburg und der Landeshauptmann Berlin sich bei Verfahrensfragen völlig einig, dass die sauber sein müssen in dieser Frage. Ich hoffe, dass das die Technik hinbekommt, wenn es nicht immer sofort klappt, ist es kein böser Wille, wenn da was nicht sichtbar ist. Ich gehe davon aus, dass das jetzt dann nach und nach dann auch eingearbeitet wird. Und eine kleine Bitte, wenn ihr solche Hinweise habt, dass ein Änderungsantrag nicht ordentlich ausgewiesen ist, macht es nicht als Geschäftsordnungsantrag, sondern kommt kurz zur Antragskommission hier vorne oder an den Arbeitstisch zu unserer Rechten und gibt einen entsprechenden Hinweis. Das spart für uns alle Zeit und wir können das dann gemeinsam nachvollziehen. Aber trotzdem vielen Dank für den Hinweis. Und auch ich gehöre zu denen, die noch mit Papier arbeiten. Also es ist keine Ausnahme. Also wir kriegen mit, auch die Linkspartei muss sich erst einmal wieder sortieren. Das ist ja auch der erste Parteitag in Präsenz seit Corona. Nun hat man sich aber anscheinend sortiert und kann jetzt dazu sprechen. Je eine Minute Für- und Gegenrede wurde vereinbart. Und dann kann es jetzt in die inhaltliche Auseinandersetzung gehen zum Leitantrag 01 des Parteivorstands. Titel ist Gemeinwohl statt Profit, Klimagerechtigkeit statt Aufrüstung. Die Linke ist bereit für eine neue Zeit. Wir sind auch noch einmal üben. Also die Einbringung von L01 022.1 erfolgt wie angekündigt an Mikrofon 3. Hallo. Also ich bin eben bei der Antragskommission gewesen und habe das schon angesprochen. Und ich sage noch mal, vor diesem Antrag haben wir einen Antrag in Zeile 3. Da die Antragskommission angekündigt hat, dass sie gerne chronologisch vorgehen möchte, bitte ich noch mal, dass wir zunächst mit dem Antrag 003.1 oder was das ist jetzt, muss ich sagen, 003.3, Änderungsantrag, also der steht relativ weit vorne, auf Seite 206 im Antragshaft anfangen. Ist angekommen? Weil ich mich als Antragsteller auch vorbereiten muss, was ich wann mache. Und ich kann nicht einfach, weil ihr sagt, ne nehmt doch mal den hier, nun hier hopsen. Also nehmt doch mal ernst, dass wir uns auch konzentrieren und inhaltlich vorbereiten müssen. Ich habe das mit der Antragskommission besprochen, wie du angeraten hast. Das Ergebnis ist nicht das Gewünschte. Lass uns also in Ruhe das sortieren und dann erst loslegen. Vielen Dank für den Hinweis. Ich übergebe an die Antragskommission, die an dieser Stelle dann auch geschäftsleitend uns ein Zeichen geben muss, in welcher Reihenfolge wir beraten. Das sieht auch unsere Geschäftsordnung vor. Die Antragskommission gibt das vor. Ihr habt das Wort, womit wir jetzt tatsächlich anfangen. Also nach Kenntnis der Antragskommission liegt zum 003.3, war das richtig, eine Teilübernahme durch den Parteivorstand vor und damit eine Erledigung. Das hat uns bisher niemand mitgeteilt. Ich kenne diese Teilübernahme nicht. Also meine Bitte wäre wirklich, noch mal das kurz, nicht am Mikrofon zu klären, sondern noch mal hier vorne. Das kann man doch vielleicht hinbekommen, was jetzt teilübernommen ist, damit die Antragsteller da auch im Bilde seien. Manchmal gibt es da ja auch einfach unbeabsichtliche Irritationen. Und ich würde trotzdem, während das jetzt geklärt wird, vorschlagen, noch mal, dass wir mit dem Antrag L01.022.1 mit der Einbringung beginnen. Und ich rufe noch mal auf am Mikrofon drei. Ist das auch euer Antrag? Okay, es gibt eine kurze Klärungspause. Mit der Antragskommission. Gut, also wir können ja mal sagen, was wir von hier hinten, das Phoenix-Team, sitzt ja hier am anderen Ende der Halle hier in Erfurt, was wir sehen. Und das ist ganz interessant. Der Änderungsantrag möchte hier nämlich einen Satz streichen, der uns tatsächlich auch schon aufgefallen ist, in dem nämlich der Parteivorstand geschrieben hat, dass es der Linken nicht ausreichend gelingt, die Erwartung derjenigen zu erfüllen, die sich vorstellen können, links zu wählen. Und das soll gestrichen werden, eben weil es als zu negativ empfunden wird. Aber es ist interessant natürlich für die Partei, denn nach einer Studie, die die Rosa-Luxemburg-Stiftung hier im Vorfeld des Parteitags auch zitiert hat, könnten sich gut ein Fünftel der deutschen Wähler generell vorstellen, links zu wählen. Sie wählen dann aber nicht die Linkspartei, weil sie einerseits in den verschiedenen Politikfeldern als nicht kompetent genug gesehen wird oder weil die Partei aufgrund der parteiinternen Streitigkeiten dann als nicht attraktiv angesehen wird, dort zu wählen. Und was diese Attraktivität angeht, da ist es dann natürlich auch wichtig, wie man neue Mitglieder gewinnen kann oder nicht. Und das kriegen wir ja hier auch mit. Parteiarbeit ist natürlich Schwarzbrot in diesem Fall. Das heißt, da wird wirklich um jeden einzelnen Satz gerungen. Hier sehen wir das dann auch noch mal im Bild, dass dort um jeden Satz diskutiert werden muss. Und wenn man dann ein neues System ausprobiert, wie das jetzt hier probiert wird, halb digital, dann passiert das schon mal, dass sich dort erst einmal die verschiedenen Gewerke zusammen ruckeln können, damit das hier so konzentriert wie möglich vonstatten gehen kann. Insgesamt gibt es drei Antragsbücher, die auch alle durchaus dick sind hier für diesen Parteitag. Und es wurde ja auch schon gesagt, es gibt etliche Änderungsanträge, die auch schon in der Lage sind, hier für verschiedene Diskussionen zu sorgen. Allein für den Leitantrag 01 100 Änderungsanträge. Und das haben zumindest wir Journalisten in der Vorbereitung so wahrgenommen, dass das noch der am wenigsten diskutierte Leitantrag ist. Denn wenn wir mal schauen auf den Leitantrag 02, und wir haben ja jetzt die Zeit, deswegen machen wir das mal kurz, da geht es nämlich dann darum, wie die Linke Vertrauen aufbauen kann, wie sie in Wahlen wieder gewinnen kann und wie sie eben auch neue Mitglieder finden kann. Und dass sie dann sagt, das ist eine Herausforderung. Das liegt auch daran, dass sich viele neue Mitglieder in der Partei gefunden haben, sich die Partei zur Hälfte praktisch ausgetauscht hat in den letzten zehn Jahren. Und dass die Linke aber dort auch aufpassen muss, eben diese verschiedenen Strömungen hier zu vereinen. Auch das soll ja dieser Parteitag schaffen. Aus verschiedenen Delegierten hieß es schon im Vorfeld, das sei eine existenzielle Krise. Und die Linke hat hier einen Imagefilm vorbereitet und den schauen wir uns auch an. Wenn wir klar machen, die Mieten können nicht immer weiter steigen, deswegen bundesweiter Mietendeckel. Ganz klar sind wir die Partei der Mieterinnen und Mieter. Wir bekommen keine Spenden von der Immobilienlobby, die wollen wir auch gar nicht haben, weil wir in die Vertreten nicht deren Interessen, sondern dass Wohnen Menschenrecht ist und dass alle Menschen das Recht haben, bezahlbaren Wohnraum zu haben. Niemand darf obdachlos sein und niemand darf aus seiner Wohnung verdrängt werden, weil er die Miete nicht mehr zahlen kann. Wir sind der Meinung, dass wir Rüstungsexporte bieten müssen. Es ist ja gerade viel die Rede davon, Deutschland müsse mehr internationale Verantwortung übernehmen. Ich bin der Meinung, wenn Deutschland mehr internationale Verantwortung in der Welt übernehmen will, soll man aufhören, Waffen in alle Welt zu liefern. Wir haben ja in der Corona-Krise gesehen, die Missstände sind groß. Es ist viel zu wenig Geld im Bildungssystem. Die Krankenhäuser sind unterfinanziert. Wir brauchen dringend Investitionen in Klimaschutz und deswegen sagen wir, lasst uns hohe Vermögen und sehr hohe Einkommen endlich vernünftig besteuern. Ja, meine Damen und Herren, wir stehen heute mit diesem Boot vor dem Verteidigungsministerium, weil wir protestieren wollen. Dagegen, dass Deutschland Waffen in alle Welt liefert, Militärmissionen beschließt, aufrüstet und damit natürlich auch ganz direkt Fluchtursachen schafft. Ja, wir sind vor dem Verteidigungsministerium auch deshalb, weil der Rüstungsetat in Deutschland immer weiter steigt, auf 50 Milliarden und noch weiter steigen soll. Deutschland rüstet weiter auf. Deutschland beschließt Militärmissionen. Wir haben gerade in Afghanistan gesehen, wie furchtbar das geendet ist, welch ein Desaster in Afghanistan passiert ist und wie viele Flüchtlinge es aus diesem Land gibt. Und Deutschland liefert Waffen in alle Welt. Das halten wir für falsch. Wir sind der Meinung, es geht auch bei dieser Wahl um eine humanitäre Flüchtlingspolitik. Darum, das Asylrecht endlich wieder herzustellen und darum, Menschen in Not zu helfen. Ja, genau. Also ich bin sozusagen einer von diesen Seenotretterinnen, über die so viel geredet wird. Ich war selber diverse Mal auf dem Mittelmeer und in der Ägäis unterwegs. Ich habe so eine Boote sehr oft gesehen mit bis zu 150 Menschen. Wir haben jetzt genügend Imagefilm für die Linke gezeigt, sondern schauen dann lieber nochmal auf die Leitanträge. Denn da wollen wir auch schon mal Ihnen einen Vorgeschmack geben, wie diese Diskussion aussehen könnte. Ich habe ja schon gesagt, im zweiten Leitantrag des Parteivorstandes geht es darum, wie die Linke sich selber aufstellen möchte, wie sie für ihre Mitglieder attraktiv sein kann, wie sie eine lebendige Mitgliederpartei sein kann. Allerdings gab es auch da große Unzufriedenheit mit diesem Leitantrag, sodass Benjamin Hoff, der Staatskanzlei-Chef und Minister für Kultur, Bundes- und Europapolitik von Thüringen, einen alternativen Leitantrag vorgelegt hat Mitte Mai. Denn er möchte lieber positiver auch wieder die Lage und vor allen Dingen das Potenzial der Partei beschreiben. Er hat dort unter anderem verschiedene Grundwerte beschrieben, mit denen er die Linke wieder nach vorne bringen möchte. Er hat verschiedene Maßnahmen aufgeschrieben und hat gehofft, oder das ist seine Hoffnung, dass es weniger um einen deprimierenden Bestandsbericht geht, sondern dass er geschrieben wird, mit welchen Lösungen kann es die Linke schaffen, um hier wieder attraktiver zu werden. Und jetzt schauen wir noch auf den dritten Antrag. Auch der dürfte interessant sein, zumindest die emotionalsten Reden gab es schon in diesem Themenfeld. Der dritte Antrag des Parteivorstands hat den Titel »Keine Aufrüstung, kein Krieg für eine neue Friedensordnung und internationale Solidarität«. Und da geht es natürlich auch ganz eindeutig um den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine. Wir hatten es schon angerissen, da gab es auch verschiedene Änderungsanträge und einer, der besonders viel Aufmerksamkeit im Vorfeld hier auf sich gezogen hat, war ein Änderungsantrag einer Gruppe um Sarah Wagenknecht. Ungefähr 50 Personen haben den unterschrieben, so zum Beispiel auch die Bundestagsabgeordnete Sevin Daddelen und André Hunko. Am Anfang dieses Änderungsantrags in der ursprünglichen Fassung war sogar ein Satz weggenommen, in dem die Solidarität gegenüber der Ukraine ausgesprochen wurde. Das wurde dann aber nach viel Kritik wieder reingenommen. Wichtige Sätze wie aber zum Beispiel, dass die Linke den Angriffskrieg Russlands aufs Schärfste verurteilt, den möchte diese Gruppe weiterhin streichen. Sehr geduldig, das ist großartig. Die Antragskommission ist gerade noch ein paar Sachen am klären, die offensichtlich noch zu klären waren, damit wir jetzt aufgrund dieses ersten wichtigen Hinweises auch geordnet in die weitere Antragsberatung kommen und das auch für alle gut nachvollziehbar. Ich glaube, die Zeit ist es wert. Bleibt an euren Plätzen. So, wir bleiben noch mal kurz beim Thema, denn auch zu diesem Antrag 03 gibt es noch Ersetzungsanträge, die hier dann auch besprochen werden müssen. Also das bedeutet Anträge von Kreisverbänden, von Landesverbänden, die sagen, man sollte lieber diesen einzelnen Antrag komplett ersetzen. In einem gibt es zum Beispiel die Forderung, dass es keine Sanktionen gibt, dass man aber mehr Protest möchte, gemeinsam auf die Straße gehen möchte und zum Beispiel auch, dass die NATO eine Mitschuld an dem Krieg habe mit der Osterweiterung. Dann wiederum werden, zwar wird in einem anderen Antrag weiter, wie auch hier relativ Konsens ist, Waffenlieferung verurteilt, aber es wird gesagt, dass Sanktionen für die Verantwortlichen durchaus möglich sein sollten. Das wurde von der Bundesarbeitsgemeinschaft Frieden und internationale Politik hier eingereicht. Und das ist auch interessant, dass sich aus der Linken dann doch hier einzelne Delegierte für Sanktionen aussprechen. Und dann wollen wir noch auf einen letzten Antrag, einen Ersetzungsantrag von Hamburg Nord eingehen, Bundesverband Hamburg Nord, Bezirksverband Hamburg Nord, der nicht eine Verurteilung des Angriffskriegs fordert und auch die Solidaritätsbekundung mit der Ukraine nicht haben möchte. Wir nutzen jetzt die Zeit, um Ihnen nochmal den emotionalen Höhepunkt des heutigen Tages zu zeigen. Das ist nämlich die Rede von der Parteivorsitzenden Janine Wissler gewesen. Unsere Partei, die wir vor 15 Jahren gegründet haben, befindet sich in einer tiefen Krise. Wir haben herbe Niederlagen bei der Bundestagswahl und bei den letzten Landtagswahlen erlebt. Zu viele Mitglieder haben unsere Partei verlassen. Es kommt darauf an, sie zu verändern, so lautet das Motto dieses Parteitags. Das gilt für die Welt und das gilt auch für uns als Linke. Vor 15 Jahren haben wir uns aufgemacht, aus zwei Parteien eine werden zu lassen, um dieses Land zu verändern. Wir hatten Erfolge und wir hatten Niederlagen. Ja, wer kämpft, kann verlieren. Aber zur Wahrheit gehört, dass wir in den letzten Jahren häufiger verloren haben, als es zu verschmerzen gewesen wäre. Und dabei haben wir immer wieder den Eindruck hinterlassen, als wären uns die Kämpfe untereinander wichtiger als die für unsere politischen Ziele. Das, liebe Genossinnen und Genossen, müssen wir selbstkritisch festhalten. Und vor allem, das müssen wir ändern. Die Themen liegen doch auf der Hand. Steigende Preisen, steigende Mieten, wachsende Ungleichheit, Armut und prekäre Arbeit, unzureichende Klimapolitik, Aufrüstung. Unsicherheit ist für viele Menschen zum Lebensgefühl geworden. Die Konzentration von Macht und Reichtum in den Händen weniger bedroht die Grundlagen der Demokratie. In dieser Situation müssen wir linke Alternativen aufzeigen und unser Profil schärfen. Und das heißt, die Betressen der Beschäftigten, der Erwerbslosen, der Rentnerinnen und Rentner in den Mittelpunkt unserer Politik zu stellen. Menschen, die jeden Tag zur Arbeit gehen und dann doch jeden Euro zweimal umdrehen müssen. Menschen, die erwerbslos sind und die in Armut leben. Menschen, die sich von Befristung zu Befristung hangeln, die sich sorgen, ob sie morgen noch einen Job haben oder ob sie jemals wieder eine bezahlbare Wohnung finden. Derzeit sprechen viele Menschen unter der Überschrift Ich bin armutsbetroffen, mutig und offen darüber, wie sich Armut in diesem reichen Land anfühlt. Wie es sich anfühlt, wenn man sich Dinge des täglichen Bedarfs nicht mehr leisten kann. Und sie berichten von Scham und von Ausgrenzung. Von dem Gefühl, seinen Kindern nichts bieten zu können und von der Wut über diese Zustände. Hören wir diesen Menschen zu. Und vor allem unterstützen wir sie dabei, dass sie endlich überall gehört werden. Sozialleistungen müssen sofort um 200 Euro monatlich erhöht werden, mindestens. Zur Erinnerung, der Hartz-IV-Regelsatz wurde in diesem Jahr um 3 Euro erhöht. Für Erwachsene. Für Kinder waren es nur 2 Euro. Und dass einige Jobcenter jetzt auch noch wegen des 9-Euro-Tickets, das Menschen entlasten soll, Geld für die Schülerbeförderung zurückfordern, weil es eine ungerechtfertigte Bereicherung sei. Liebe Genossinnen und Genossen, das ist eine absolute Sauerei, im Zusammenhang mit Hartz-IV und Verreicherung zu sprechen. Ist doch ein Hohn! Die versprochene Kindergrundsicherung und damit der Kampf gegen Kinderarmut, den hat die Ampel einfach auf das Jahr 2024 verschoben. Kinder haben aber nur eine Kindheit. Sie können nicht warten. Die Menschen, die jetzt in Armut leben, denen muss jetzt geholfen werden. Und die Ampel wird all diese Probleme nicht lösen. Mit ihr wird es keinen bundesweiten Mietendeckel geben zum Schutz von Mieterinnen und Mietern. Und auch keine echten Verbesserungen für Pflegekräfte oder die Bürgerversicherung. Das Thema Umverteilung und Vermögensteuer wurde schon abgeräumt, bevor man in die Sondierungsgespräche gegangen ist. Und die Schuldenbremse und die schwarze Null sollen bleiben. Nur für die Aufrüstung wird eine Ausnahme gemacht durch ein sogenanntes Sondervermögen, das geschaffen wurde. All das lässt doch nicht nur viel Raum für linke Kritik. Nein, es macht sie dringend notwendig, dass diese Ampel Druck von links bekommt. Und es ist ja jetzt auch nicht so, dass gerade alle ärmer werden. Die Zahl der Vermögensmillionäre ist gestiegen und die Mineralöl- und Energiekonzerne verdienen gut an steigenden Preisen und dem Tankrabatt. Die sind nämlich gar nicht gemeint, wenn Finanzminister Lindner von fünf Jahren der Knappheit spricht. Wer an der sozialen Ungleichheit etwas verändern will, der muss für Umverteilung sorgen. Für die Wiedererhebung der Vermögensteuer, für eine einmalige Vermögensabgabe auf hohe Vermögen. Und wir wollen die Übergewinne der Krisenprofiteure stärker besteuern. Und ich bin froh, dass die linksmitregierten Länder im Bundesrat genau diese Initiative eingebracht haben. Vielen Dank an die Genossinnen und Genossen. Liebe Genossinnen und Genossen, der Sozialstaat ist eine der wichtigsten und großen Errungenschaften der Arbeiterinnenbewegung. Und dabei geht es immer schon um mehr als Sozialpolitik. Unser Eintreten zur sozialen Gerechtigkeit hat sich noch nie in Sozial- und Arbeitsmarktpolitik erschöpft. Nein, auch der Zugang zur Bildung ist eine Klassenfrage. Der Zugang ist abhängig von der Herkunft. Das heutige Bildungssystem verstärkt die soziale Ungleichheit. Kinder aus armen Familien, Kinder mit Migrationsgeschichte und Kinder mit Behinderung haben in diesem Schulsystem nicht die gleichen Chancen. Und das wollen wir ändern. Wir wollen längeres gemeinsames Lernen. Eine Schule für alle Kinder. Und ganz wichtig, wir wollen eine neue Kultur des Lernens. Eine Kultur, die Kinder und Jugendliche stärkt, statt sie durch schlechte Noten und Sitzenbleiben zu beschämen. Lasst uns für eine andere Bildungspolitik kämpfen, die allen Kindern die gleichen Möglichkeiten bietet. Die Möglichkeiten, sich selbst entfalten zu können, vollkommen egal in welche Familie sie geboren werden, liebe Genossinnen und Genossen. Seit nunmehr vier Monaten werden wir Zeuge eines furchtbaren Krieges in der Ukraine. Wohnhäuser werden zerbombt. Menschen sind auf der Flucht. Millionen Menschen. Tausende wurden getötet. Familien auseinandergerissen. Die russische Führung trägt die Verantwortung für diese Eskalation. Der verbrecherische Angriffskrieg ist durch nichts zu rechtfertigen. Und natürlich gilt unsere Solidarität den Menschen in der Ukraine, die um ihr Leben fürchten, die fliehen mussten, die Angehörige drücklassen mussten, die alles verloren haben. Ja, auch wir wissen, dass dieser Konflikt eine Vorgeschichte hat. Aber es gibt keine Rechtfertigung für diesen Krieg. Putin. Putin war es, der erklärt hat, die Staatlichkeit der Ukraine sei ein Fehler der russischen Revolution gewesen. Damit verfolgt er imperiale und nationalistische Ansprüche. Und zwar nicht erst seit dem Überfall auf die Ukraine. Für uns gilt, was wir an der Kritik an der NATO und den USA, was für uns selbstverständlich war, gilt natürlich auch für Russland. Wir messen nicht mit zweierlei Maß. Wenn die Ukraine angegriffen wird, gilt der Solidarität der Bevölkerung, die unter diesem Krieg leidet. Und unsere Solidarität gilt den mutigen Menschen in Russland, die gegen diesen Krieg, die für Frieden auf die Straße gehen, trotz Repression, trotz hoher Haftstraßen. Russland ist nicht gleichzusetzen mit dem Kreml. Wenn Städte Partnerschaften ausgesetzt werden und russische Kulturschaffende ausgeladen werden, dann ist das ein falsches, ein fatales Signal. Da stellen wir uns dagegen. Viele Menschen in diesem Land haben Angst, dass dieser Krieg sich ausweitet. Sie haben Angst vor der Rutschbahn in einem Dritten Weltkrieg, vor dem Einsatz von Atomwaffen. Und es muss alles getan werden, um eine weitere Eskalation zu verhindern und zu einer Verhandlungslösung zu kommen. Die Lieferung von Waffen, insbesondere schwerer und offensiver Waffensysteme an die Ukraine, die lehnen wir ab, liebe Genossinnen und Genossen. Wir wenden uns an die vielen Menschen, die nachdenklich sind und die sich nicht dieser scheinbaren Alternativlosigkeit der militärischen Logik beugen wollen. Wir lassen nicht zu, dass nicht militärische und pazifistische Ansätze verächtlich gemacht werden und ins Lächerliche gezogen werden. Wir waren aus guten Gründen als Linke häufig gegen Sanktionen, weil sie breite Teile der Bevölkerung zu treffen drohen. Gezielte Sanktionen gegen Oligarchen, gegen den militärisch-industriellen Komplex in Russland können aber die Machtbasis Putins schwächen und sie können Druck aufbauen. Und deswegen halte ich es auch für richtig, dass diese Art der Sanktionen im Leitantrag gefordert werden, aber nicht Sanktionen, die zu einer Verarmung der Mehrheit der Bevölkerung führen. Ein sofortiges Gasembargo hingegen hätte dramatische Folgen für die Bevölkerung und auch für die Arbeitsplätze in diesem Land. Es würde zu dramatischen sozialen Verwerfungen führen. Richtig ist aber, natürlich muss die Abhängigkeit von Gas und fossiler Energie reduziert werden. Wir wissen um den Zusammenhang von fossilen Energien und neuen Kriegsgefahren. Es braucht jetzt Milliardenpakete für eine sozial gerechte Energiewende. Das wäre eine Zeitenwende in die richtige Richtung. Der Bundeskanzler Scholz meint mit seiner Zeitenwende eine gigantische Aufrüstung. Die Ampel hat gemeinsam mit der Union 100 Milliarden für die Bundeswehr auf den Weg gebracht. Zur Erinnerung, die Mittel für den Verteidigungshaushalt wurden schon seit 2014 um 50 Prozent erhöht. Bei den Rüstungskonzernen knallen die Sektkorken, aber den Menschen in der Ukraine ist damit überhaupt nicht geholfen. Die weltweiten Rüstungsausgaben sind immer weiter gestiegen. Sie haben diesen russischen Angriff nicht verhindert durch Abschreckung. Und deshalb ist es so gut und wichtig, dass sowohl die Bundestagsfraktion als auch die linksmitregierten Länder im Bundesrat diesem 100 Milliarden Paket nicht zugestimmt haben, weil es eine laute Stimme braucht, die dagegen aufsteht. Und bei den 100 Milliarden, es wird ja gern so getan, als würde es dann nur um warme Unterwäsche für die Truppe gehen. Nein, es geht um atomwaffenfähige Kampfflugzeuge, es geht um die Bewaffnung von Drohnen. Eine grüne Außenministerin spricht von nuklearer Abschreck und warnt vor Kriegsmüdigkeit. Und der SPD-Vorsitzende will, dass Deutschland eine internationale Führungsmacht werden müsse, nach 80 Jahren Zurückhaltung und meint das explizit auch militärisch. Das lehnen wir strikt ab. Wir wollen keine deutsche Führungsmacht, gerade nicht vor dem Hintergrund der deutschen Geschichte, liebe Genossinnen und Genossen. Also die Parteivorsitzende Janine Wissler, heute Mittag war das auf dem Parteitag der Linken in Essen in der Messe. Und wir sind momentan bei der Debatte oder bei den Änderungsanträgen zu dem Leitantrag 1 des Bundesvorstands. Es gab hier ein bisschen Verwirrung, weil hier das Tagungspräsidium versucht hat, mehrere Leitanträge zusammenzufassen, um schneller die insgesamt 100 Änderungsanträge zu dem Leitantrag 1 bearbeiten zu können. Da gab es dann ein bisschen Verwirrung, weil dann manche Delegierte nicht wussten, was mit ihrem Änderungsantrag passiert ist. Das hat man geklärt bzw. ist in der Klärung. Wir nutzen jetzt aber die Zeit für ein Interview. Das macht mein Kollege Marc Steinhäuser. Ja, vielen Dank, Katharina Kühn. Tatsächlich ist es ja so, dass wir jetzt nochmal Auszüge aus der Rede von der Parteichefin Janine Wissler gehört haben, wo sie auch sich sehr klar positioniert auch die Verantwortung Russlands benannt hat. Doch mit dem Antrag, den auch der Parteivorstand hier gestellt hat, möchten nicht alle mitgehen. Sarah Wagenknecht und eine Gruppe anderer Abgeordneter aus dem Bundestag haben einen Änderungsantrag eingereicht. Und einer dieser Abgeordneten ist hier bei mir live. Christian Laie, Bundestagsabgeordneter, wirtschaftspolitischer Sprecher der Linken im Bundestag. Warum fällt es Ihnen so schwer, diesen russischen Angriffskrieg, so wie es Frau Wissler tut, aufs Schärfste zu verurteilen? Das fällt uns gar nicht schwer. Wir verurteilen diesen Angriffskrieg von Putin auf die Ukraine, aufs Schärfste. Was dort gerade passiert ist, fürchterlich. Städte werden platt gemacht. Es gibt einen Angriff auf Zivilisten. Es ist schlimm, was dort passiert. Auch das ist unstrittig, auch in meiner Gruppe, denke ich. Aber dieser Satz, aufs Schärfste zu verurteilen, der sollte gestrichen werden. Nein, die Verurteilung des russischen Angriffskrieges steht mehrfach auch in unserem Antrag drin. Da gibt es gar kein Vertun. Das haben wir mehrfach an verschiedenen Stellen gesagt. Da sind wir ganz klar. Aber was wir sagen ist, natürlich hat dieser Krieg eine politische Vorgeschichte. Es kann ja nicht sein, dass es der erste Krieg in der Geschichte der Menschheit ist, der ohne eine politische Vorgeschichte auskommt. Da gab es erst Frieden, dann war Krieg. Das ist so nicht richtig. Natürlich gab es Spannungen zwischen Russland und dem Westen um die Frage auch des NATO-Beitritts, der Ukraine. Und die Frage steht natürlich im Raum, ob dieser Krieg nicht hätte verhindert werden können, hätte man dort anders agiert. Und das muss natürlich eine linke Partei, muss das natürlich auch fragen. Und das möchten wir hiermit, ohne Solidarität mit der Ukraine zu reduzieren, ohne dass wir sagen, dieser Angriffskrieg ist nicht zu verurteilen. Es gibt weitere Passagen, die Sie ändern wollen, die Sie auch abändern wollen, unter anderem auch Russland als imperialistischen Aggressor klar zu benennen. Da wird dann auch, wie Sie das auch gerade getan haben, immer auch auf die NATO verwiesen und auf Fehler, die vorher passiert sind. Aber sind Sie denn nicht der Meinung, dass das, was wir jetzt erleben in der Ukraine, klar von Russland ausgeht? Nein, das ist doch gar nicht die Frage. Natürlich geht das von Russland aus. Was wir tun ist... Als imperialistischem Aggressor oder ist das jetzt die Formulierung, die Sie stört? Nein, uns stört, was uns stört ist, dass man diesen Krieg nicht in eine geopolitische Reihe einordnet. Natürlich ist es fürchterlich, dass Russland jetzt die Ukraine überfällt. Aber es ist doch nicht der erste Krieg in den letzten Jahrzehnten. Es gab eine Reihe von Kriegen. Es gab viele Kriege. Oft wurden sie unter der Führung des Westens getan. Das haben wir nicht vergessen. Erstens, gerade erst in Afghanistan ist nach 20 Jahren dieser Militäreinsatz krachend gescheitert. Die ganze Regime-Change-Politik der letzten Jahre hat sich fürchterlich blamiert. Und wir können doch jetzt nicht all das vergessen, einfach hinten anstellen, weil wir auch diesen Krieg in der Ukraine verurteilen. Wir sagen als klare Antikriegspartei, als Friedenspartei, das verurteilen wir alles. Und das muss auch eine politische Haltung sein. Und diese politische Haltung, die muss natürlich irgendwo auch eine Widerspiegelung finden. Es gibt einen großen Teil der Bevölkerung, der sehr kritisch ist mit dieser Entwicklung. Und auch die brauchen eine parlamentarische Vertretung. Und das muss die Linke sein als einzige Friedenspartei im Deutschen Bundestag. Sie lehnen Waffenlieferungen ab. Muss man nicht, wenn man das zu Ende denkt, aber sagen, ohne diese Waffenlieferungen hätte Putin schon gewonnen? Ich glaube, so einfach ist die Geschichte. Und die Frage ist doch, wohin führen die Waffenlieferungen? Und da gibt es ja jetzt eine ganze Reihe von kritischen Stimmen. Übrigens nicht nur aus der Reihe, aus der Ecke, aus der linken Ecke. Sondern es gibt inzwischen auch aus den Militärs Stimmen, die sagen, man kann diesen Krieg so nicht gewinnen. Wir sind in einer Situation, wo wir anders denken müssen. Sondern da sagen wir, wir müssen auf politische Lösungen setzen. Dieser Krieg muss politisch beendet werden, durch diplomatische Verhandlungen. Ja, was denn sonst? Wir können uns doch nicht 10 Jahre, 20 Jahre Krieg in der Ukraine wünschen. Das wäre fürchterlich für das Land. Das wäre fürchterlich mit den Menschen. Gerade weil wir solidarisch sind, können wir uns das nicht wünschen. Es muss eine Verhandlungslösung geben. Und da haben wir eine klare Position. Wir sind gegen Waffenlieferungen. Die Verhandlungslösung, die Sie angesprochen haben, kommt ja nur dann zustande, wenn zwei miteinander reden wollen. Haben Sie den Eindruck, dass das im Moment möglich ist, mit Putin zu verhandeln? Naja, was heißt, ich bin nicht der außenpolitische Sprecher bei uns. Ich sitze auch nicht in diesen Verhandlungen. Die einzige Sache, wo ich mir relativ sicher bin, wenn man einen Krieg beenden will und muss, dann muss man natürlich mit allen beteiligten Seiten sprechen. Und dann muss man natürlich mit Russland, es bringt ja nichts, mit Russland nicht zu sprechen, sondern es muss dann mit Russland geredet werden, um diesen Krieg zu beenden. Und da, glaube ich, ist das der einzige Weg, um dort zufrieden zu kommen. Sie sind nicht der außenpolitische Sprecher. Sie haben trotzdem diese Änderungswünsche mit unterschrieben. Sie sind der wirtschaftspolitische Sprecher. Schauen wir mal auf die Folgen bei der Gas- und Energieversorgung, Stichwort Preise. Wie stellt sich die Linke das denn vor, wenn jetzt auch der Gashahn weiter zugedreht wird, wenn jetzt eine Alarmstufe ausgerufen wird? Was ist Ihre Idee, was jetzt die Bundesregierung tun sollte? Also da sind wir relativ klar. Auf der einen Seite ist es so, dass die Bundesregierung es nicht geschafft hat, Stützpakete für die Bevölkerung so aufzustellen, dass alle mitgenommen werden. Sie haben, es war zu wenig, es hat viele Gruppen draußen gelassen, Rentner, Studierende sind nicht mit betroffen. Das ist das eine. Wichtig ist in diesem Zusammenhang aber auch, dass man jetzt klar hat, dass man die Preise staatlich deckeln muss. Das heißt, wir können nicht einfach zugucken, wie der freie Markt da agiert. Der ist schon unter normalen Bedingungen, ist das ein Problem, um mal ein Beispiel zu nennen. Anfang des Jahres brach ein wichtiger Gas-Terminkontrakt an der Börse ein um die Hälfte, weil es Aussichten auf gutes Wetter gab. So kann man sich ja vorstellen, was passiert, wenn es einen Krieg gibt. Das heißt, man muss da rein, man muss von staatlicher Seite die Preise deckeln, das ist unser Vorschlag. Die Gaspreise. Die Gaspreise, aber auch Energiepreise. Das ist etwas, was in anderen Ländern durchaus auch passiert. Das hat es in Deutschland übrigens auch gegeben. Bis 2007 gab es eine staatliche Energiepreisaufsicht. Da mussten die Unternehmen ihre Preise auf den Tisch legen, mussten erklären, wie die zustande gekommen sind, mussten sagen, das sind unsere Kosten, deswegen wollen wir diese Preise. Und der Staat hatte die Möglichkeit, auch zu sagen, das möchten wir nicht oder das ist in Ordnung. Und Traumprofite und Mondpreise, die weit über denen liegen, was notwendig wäre, wären damit zu verhindern. Wir sagen, da müssen wir wieder zurück. Es kann nicht sein, dass einige Konzerne sich jetzt eine goldene Nase verdienen und mit den riesigen Energiepreisen die Inflation anheizen. Weil Energiepreise sind natürlich ein Inflationstreiber. Und auch deswegen würde dieser Vorschlag Sinn machen, aus unserer Sicht. Sagt Christian Laie, der wirtschaftspolitische Sprecher der Linken im Deutschen Bundestag. Ja, tatsächlich ist das Thema Ukraine hier an vielen Stellen auf dem Parteitag immer wieder zur Sprache gekommen. Und auch bei den Delegierten wurde es heiß debattiert. Es gab auch ja persönliche Erklärungen. Und es gibt auch immer wieder Stimmen aus dem Plenum. Und mein Kollege Aydogan Makasche fängt noch einige ein jetzt. Wir haben ganz viele tolle Genossen, die genossen sind, dass wir in den Klimawandel kämpfen. Und das sollten wir auch in den Mittelpunkt unserer Arbeit stellen, in unseren Anträgen stellen und nicht uns selber kleinreden. Dankeschön. Vielen Dank, Nils. Dann kommen wir zur Einbringung des nächsten Änderungsantrags. Jetzt ist der Einbringung des nächsten Änderungsantrag, der da lautet, der lautet 102.1 Gela sozialistischer Dialog. Das ist der letzte aus diesem Block. Vielen Dank. Einbringung an Mikrofon 3, bitteschön. Das ist die Strukturen definitiv. Und die Stelle, was wir eigentlich sagen, was wir neu machen wollen mit dem sozial-ökologischen Umbau. So, und jetzt gab es hier einen kleinen technischen Fehler. Das gibt uns aber die Möglichkeit zu sagen, dass die Linke sich hier zusammengerafft hat und jetzt wieder in der richtigen Debatte ist im Änderungsantrag. Man hat sich jetzt so geeinigt, dass man eben einen Block zusammenfasst. Und die Änderungsanträge, die übernommen wurden, die wurden dann jetzt übernommen. Und bei denen, wo keine Einigung erzielt werden konnte mit den Änderungsantragsstellern, die werden jetzt hintereinander weg begründet. Und danach stimmt man gemeinsam darüber ab. Und das, so hofft man, spart ein bisschen Zeit. Und wir wollen dann jetzt gleich mal reinhören, wie hier die Delegierten das begründen, dass sie nicht so diesen Text schreiben wollen, wie es zum Beispiel der Bundesvorstand gehört hat. Also ich kann jetzt ein Beispiel bringen. Da ging es zum Beispiel darum, dass der Bundesvorstand in diesen Antrag, in den Leitantrag geschrieben hat, dass man bis 2035 klimaneutral werden möchte. Und da wurde hier kritisiert, dass Klimaneutralität bis 2035 real nicht erreichbar ist und dass es deswegen nicht so formuliert werden soll. Vielen Dank. Ich habe den Geschäftsordnungsantrag gesehen, aber während einer laufenden Abstimmung werden keine Geschäftsordnungsanträge angenommen. Wer ist dagegen, dass an diesem Abschnitt etwas geändert wird? Vielen Dank. Enthaltungen? Wir möchten euch bitten, noch mal uns ein wenig zu helfen, um ein eindeutiges Bild zu erkennen. Es geht hier um sechs Änderungsanträge, über die jetzt abgestimmt wird, die erste Abstimmung zu diesem Leitantrag 01 des Bundesvorstands. Vielen Dank. Vielen Dank. Wer ist dagegen? Vielen Dank. Enthaltungen? Dann können wir nur sagen, es ist aus unserer Sicht hier vorne nicht eindeutig. Das ist nicht ganz eindeutig. Und das Gute ist, dass wir mittlerweile die technischen Schwierigkeiten geklärt haben und deswegen jetzt mein Kollege Edoğan Makatsche, ein Gesprächspartner, uns präsentieren kann. Katharina, ja, life is life. Wir haben es in der schönen Lounge versucht, in den entspannten Sitzen. Da hat leider der Ton und da hat das Bild nicht immer so mitgespielt, wie wir wollten. Jetzt sind wir zurück in die Halle gegangen und hier funktioniert es. Wir sind happy. Ich habe eben gesagt, es wird viel gesprochen über Russland, über den Krieg. Es wird aber auch viel gesprochen auf diesem Parteitag im Plenum und bei den Delegierten über die MeToo-Debatte über Sexismus in der Linken. Dazu habe ich eine Gesprächspartnerin an meiner Seite, Maja Tegeler. Frau Tegeler, ich frage nochmal so wie eben. Ich weiß nicht, ob es da jemand schon gehört hat, aber jetzt frage ich einfach nochmal so. Auf die Zwölf hat die Linke ein Sexismusproblem? Ja, in gewisser Weise natürlich schon. Wir haben gewisse Parteiebenen, wo Männer ihre Machtposition ausnutzen, um tatsächlich auch Frauen zu unterdrücken und über sie quasi politisch kalt zu stellen. Wir haben natürlich Fälle von sexistischer Übergriffigkeit gehabt jetzt in einigen Städten, in Hessen, in Bayern, auch an manchen anderen Orten. Und damit müssen wir umgehen. Können Sie das ein bisschen konkreter machen? Welche Qualität in Anführungszeichen haben diese Übergriffe? Was müssen sich unsere Zuschauerinnen und Zuschauer da konkret darunter vorstellen? Da ging es zum Teil um Nachstellung. Manchmal geht es aber auch schlicht darum, dass schon relativ alte Männer in den 40er Jahren sich sehr junge Frauen irgendwie abhängig machen in einer gewissen Weise. Dass es einfach in meinen Augen toxische Beziehungen sind und da wirklich auch von einem Machtgefälle die Rede sein muss. Und das können wir als Linke eigentlich so nicht akzeptieren, weil wir den Anspruch haben, eine feministische Partei zu sein, Frauen und queere Menschen zu stärken und nicht sie in Abhängigkeitsverhältnisse zu belassen. Sie haben gerade nochmal betont, dass sich gerade die Linke sowas nicht erlauben kann als dezidiert feministische Partei. Wir haben kurz im Vorgespräch darüber gesprochen. Es ist aber ja kein Phänomen, das nur die Linke betrifft, oder? Nein, aber wir haben andere Ansprüche an uns selbst als beispielsweise konservative Kreise. Wir können nicht sagen, wir kämpfen in allen möglichen Bereichen, um den Gewaltschutz zu verbessern, um wirklich auch die Selbstbestimmungsrechte von Frauen und queeren Menschen zu verbessern. Und dulden dann solche Verhältnisse bei uns in der Partei. Das passt hinten und vorne nicht zusammen. Und deswegen werden wir heute hier eine Debatte darüber haben, welche Lösungen wir noch stärker zuspitzen, um besser damit umzugehen. Das wird dann voraussichtlich ja heute Abend nochmal großes Thema werden. Jetzt ist ja schon einiges passiert, auch nachdem die Vorfälle gerade in Hessen auch bekannt geworden sind. Eine Schlussfolgerung daraus oder eine mögliche Lösung ist das sogenannte Awareness-Team, das hier bei diesem Bundesparteitag ja auch zum ersten Mal im Einsatz ist. Sie sind auch ein Teil dieses Teams. Für was ist dieses Team da? Was macht dieses Team? Wir betrachten uns und wir sind als Ansprechpersonen hier, falls sich Frauen oder queere Menschen unwohl fühlen und Unterstützung suchen, sind wir als Ansprechpersonen hier, um ihnen einen sicheren Raum zu gewährleisten, um zur Not mit Rat an ihrer Seite zu stellen. Und vor allem, um, wenn es darauf ankommt, Männer daran zu hindern, weiter Druck auf diese Personen auszuüben. Es gibt ja auch ein Telefon, wo Betroffene sich dran wenden können, wo die anrufen können. Was haben Sie damit für Erfahrungen bisher auf dem Parteitag? Also hier ist heute zum Glück noch nichts passiert, dass es nötig gemacht hat, dass eine Person uns anruft und wir hoffen, das bleibt so. Das kann ich nur als letztes Wort in diesem Fall so stehen lassen. Vielen Dank, Frau Tegeler. Wir hoffen, dass das so bleibt, dass es keine weiteren sexuellen Zwischenfälle, Übergriffe dergleichen gibt, dass MeToo bei der Linken vielleicht bald der Geschichte auch wieder angehört und nicht mehr so viel darüber geredet wird. Jetzt darf wieder Katharina Kühn reden. Danke, Eidoan Makasche. Und hier sind wir gerade noch beim Zählen, denn das Tagungspräsidium konnte nicht eindeutig feststellen, wie sich die Delegierten hier entscheiden. Deswegen gehen jetzt durch die Reihen Zählerinnen und Zähler durch und zählen wirklich per Hand, wie hier die Delegierten abstimmen. Und das ist interessant natürlich, wenn wir auch beim Thema Sexismus sind, wie die Linken das machen möchten. Denn noch einmal als Erinnerung, die Generaldebatte, die wurde ja in zwei Teile geteilt. Und man hat sich darauf geeinigt, dass erst einmal generell gesprochen wird, aber gerade der Schwerpunkt, die zu den patriarchalen Machtstrukturen, zu Gewalt und Sexismus, dass der gerade erst um 20 Uhr hier fortgesetzt wird. Denn auch das war ein Wunsch. Vorher sollte noch ein Frauenplenum stattfinden und ein Workshop zu kritischer Männlichkeit. In diesem Workshop hat sich die Linke auch externe Expertise geholt, ruft auch explizit die männlichen Mitglieder auf, an diesem Workshop teilzunehmen und um dann mit den Erfahrungen aus diesem Workshop in die Generaldebatte wieder einsteigen zu können. Vielen Dank, ihr könnt eure Arme runternehmen. Und jetzt scheint es, dass diese, ach nein, die Auszählung ist immer noch nicht vorbei, denn es gibt natürlich auch die Möglichkeit, sich zu enthalten, auch wenn das eher relativ wenig Enthaltungen sind. Und wie es dann morgen weitergeht, das wird auch noch interessant sein herauszufinden, denn eigentlich hat man eben einen straffen Plan. Man möchte zwar noch über das Frauenplenum sprechen, aber dann soll es auch nach nur zwei Stunden zur Beschlussfassung zu den Leitanträgen des Parteivorstandes kommen. Und um 13.15 Uhr, so ist die Idee, soll es dann zu den Wahlen kommen. Auch das ist ja noch nicht ganz klar, wie gewählt wird, aber einfach, weil es Bestrebungen gibt, den Parteivorstand zu verkleinern. Das heißt, auch dann wird erst klar sein, wie viele Wahlgänge es dann geben muss. Und wir erinnern nochmal, Janine Wissler wird sich wieder zur Wahl stellen und dann wird ja noch ein zweiter Wahlvorsitzender oder eine zweite Wahlvorsitzende gesucht. Neben Janine Wissler stellen sich noch neun Kandidaten und Kandidatinnen zur Wahl. Auch bei diesen Kandidatinnen und Kandidaten sieht man die Breite des Meinungsspektrums hier in der Partei. Unter anderem bewirbt sich Heidi Reichinek, die frauenpolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion. Sören Pellmann bewirbt sich, der in den außenpolitischen Forderungen eher Sarah Wagenknecht nahesteht. Martin Schirdewahn, Co-Fraktionschef der Linken im Europäischen Parlament, der dort also eher aus einer europapolitischen Perspektive auf viele Debatten schaut. Und natürlich gibt es dann zum Beispiel auch Personen, die sagen, aufgrund ihrer eigenen persönlichen Situation können sie besonders gut in diesem Posten sich bewähren. Da ist zum Beispiel Thorsten Scott vom Landesverband Mecklenburg-Vorpommern, der in seiner Bewerbung gesagt hat, ich bin schwul, behindert, habe Multiple Sklerose und bin EU-Rentner und dann bin ich auch noch links. Also ich bin ja mehrfach diskriminiert und normalerweise eine Idealperson als Vorsitzende für solch eine Partei. Das steht morgen an. Wie gesagt, uns ist noch unklar, wie die Linke hier diesen Plan halten möchte, weil es eben jetzt schon ganz deutlich zu Verzögerungen gekommen ist. Und unter anderem war ja für heute auch angekündigt, dass Gregor Gysi sprechen soll. Eine Festrede sollte das eigentlich werden zu 15 Jahre die Linke. Aber aufgrund von verkehrstechnischen Schwierigkeiten redet er nicht heute. Man könnte auch sagen, das passt ganz gut ins Konzept, denn so spart die Linke dann doch ein bisschen Zeit heute, um, wie gesagt, auf die verschiedenen Themen noch einzugehen. Falls Sie sich fragen, was hier jetzt gerade die Delegierten machen, die warten auf das Ergebnis. Und das verkündet Pascal Meiser jetzt. Erstmal einen dicken Applaus an die Zeller und Erzähler, die jetzt für die Technik da gerade einspringen. Und wir haben ein Ergebnis dafür, dass wir diesen Bereich, den Blockabschnitt, aufmachen. Wir haben 239 gestimmt, dagegen 159, 13 Enthaltungen. Damit beginnen wir die Einzelberatung zu diesen Änderungsanträgen. Und ich habe die Geschäftsordnungsanträge gesehen. Ich sehe momentan einen Geschäftsordnungsantrag an Mikrofon 3. Hi, ja, Franziska, Delegate durch Hamburg-Mitte, Delegate Nummer 214. Ich erinnere mich, dass wir in vorpandemischen Zeiten bei Bundesparteitagen, wenn es knapp war bei dem verkürzten Antragsverfahren, dann die Antragspakete aufgemacht haben. Und möchte auch vorschlagen, dass wir so verfahren, weil wir diese Zeit, die wir jetzt zum Auszählen hatten, gut hätten nutzen können schon, um zu diskutieren, wie wir unsere sozialökologische Politik weiter zuspitzen und in den Konflikt mit den Profiteuren gehen. Und deswegen ist mein Verfahrensvorschlag, es so zu machen, wie wir es vor Corona gemacht haben, nämlich im verkürzten Abstimmungsverfahren die Abstimmung über das Aufmachen eines Antragspaketes knapp ist, dass wir dann statt auszählen anfangen zu diskutieren. Vielen Dank für den Hinweis, der schwer abstimmungsfähig ist, weil die Frage natürlich, wann es knapp ist, nicht so ganz eindeutig ist, so ein bisschen willkürlich ist. Aber wir versuchen es sozusagen künftig auch hinzubekommen, mit Open Slides Abstimmungen schneller machen zu können. Aber wir sind uns hier oben, glaube ich, ich gucke mal links und rechts einig, bevor wir wieder manuell auszählen lassen, würden wir in einem solchen Fall in die Einzelberatung gehen. Sollte das mit Open Slides und mit dem WLAN alles klappen, würden wir natürlich im Zweifel darüber ganz schnell dann die tatsächlichen Abstimmungsergebnisse herbeiführen können. Ich glaube, wenn ihr alle einverständlich seid, verfahren wir so, um das Ganze zu beschleunigen. Ich sehe keinen Widerspruch, dann machen wir das so und habe jetzt den freundlichen Hinweis von der Technik bekommen, euch zu sagen, dass diejenigen, die an dem WLAN arbeiten, wohl langsam vorankommen oder auch schnell und aber einige Hinweise an die User, also an euch, haben. Und zwar ist die Bitte, alle, die mit dem WLAN verbunden sind, einmal kurz sich vom WLAN zu trennen und sich nochmal anzumelden. Genau, also das könnt ihr auch, müsst ihr sich alles in der nächsten Sekunde machen, aber es sind so kleine, ich kriege das ja auch nur aus der Technik, ich habe ja keine Ahnung, ich mache ja noch mit Papier, wie ihr seht. Außer Open Slides, also dem Browser, in dem Open Slides geöffnet ist, bitte alle anderen parallelen Browser, in dem ihr, keine Ahnung, Filmchen guckt oder sonst was macht, schließen. Weil das einfach die Leistungsfähigkeit enorm erhöht. Und drittens auch insgesamt die Nutzung von mobilen Daten womöglich zu reduzieren. Also wenn ihr parallel das Filmchen nicht auf den Browser guckt, sondern auf eurem Handy, dann vielleicht auch die entsprechende Nutzung der mobilen Daten über das Handy einstellen. Alles auf freiwilliger Basis, ja ein freiwilliges Land und eine freie Partei, aber es würde den Prozess immens beschleunigen, sagen uns die Techniker, ich habe ja keine Ahnung davon. In diesem Sinne, probiert das alle mal aus. Wir hoffen, wir müssen jetzt so schnell nicht wieder überhaupt zu Open Slides greifen, aber wer das nutzen will, sollte das machen und wir werden früher oder später darauf zurückgreifen. Nun kommen wir zur Beratung des ersten Änderungsantrags. Das ist nach meiner Liste und die Antragskommission gibt mir ein Zeichen, wenn ich irre, der Antrag 001.3, der bereits eingebracht wurde und es besteht die Möglichkeit zur Gegen- und Fürrede. Ich würde abweichen von dem, was ich vorhin gesagt habe, gerne vorschlagen, dass wir, was die Anträge angeht und wer dafür und Gegenreden hält, die Mikrofone tauschen. Und zwar, dass die Gegenreden am Mikrofon 4 gehalten werden und die Fürreden am Mikrofon 2. Es bleibt bei den Einbringungen am Mikrofon 3. Das müsst ihr auch nicht abstimmen, das ist jetzt eine Festlegung von uns, aber alle, die sich für irgendwas anstellen, sollten das wissen. Gegenreden dort, Fürreden hier. Das heißt, wir kommen jetzt zur Möglichkeit einer Gegenrede zum Antrag 001.3, der zugleich hoffentlich dann auch für euch gut ersichtlich jeweils dann auf der Leinwand zu meiner Rechten zu sehen ist. Und weil das hier nicht in der Scherse nicht zu sehen ist, erzählen wir auch noch mal kurz, worum es geht. Da fordert die Linksjugend, den Titel zu ändern und zwar nicht zu schreiben Gemeinwohl statt Profit, sondern zu schreiben das gute Leben für alle statt grünem Kapitalismus. Das Gemeinwohl ist ja nicht allzu neu, sondern den gab es schon in der griechischen Philosophie bei Aristoteles. Und er hat die Entgegensetzung beschrieben zwischen dem Eigennutz, das heißt, was nur dem Einzelnen dient, und dem, was der gesamten Gesellschaft dient. Und das zieht sich als Beitrag quasi durch diesen gesamten Antrag. Das heißt, wir definieren das Gemeinwohl als das, was allen nützt. Das heißt, Deutsche wohnen und Co. enteignen. Da sagen wir, das Wohnen, das ist für alle da und daran sollen sich nicht Immobilienkonzerne bereichern. Energie, Stromnetze, die sollen allen gehören. Wir brauchen eine öffentliche Verkehrswende, die allen gehört, mit Bus und Bahn. Das heißt, wir wollen das Gemeinwohl insgesamt stärken. Lorenz Gößter-Beutin war das hier mit einer Fürrede. Ja, Jan Schiffer, 437. Genau, der Begriff Gemeinwohl ist einer, der total breit verwendet wird, der klasseneutral ist. Die CDU findet auch Gemeinwohl gut. Alle sind fürs Gemeinwohl. Und wir als politische Linke brauchen Kampfbegriffe. Das heißt, Sachen, die einerseits links besetzt sind, andererseits an den Lebensrealitäten der Menschen andocken und die Interesse an linker Politik sorgen. Gemeinwohl ist einerseits klassenneutral und andererseits viel zu juristisch. Und niemand begeistert sich fürs Gemeinwohl. Wir schlagen vor, es durch den Begriff des guten Lebens für alle zu ersetzen. Das ist ein Begriff, mit der viel stärker daran ansetzt, der viel eher auch zum Träumen einlädt und gleichzeitig auch präziser marxistisch ist. Deswegen bitten wir euch, unserem Ersetzungsantrag dazu zu stimmen. Also das war jetzt die Führrede, vorher die Gegenrede. Und hier hat dann doch nochmal die Linksjugend dafür plädiert, Kampfbegriffe zu nutzen. Und darüber stimmen dann jetzt die Delegierten ab. Wer für diesen Änderungsantrag ist, den bitte ich um das Kartenzeichen. Dankeschön. Wer ist dagegen? Dankeschön. Enthaltungen? Wir sind uns einig, der Antrag wurde abgelehnt mehrheitlich. Und wir kommen zum nächsten Änderungsantrag. Der nächste Änderungsantrag ist der Antrag 022.1. Es besteht die Möglichkeit, eine Gegenrede zu halten. An Mikrofon 4. Bitteschön. Maximilian Becker für den Parteivorstand. Wir empfehlen die Ablehnung dieses Antrags aus zweierlei Gründen. Zum einen haben wir im Bereich des sozial-ökologischen Umbaus in den letzten Jahren gemerkt, dass wir als Partei gerade nicht einig waren. Und diese Nicht-Einigkeit wollten wir auch im Leitantrag deutlich machen, um zu zeigen, wir lernen und wir wollen das ändern. Das heißt, diese Streichung ist für uns eine Streichung, die wir nicht akzeptieren wollen. Deswegen Ablehnung. Und zum zweiten Teil, das, was dazugefügt werden soll, nimmt Antworten vorweg, die später im Text kommen. Das heißt, dass alles, was da drin steht, auch später noch einmal kommt und das einfach nicht in die Einleitung passt. Und aus diesem Grund empfehlen wir Ablehnung. Vielen Dank, Max. Und es gibt die Möglichkeit einer Führrede auf Mikrofon 2. Ja, Günnel hier auch vom GERA Sozialistischer Dialog. Ja, uns hat es vor allen Dingen geärgert, dass es jetzt schon wieder darum geht, Erwartungen anderer zu erfüllen. Also 18 Prozent würden uns wählen und so weiter. Uns geht es vielmehr darum, dass wir wirklich gesellschaftlich Opposition sein müssen und wollen, wenn es darum geht, all das, was wir jetzt vorhaben, auch mit dem sozial-ökologischen Umbau. Ich finde auch wichtig, das immer wieder mit der Friedens- und Abrüstungsfrage zu verbinden, was darin sind wir uns zum Beispiel nicht einig. Das, finde ich, müssen wir unbedingt in dieser Krise tun, damit wir auch gesellschaftlich vorankommen. Sondern, also es geht nicht um Erwartungen, sondern darum, dass wir eben wirklich Opposition sind und Bewegung brauchen, Bewegung initiieren und voranbringen, damit wir auch wirklich was durchsetzen können. Vielen Dank, Gunnild. Dann kommen wir nun zur Abstimmung über diesen Änderungsantrag. Wer für den Änderungsantrag 022.1 von Gerhard Sozialistischer Dialog und anderer ist, den bitte ich um das Kartenzeichen. Vielen Dank. Wer dagegen ist, bitte ich um das Kartenzeichen. Dankeschön. Enthaltungen? Damit ist dieser Antrag abgelehnt. Wir kommen nun zum nächsten Änderungsantrag. Dieser Antrag wurde hier abgelehnt. Wir nutzen noch einmal die Zeit für ein Interview. Marc Steinhäuser, bitte. Ja, vielen Dank, Katharina Kühn. Wir wollen schon mal einen Mini-Ausblick auf morgen wagen, denn es sind ja einige im Rennen um den Parteivorsitz. Unter anderem auch jemand, der jetzt bei mir ist, Sören Pellmann. Herzlich willkommen. Sie treten morgen an. Wir wollen auch Parteivorsitzender der Linken werden. Man muss vielleicht einmal noch sagen, die Linken haben Ihnen viel zu verdanken. Nur durch Ihr Direktmandat in Leipzig gibt es überhaupt eine Bundestagsfraktion. Es sind ja insgesamt drei Direktmandate gewesen. Gesine Lötzsch, Gregor Gysi und ich war dann das dritte, ja. Aber ohne Sie gäbe es keine Bundestagsfraktion. Das ist so. Insofern hoffen Sie, dass sich das morgen dann in der Dankbarkeit auszahlt und Sie Parteichef werden? Also das wird nicht der Grund oder der Hauptgrund für meine Kandidatur sein. Die werde ich natürlich auch inhaltlich begründen. Aber es war Motivation, hier anzutreten und Hut in den Ring zu werfen. Und was kann denn die Linke von Sören Pellmann lernen? Also zunächst, wie man verschiedene Milieus und Flügel miteinander verbindet, wie man genau übergreifend agiert, wie man wieder zu Erfolg kommt, wie man auch Wahlen gewinnen kann. 2019 bei der Kommunalwahl, 2021 der Bundestagswahl, dass man das Image, was ich habe, die Verbindung zwischen Kommunalpolitik und Bundespolitik, offensichtlich erfolgreich ist. Und auch das, nah an den Menschen dran zu sein, sich zu kümmern, ansprechbar zu sein, das ist ein Erfolgsrezept. Und das wünsche ich mir auch wieder für die Partei und auch an vieler Stelle. Wir versuchen mal ein bisschen, sich uns zu nähern, was Ihre Positionen betrifft. Sie haben im vergangenen Jahr mal gesagt, im Umfeld der Bundestagswahl, dass Sie etwa 95 Prozent der Ansichten von Sarah Wagenknecht teilen, die ja als Figur in den Linken immer wieder polarisiert. Nun hat sich ausgerechnet Frau Wagenknecht dafür ausgesprochen, dass man Sie wählen sollte. Ist das jetzt Fluch oder Segen? Das ist es, glaube ich, beides. Aber 95 Prozent Übereinstimmung mit ihr führt dann auch dazu, dass sie das unterstützt. Ich bin nicht Ihr Kandidat, das will ich ganz klar sagen. Es ehrt mich aber auch in einer gewissen Weise, dass auch führende Genossinnen und Genossen sich für die Kandidatur ausgesprochen haben. Entscheiden werden das die Delegierten hier in Erfurt. Die Delegierten in Erfurt, die müssen dann auch entscheiden, wo sie inhaltlich stehen. Schauen wir mal auf die Leitanträge und auch das Thema Russland. Sie haben ganz am Anfang, als der Angriffskrieg Russlands startete auf die Ukraine, ja auch eine Unterzeichnung vorgenommen, die Sie im Nachhinein bedauert haben. Da ging es auch darum, dass die Zeitenwende von Olaf Scholz und alles, was da dran hing, kritisiert wurde. Was sagen Sie jetzt zum Thema Waffenlieferung? Wo ist da Ihre Position? Also da bin ich sehr klar und das entspricht sowohl der Wahlprogrammatik als auch der Parteiprogrammatik. Ich lehne Waffenlieferung jedweder Art in die Ukraine ab und auch an andere Stellen. Ich spreche mich auch gegen weitere Aufrüstung aus und auch Kriegseinsätze halte ich für ein nicht geeignetes Mittel, um Konflikte zu lösen. Wie würden Sie das dann jetzt lösen? Denn es ist ja so, dass die Ukraine durch auch Waffenlieferungen im Moment noch in der Lage ist, auch den Aggressor dort abzuwehren. Ansonsten hätte Putin ja durchaus schon wahrscheinlich weite Teile des Landes komplett eingenommen, was er jetzt schon hat. Aber dann wäre es für die Ukraine noch schlimmer. Ja, wahrscheinlich wäre es noch schlimmer. Die Frage ist ja aber tatsächlich, lösen noch mehr Waffen diesen Konflikt tatsächlich oder verlängert er genau das Leiden von unzähligen Menschen, was ich immer wieder verurteilt habe und auch klar gesagt habe, unsere Solidarität gehört den Ukrainerinnen und den Ukrainern, der Zivilbevölkerung vornehmlich auch in der Ukraine. Und dennoch bin ich auch aus innerer Überzeugung fest davon oder bleibe auch weiter dabei, dass Waffen das Problem nicht lösen werden. Wir müssen wieder an den Verhandlungstisch zurückkommen und auch uns muss es gelingen, den Aggressor, also Wladimir Putin, an den Verhandlungstisch zurückzuzwingen. Womit? Also Pazifismus allein und eine Resolution auf einen Parteitag können es ja nicht sein. Das wird es allein nicht sein. Aber wir haben ja auch das Thema Sanktionen zu besprechen. Ich halte Sanktionen generell, wenn sie die Bevölkerung treffen, für ein völlig ungeeignetes Mittel. Aber, und das hat in Deutschland viel zu lange gedauert, also die Multimillionäre und Milliardäre in diesem Land, die aus Russland kommen, endlich an die Kandare zu nehmen, dort zu wirken, wo es wehtut, wo es den Oligarchen wehtut, wo es den oberen 10.000 wehtut, wo man Wirtschaftsbeziehungen so nutzt und sagt, das tut weh. Weil ich bin fest davon überzeugt, wenn die Oligarchen nicht mehr so walten können in dieser Welt, wie sie es derzeit noch tun können. Denn wenn die vielleicht Putin noch mal anders unter Druck setzen. Das sagt einer der Kandidaten für den Parteivorsitz, morgen Sören Pellmann. Herzlichen Dank für das Live-Interview bei Phoenix. Da haben wir schon mal einen Einblick bekommen, mit welchen Positionen hier die verschiedenen Kandidaten morgen ins Rennen gehen. Und damit zurück zu Katharina Kühn. Ja, und ich nutze jetzt die Gelegenheit, um noch einen weiteren Ausblick zu werfen. Denn nicht nur die beiden Parteivorsitzenden werden ja morgen gewählt, sondern der ganze Parteivorstand, 43 Kandidatinnen und Kandidaten, haben sich schon aufgestellt, um da sich wählen zu lassen. Es ist noch nicht ganz klar, wie groß der Parteivorstand wird, weil eventuell er verkleinert werden soll. Darüber hinaus wird der Bundesgeschäftsführer gewählt, Jörg Schindler. Wir hatten ihn heute Morgen beim Interview. Tritt nicht wieder an. Auch da gibt es drei Kandidaten. Und auch der Bundesschatzmeister oder die Bundesschatzmeisterin wird hier gewählt. Also da gibt es morgen einiges zu tun. Und ja auch die Leitanträge, die werden morgen weiter besprochen werden. Es hat ja heute sehr viel länger gedauert, als ursprünglich geplant. Wir sind immer noch in der Debatte zu den Änderungsanträgen zum Leitantrag 01. Ich erinnere noch mal dabei, es gibt drei vom Bundesvorstand. Dann noch mal zwei alternative Leitanträge, also zusätzliche Leitanträge. Und dann ja auch noch mal diverse Ersetzungsanträge, die eben diese Leitanträge ersetzen wollen. Und auch das soll man nicht vergessen, die Linke will sich ja eigentlich auch ein bisschen feiern. 15 Jahre gibt es die Partei schon. Morgen soll dort Gregor Gysi zu sprechen. Die Fraktionsvorsitzende im Bundestag, Amira Mohamed Ali. Und was ja auch nicht ganz unwichtig ist, eigentlich will man morgen noch ein bisschen feiern am Abend. Jetzt noch mal auf den heutigen Tag schaut Marc Steinhäuser mit einem Gast. Ja, vielen Dank. Der Parteitag, der hat sich doch hier, hier und da auch ein bisschen gezogen. Wurde auch lange über Details in den Anträgen beraten und diskutiert. Und manche Tagesordnungspunkte, so wie Gregor Gysi, das hast du gerade gesagt, Katharina, haben gar nicht stattgefunden. Aber es gibt uns die Gelegenheit, mit Emanuel Richter, Politikwissenschaftler, auch noch mal ein bisschen auf diesen Tag zu blicken und einen Ausblick auch zu Wagen. Wir hatten jetzt gerade auch Sören Pellmann zu Gast. Wie aussichtsreich halten Sie diese Kandidatur, gerade auch im Hinblick auf die Unterstützung von Sarah Wagenknecht und diese sehr, sehr, sehr großen Diskussionen um diese Figur? Naja, er ist ja gewissermaßen so ein Repräsentant dieses Lagers. Also insofern sind seine Chancen relativ groß im Vergleich zu anderen Kandidaten, die auch im Spiel waren. Gleichwohl gibt es natürlich das starke Gegenduo. Wissler, Schirdewan, die ja so ein bisschen von einem Lager auch als Dreamteam gehandelt worden sind. Ich glaube, es wird in der Tat so ein bisschen so ein Lagerkampf zwischen Pellmann, Wissler, Schirdewan auf der einen Seite, dem Pellmann, Reinigenden, Reicheneck auf der anderen Seite. Also insofern glaube ich, das wird noch mal so eine konfrontative Auseinandersetzung werden, weil beide ja, beide Lager auch für unterschiedliche Dinge stehen. Unterschiedliche Einschätzungen zum Russlandkrieg, unterschiedliche Einschätzungen zur Sicherheitspolitik. Also insofern gibt es da viele Differenzen und das spiegelt auch so ein bisschen wieder die verschiedenen Lager innerhalb der linken Partei, die Bewegungslinke, die Ostlinke, die Westlinke. Also das sind so ein paar Schnittmengen, die gegeneinander in Stellung gebracht werden. Sie haben jetzt auch viel verfolgt hier heute auf dem Parteitag. Auch habe ich gesehen, viel mitgeschrieben, so auch was Sie so erlebt haben und welche Punkte Sie spannend fanden. Wie sehen Sie denn diese Lager? Kann man jetzt sagen, anhand auch der Redebeiträge heute, wer hier die Oberhand hat mit Blick auf morgen? Also ich war überrascht, dass Wissler so gut offenbar ankam. Sie bekam viel Applaus und hat sich ja da auch in Rage geredet und hat das ja selbst nicht für möglich gehalten. Das ist ein gewisses Anzeichen, dass ihr Lager relativ stark ist und dass sie mit ihren Überzeugungen auch ankommt und auch das jetzt liefert, was ihr im Vorfeld ja vorgehalten worden ist, dass sie nämlich zu wenig als Parteivorsitzende in Erscheinung tritt, zu wenig Zunder gibt in die Diskussion, die die Linke in diesen schwierigen politischen Zeiten führt. Also insofern glaube ich, ist sie da ein bisschen gestärkt hervorgegangen. Und das erhöht nach meiner Einschätzung schon die Chance, dass dieses Lager, also Wissler, Schirdebahn, gute Chancen hat, die Parteiführung zu übernehmen. Und das wäre dann schon auch eine Richtungsentscheidung oder zumindest ein Einfluss, der eben in der Partei und in ihrem Wirken in der Öffentlichkeit spürbar werden wird. Vielleicht noch ganz kurz zum Schluss, was ist so Ihre Prognose? Sie haben das gerade schon durchblicken lassen. Also Sie sehen Wissler und Schirdebahn vorne in diesem Rennen, auch wenn wir heute erlebt haben, wie hier debattiert wurde? Ja, also würde ich sagen. Und dann muss man natürlich so ein bisschen abwarten, wie die beiden sich dann auch positionieren. Aber Wissler hat sich ja heute eben kämpferisch positioniert. Und das märzt so ein bisschen die Schwächen aus, die sie im Vorfeld gezeigt hat. Vielen Dank, Emanuel Richter von der RWTH Aachen, Politikwissenschaftler, mit einer Analyse des ersten Tages bei dem Parteitag der Linken hier in Erfurt in der Messe. Draußen gab es einige Unwetter. Gregor Gysi hat das gar nicht hierhin geschafft. Aber es gab eine sehr kämpferische Rede von der Parteichefin Janine Wissler. Und es gab auch einige sehr emotionale Wortbeiträge hier zum Thema Ukraine. Es ist doch hier durchaus lebendig gewesen, in dieser Messehalle in Erfurt. Und wir werden in jedem Fall uns später auch in weiteren Sendungen bei Phoenix noch mal von hier melden. und werden das ganze Wochenende auch hier live berichten bei Phoenix von diesem Parteitag aus Erfurt. Machen fürs Erste jetzt aber hier an dieser Stelle einen Punkt und melden uns dann später noch mal. Vielen Dank und bis dahin. Es sind erstaunlich kreative Wesen. Sie gestalten aktiv ihren Lebensraum. Wesen? Okay.